auch gerade vorbereitet. Ich habe in meinem Chat gerade vorgelesen aus dem Strategikon des Maurice, wo er uns tatsächlich Anweisungen gibt, wie man mit verschiedenen Nationen umzugehen hat, die so Feinde von Byzanz waren. Und da steht zum Beispiel über die Sküten, die Awaren und andere Völker, deren Lebensweg jenen der Hunnen ähnelt. Also da fallen ja bestimmt auch die Seltschuken doch sicher so ein wenig drunter. Moment. Eher die Kumanen, oder? Alles, was nördlich von der ist eher. Wo fallen die? Die Seltschuken passen vielleicht eher zu den Persern, kann das sein? Das wurde halt... Ja, dann fühlt euch beschrieben, ihr Seltschuken. Das ist ein echtes, historisches Dokument, will ich anmerken, von einem echten byzantinischen Kaiser, der es in seiner Zeit schrieb. Die persische Nation ist schurkisch, täuscherisch und unterwürfig, aber gleichzeitig patriotisch und gehorsam. Sie gehorchen ihren Anführern aus Angst. Und das Ergebnis ist, dass sie bereit sind, harte Arbeit und Kriegsführung für ihr Vaterland zu erdulden. Ja, ähm... Ja, das ist ja der Prototyp. Ja, ne? Verrat ist eigentlich perfekt dafür. Aus dem Bilderbuch. Genau. Wie heißt das Buch nochmal? Bilderbuch. Das Buch ist das Strategikon des Maurice. Ah. Und ich find's immer noch geil, dass das ein echter Buchtitel eines echten Buches, eines echten byzantinischen Kaisers ist. Das halte ich für ein Gerücht. Also Triple E, ja? Lüge. Echt, echt, echt. Echt, echt. Da hab ich jetzt auch immer zu. Nicht. Nehmt ihr denn noch all eure Anfangscharakterer, außer Gaius, der jetzt irgendwie schon, glaube ich... Nein. Archie Kahn, der Große, der Herr seiner Herren, lebt immer noch. In seinen 56 Jahren bewegt er sich wie ein 18-Jähriger. Oh. Ein junger Hütter. Ja, ja, also Maurikius wird auch, der ist unsterblich, bis er seine Machtgelüste erfüllt hat. Schierer Hass und schiere Gier treibt ihn an. Selbst wenn der Körper stürmt, lebt er trotzdem weiter. Ja, genau. Aber Dopodos lebt auch noch. Ich hoffe, ihr habt eigentlich jetzt einen Spruch. Obwohl er so viel Wein getrunken hat. Ohne existierenden Namen. Wir müssen uns um unsere Erbsituation kümmern. Und ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Denn wir haben zu viele Söhne. Wir könnten... Welches Problem? Ich hab da eine Idee. Wir könnten Söhne tauschen. Also inzwischen unseren Kerkern hin und her transportieren. Dann könnten wir uns beidseitig... einiger Probleme entledigen. Also ich muss mit Tadislav sprechen, weil ich hab mir mal ein paar Gesichter von meinen Kindern angesehen und ich muss da mal ganz ernste Worte reden. Ja, das ist unser Königreich hier. Also das ist halt die Sache, das muss ich jetzt mit meinem Chat noch abklären, ob ich das eigentlich machen soll. Weil da gibt es ja unterschiedliche Meinungen dazu, ob man seine Kinder loswerden soll, um seine Erbsituation zu bereinigen. Oder ob ich den Weg gehen soll... Schüchtern und Einsiedler. Ich verstehe, was ich meine, da muss ich jetzt mal gucken. Naja, also du kannst ja nichts dafür, wenn Kinder von der Treppe fallen, unter einer Axt stehen oder gegen einen Baum fahren. Dass sie einen Streitwagen überfahren werden. Das ist inzwischen deutlich tragischer. Dass Tode debattiert werden. Durch Friends und Foes ist es anscheinend so, dass da ganz krass Events kommen und du richtig üble Mali reingebraten bekommst, wenn du seine Kinder tötest. Naja, nicht unbedingt. Hängt davon ab, wie du sie tötest. Lässt es einfach hinrichten, kommt nicht wirklich viel. Bringst du sie im Geheimen um, passiert schon mehr. Wenn sie sich ja aber jetzt selbst umbringen... Ich weiß es ja nicht, wie es euch geht, aber ist es nicht so, dass im Erbfall sowieso sie sich der nächsten Fraktion immer anschließen und ihr sie dann einfach entheben könnt, der Titel? Also es ist immer meine Taktik. Ach, der beste Basal ist sowieso, egal welcher Art, der Hintergittern. Also, Mörb, ich sehe es halt so. Dadurch, dass wir so viele Kinder haben, entsteht halt ein gewisser Eroberungsdrang. Wir können halt nicht alle enterben, das funktioniert einfach nicht, wenn man 30 Söhne hat. Das heißt, wenn, dann wird halt das Reich aufgeteilt und danach muss halt wieder erobert werden. Das heißt, da bleibt halt die Nachbarn drunter. Aber der Nachbar bist du! Ist es nicht das los, des Bauern zu leiden? Hält du mal Armenien an! Ich wollte gerade sagen, Georgien, Kaukasus... Das sind schöne Länder! Da kannst du Schafe züchten. Du hängst nicht so sehr an deinem Georgien, oder? Ich sag mal so, es ist schon eine andere Nation, auf die ich eher ein Auge geworfen habe, langfristig. Das heißt, Georgien wird frei? Du bist also frei. Ja, dann sind wir auch sehr... Also, jetzt wollen wir es mal nicht übertreiben, Radler. Also, ich schalte euch mal rein, ich bin schon live, dann hört der Chat euch auch. Ja, ich bin aber auch schon live, die ganze Zeit. Ja, ich bin auch live. Also, schon live. Ich hab ihm schon die Ohren zugehalten. Merp, ganz kurz an dich, ne? Also, wenn du natürlich ins Kaukasus gehst, bringst du deine Kinder zurück nach Hause. Also, das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, oder? Stimmt! Mein, mein, willkommen, fucking 13 Monate. Freund, copy! Ja, na, nix. Mein Freund, da werden wir mal die Grenzen dicht machen, weil, da kommen nur die schönen Damen da zu mir rein, mehr nicht. Ich hab grad mal, dass bei dir viel reinkommt, wissen wir alle, ja. Hat eigentlich irgendjemand Tadislaw nicht als Rivalen in seiner Liste? Nein, Julia noch nicht. Bei den, Julia wurde noch verschont geblieben, tatsächlich. Noch. Ich glaube, Tadislaw wird heute sehr davon profitieren, dass Pia nicht mehr da ist. Und, glaube ich, die Person, die am rachsüchtigsten ihm gegenüber wäre, jetzt einfach weg ist. Oh ja, die war wirklich sehr rachsüchtig. Also, ich schätze meinen Nachbarn, wenn... nein, da muss ich unterbrechen. Sie war überhaupt nicht rachsüchtig, ganz im Gegenteil. Wir haben, wir haben einen, einen guten Ausgleich gefunden, durch die Ehe von unseren Kindern. Man, man muss jetzt auch gestehen, dass ich eine Affäre halt zwar jetzt mit meiner Schwiegertochter habe, aber das ist jetzt... Lebensechlich. ... zur Seite, das ist jetzt nicht wichtig. Also, durch diese Ehe haben wir eigentlich gesagt, es ist wieder okay, das passt wieder alles zwischen uns. Und vor allem diese Kinder, die dann plötzlich entstanden sind mit mir selbst, sind dann an meinen Hof gegangen, sodass sie sich nicht mehr drum kümmern muss. Also, es ist alles wieder perfekt. Das Einzige, ich habe hier halt gestern versprechen müssen, dass ich sozusagen meine Finger jetzt von ihrem Nachwuchs lasse. Jetzt ist sie aber heute nicht mehr dabei. Jetzt weiß ich nicht. So war es aber auch. Dieser Tadislav. Ungünstig, würde ich sagen. Ich würde an Maurice sagen, das byzantinische Kaiserhaus ist schwächer denn je. wenn ich jetzt... Möglicherweise fiel das manchen schon auf, ja. Möglicherweise. Einjähriger da, wie kann er denn bitte die Bürde der Herrschaft tragen? Unfähig, Nachfolger zu züchten. Ja, er ist auch noch unfruchtbar, richtig. Also, eine Stunde eines starken Pyzants ist hoffentlich in Zukunft bald da. Es wurde in meinem Chat auch schon geschrieben, nimm doch jemand dem armen Kind diese Bürde ab. Die wird ja bald abgenommen. Es ist ja alles schon in die Wege geleitet. Fürwahr. Also quasi das Äquivalent zum Schnullerraub, oder? Wobei ja Shuyoka sehr gerne in Abwesenheit als Kaiserin mit wenigstens an die Seite ihres Mannes auf den Thron möchte. Da hat sie ja alles in die Wege geleitet. Das werden wir sehen, ob das... Genau, das ist jetzt tatsächlich für heute... Tatsächlich können wir das ja als kleinen Recap von gestern geben, dass das Erste, was heute passieren wird, ist, dass wahrscheinlich ein Komplott, das gestern noch von Pia in die Wege geleitet wurde, in Abwesenheit, jetzt losgetreten werden wird. So ist es. So ist es. Das muss man auch erstmal schaffen, in Abwesenheit als Kaiserin ernannt zu werden. Also wenigstens als Beikaiserin. Das stimmt, das stimmt. Ja, sollte es heute zur Schlacht kommen, habe ich nochmal einen Tipp aus dem Strategikon des Maurice für euch. Verhindere, dass der Feind die polierte Oberfläche deiner Waffen sieht. Denn wir stellen fest, die Römer und fast alle anderen Völker gehen in der Regel davon aus, dass die finstere aussehende Schlachtlinie gewinnt. Das ist zwar Quatsch, denn es ist das Urteil Gottes, das entscheidet. Trotzdem sollten wir unsere Waffen verdecken und Umhänge über die Rüstungen und die Helme in der Hand halten, dass unsere Reihe weniger glänzt. Authentischer, strategischer Ratschlag eines authentischen byzantinischen Kaisers. Es reicht schon, wenn man sie nicht probiert. Apropos authentisch. Das war sehr gut. Ich habe das Buch gerade bei Amazon gefunden. Der Autor ist Emperor of the East Maurice und dem kann man folgen. Ja, in der Tat. In der Tat. Er schreibt auch irgendwie, das erste, was er schreibt als Schlachtvorbereitung, ist, also wirklich Punkt eins, das Wichtigste, seht zu, dass ein bis zwei Tage vorher schon die Standarten gesegnet werden. Und dann kommen erst so praktische Sachen wie, ja, mach vielleicht Befestigung und hier ist die Formation und so. Aber erst mal die Standarten segnen. Und Buttersauce trinken? Ein Weinchen reichen? Trauben? Ein Usupator trinken, würde ich sagen, ja. Ich habe Usupator gehört, meine Freunde. Ist die Feier los? Ich habe noch was Mistwein übrig. Wie viele Seiten hat das Strategikon eigentlich? Zwei. Man braucht nur das Inhaltsverzeichnis und danach diesen Satz. Ne, Maurice, wie viele Seiten hat denn das Strategikon eigentlich? Ähm. Drei. Hunderttausend. Aber da ist noch Glossar und sowas drin. Es ist tatsächlich auch tatsächlich sehr viel wirklich so, ähm, ja, so, 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 richtest du den Versorgungszug ein. Und, und so machst du Überraschungsangriffe. Hat so ein bisschen was von so einem zu, schätze ich. Ja, aber es ist tatsächlich. Schlechter. Teil, ne, teilweise auch so verblüffend langweilig praktisch. Also wirklich so, hier, so wird die Armeeinformation. Und so dann jede einzelne Erteilung. Und hier hast du zehn Männer in der ersten Linie. Die haben am besten diese Waffen. Und in der zweiten Linie am besten Leute mit der Waffe und sowas. Ähm, es geht tatsächlich ziemlich ins Detail. Ähm. Und ist tatsächlich als, als historisches Dokument authentisch, äh, faszinierend. Gleich mal bestellen. Können wir schon in unsere Stammes-Channel? Ich weiß gerade gar nicht. Äh, geht's, geht's los? Äh, eigentlich? Sind alle da? Wollen wir noch was? Vlad möchte in sein Reich. Ich kann ja sonst auch ein bisschen singen, falls ihr möchtet. Oh ja! Das wäre sehr schön. Eigentlich denke ich, würde ich von dir hören. Vlad muss gehen. Ach, ihr wollt? Ähm, okay, wartet mal. Dann muss ich mal kurz, ganz kurz gucken. Ich hab gerade... Ah, er weiß, was ich singen werde. Wollen wir ihn denn? Ähm, griechischer Wein, so wie das Blut der Erde kommt, schenkt dir ein. Und wenn ich traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume von daheim. Du musst verzeihen. Danke, danke. Kann ich eigentlich... Ist das hier synchron? Kann ich auch trötten? Okay. War aber auch richtig gut gerade. Das ist nicht schlecht, nicht schlecht. Haben viele Schlacken, hab ich das geübt. Ja, ja, auch. Genau, Grumpy. Kannst du diese Kavalerie-Melodie tröten? Das war kein Soundboard, das ist meine echte Trompete, also mein Mund. Natürlich, natürlich. Ja, ist fast dasselbe. Kannst du diese Kavalerie-Melodie tröten? Ein Moment. Ranger Dion. Oh, Leute, ne, ich komme in diesen Chat rein. Ja, genau. Jawohl. Und höre das und höre das. Also zuerst singt jemand griechischer Wein und dann höre ich das. Natürlich. Was ist hier los? Jemand gehört verboten. Was ist hier los? Was passiert hier? Ich wurde auch gerade kritisiert, ein wahrer Stratege hätte jetzt zum Strategikon des Maurice einen Affiliate-Link parat. Das stimmt. Das hätte ich jetzt machen sollen. Das stimmt. Ja, ja. Fail, ich gebe es zu. Ich habe versagt. Ich würde sagen, bevor wir uns jetzt gleich alle wieder aufteilen auf die Sprachkanäle, machen wir, denke ich, am Anfang wieder kurz ein paar Minuten noch Pause, dass jeder sich wieder einfinden kann. Und dann, ich denke, spätestens 18.05 Uhr, wenn alle wirklich drin sind und reingeladen haben, könnten wir rein starten, oder, Ecke? Jawohl. Ja, wer fehlt denn? Copy ist da, next. Gina, Maurice Ranger, Claro, Mr. Merp, Aldemar, Arti, Rino, Radlack. Gaius, Dr. Proof. Und genau, der ist gerade dran. Habe ich ihn vergessen? Ich habe übrigens noch eine Idee für ein neues Format, wird mir gerade vorgeschlagen von meinem Hofe. Die Antike sucht das Supertalent, die erste Staffel. Was halten wir davon? Das geht nicht, wir sind im Mittelalter. Ich wollte gerade sagen. Ah, Mist. Nein. Aber bei der Antike wäre ich auch dabei. Leider zu spät. Bist du einmal zu spät dran dafür, ja? Nächstes Game of Cords einfach mit Freu und Igel. Man nennt das auch Zirkus Maximus. Wobei, Freu und Igel sind. Wir machen Imperator Rome. Ja, mit Imperator. Genau, wir machen Imperator Rome und dann wird jeder von uns nur singen müssen. Oh Gott. Aber bitte dann authentisch zum Stamm oder zum Volk, das man spielt. Ja, dann werde ich mongolischen Kehlkopfgesang üben. Sehr gut. Wir müssen übrigens noch Quatschen, Ranger. Wegen dem Kehlkopfgesang oder im Spiel? Nee, im Spiel. Okay. Aber den Kehlkopfgesang will ich mir auch nicht entgehen lassen. Also, ich weiß nicht. Mongolischer Kehlkopfgesang ist auch geil. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir auf die Sprachkanäle und verteilen. Und, dass es so langsam Stück für Stück starten kann. Man kann ja jetzt auch schon mal mit Roleplay fleißig starten, auch wenn das Spiel erst in fünf Minuten dann anlaufen wird. Viel Spaß euch allen heute. Viel Spaß für dich heute. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Freude. Wir werden uns ganz sicher irgendwo sehen. Viel Spaß, alle. Wohlan. Das war ja schon wieder pures Chaos. Hallo. Hallo. Hier ist Krasus. Bin ich hier richtig bei den Herrschern in Byzanz? Ja, Salam Aleikum. Na, du Kleiner. Ich wurde jetzt, naja, ich musste jetzt die Verantwortung übernehmen für mein Haus, für die Julia und für das ganze Königreich Pontus. Wie heißt sie denn? Ich habe mir etwas vor, diese Verantwortung anzunehmen. Und ich, was kann ich zu mir sagen? Ich mag Gold. Wenn ihr also meinen Gefallen haben wollt, ich nehme gerne Goldlieferungen entgegen. Da freue ich mich sehr darüber. Auch so Spielzeuge. Kleine Spielzeuge aus Gold mag ich sehr. Dann gibt es ja leider auch immer mal wieder so böse Rüpel oder irgendwelche nervenden Leute. Da mag ich es immer sehr, wenn die in den Wald gehen oder in Richtung von Klippen und einfach nicht mehr wiederkommen. Und ich habe vor kurzem auch noch etwas ganz Besonderes herausgefunden. Frauen. Punkt. Ja, jetzt wird es aber interessant. Frauen existieren, ja. Ich berichte, ich berichte, wenn ich mehr herausfinde. Ja, bitte im Detail. Komm mal her. Ja, auf jeden Fall. Ich habe davor einiges an Forschungen zu betreiben. Ja, jetzt komm, komm her, komm her. Moment bitte, kein Alkohol an Minderjährige, ja. Der ist 13. Ich muss leider, ich muss leider im Werten, wie hieß er denn? Papa, 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 ich muss dir leider mitteilen, dass ich leider nicht mehr dein Schüler sein kann. Ich habe mit meinen Beratern ausführlich gesprochen. Ja, die sind alle 13. Du kannst mir leider nicht zeigen, wie ich diese Probleme so gut lösen kann, wie ich das möchte mit den Wäldern und dem Essen und den Klippen. Und ich habe gehört, dass es da andere gibt, die mir viel besser diese Problemlösungen von den Rüppeln helfen können. Deswegen tut es mir leid. Ich hoffe, du verzeihst mir das, Papa. Keine Angst, irgendwann, wenn du in der Kloakke aufwachst, dann werde ich an dich denken. Ich gehe kaputt. Sehr gut. Und dann ist nicht, gibt es hier diese Kutscher, wo mein Vater mir immer von erzählt hat, die irgendwie mich, die irgendwas ausmachen können. Weil ich habe gehört, es gibt so einen Despot Maurikius. Der scheint Problemlöser zu sein. Ja, ja. Kallus, Schulz fehlt. Hast du von ihm was gehört? Oh, nee, habe ich nicht. Habe ich nicht, tatsächlich. Dann bin ich nochmal kurz weg. Alles klar. Dann, ich versuche mich mal darum zu kümmern und den guten Mal anzufangen. Ja, ich schreibe ihm auch mal. Ist noch offline. Ansonsten geht es erst weiter. Das wurde alles Gedankestand für den Sipp im Monat. Ich würde jetzt noch zwei, drei Minuten warten, bis er vielleicht antwortet. Aber ansonsten würde ich da erstmal weitermachen und dann... Ja, soll er reinladen, wenn er noch zu spät jetzt kommt, denke ich. Im Sippen! Also du hast auch nichts von ihm gehört, ne? Nee, ich schaue nochmal. Aber nee, er hat nur gestern eben geschrieben. Knapp, dass es knapp wird. Aber für heute... Können ja so lange Roleplay weitermachen. Habe ich mir auch getan. Aber kurze Frage nochmal. Der Franzus von Anacolion, das ist der Radlerauge, ne? Anacolion. Das ist kontrakt. Ja, 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 alles klar. Nee, also sonst habe ich auch keine Info bekommen. Darf ich nochmal ganz kurz... Haben wir kein Bündnis mehr, Gaius? Warte. Weil der verstorben ist. Weil doch mein Vater... Ich habe gar keine Bündnisse mehr, weil mein Vater doch verstorben ist. Ach so, okay. Welch schönes Reich an meinen Grenzen. Oh je. Also, ähm, ist der Kutscher da? Ein Kutscher? Irgendein Kutscher? Ein Bote? Jemand? Ja, jetzt. Wunderbar. Könnt ihr bitte schnellstmöglich ein Gespräch mit diesem König Maurikius ausmachen? Ich möchte dringend mit ihm sprechen. Äh, gerne doch. Vielen Dank. Sehr gut. Haben wir eigentlich einen Plan gegen diese Seltschuken im Osten? Meine Berater haben ja gesagt, dass die viele, viele Soldaten haben. Haben wir da jemals Strategien überlegt, wenn die uns angreifen, was wir machen wollen? Ähm, ja, den Glauben wechseln. Ähm. Okay. Ah, das hört sich interessant an. Und an wen glauben wir dann? Äh, an den mit der Münze und dem Schwert. Welcher Gott auch immer dies sein mag. Münze? Also, bei Münze bin ich dabei. Wenn das einen Gott gibt, der mir sehr viel Gold schenkt, ja, bin ich offen. Die Alternative wäre natürlich die ewige Schlacht. Ich hörte auch von einer Aphrodite als Göttin. Das hat sich auch sehr interessant angehört. Ja, ähm, jetzt mal eine andere Frage. Habt ihr denn noch, ähm, Interesse an einem Bündnis? Also, euer Vater und ich, wir waren ja, äh, sehr gute Freunde. Und es wäre natürlich schön, wenn wir diese Bündnisse aufrechterhalten könnten. Ja, da muss ich zustimmen. Mein Vater hat mir ja auch einiges mitgegeben. Er hat mich schon eigentlich von früh auf, ähm, erzogen. Er hatte wohl nie gedacht, dass ich schon so früh die Herrschaft übernehmen muss. Aber er hat mir gesagt, dass eure Familie immer treue Bündnispartner ward. Und ihr, ihr seid ja auch wirklich jemand, wo ich mich, also, ja, ich würde mich sehr freuen, wenn wir wieder vielleicht ein Bündnis machen können. Wäre schön. Sehr, sehr gut. Ich werde, ich werde mit meinen Beratern sprechen. Ich habe, glaube ich, ich, also meine Schwester ist, glaube ich, noch nicht verlobt. Das wäre, glaube ich, aktuell die einzige Möglichkeit, die ich habe. Aber ich schaue nochmal, vielleicht habe ich noch andere. Wie alt ist sie denn? Also, einen kleinen Moment, bitte. Ich muss einmal in meine, meine Unterlagen schauen. Also, das ist, ich hoffe, ich... Kutscher? Ja? Mein Herr? Ah, da seid ihr. Gott, habt ihr mich erschrocken. Bringt mich mal bitte in einen diplomatischen Kanal mit Dux Simeon von Bulgarien aka Günners Mund. Natürlich, ich werde ein Gespräch anfragen. Soll ich euch vorerst hier lassen oder und abholen? Also, von mir aus können Sie... Wir sind beide hier, wir können rüber. Oh, okay. Danke. Okay, um auf die Frage zurückzukommen, meine Schwester ist elf. Wahrscheinlich, aber ich muss erstmal schauen, was passiert. Das Problem ist halt, wir werden gleich gegen den Kaiser rebellieren. Das kenne ich immer mit. Aber sonst habe ich sie nicht so richtig beachtet. Und der Kollege muss halt erstmal fallen, bevor wir weitermachen können. Kann ich kurz, äh, ein spieltechnisches, äh, Frage stellen. Lecky moin. Wenn ich, ähm, Söhne habe und deren Kinder verheirate, geht das auch für ein Bündnis? Das kannst du immer sehen, wenn du das, also wenn du schon das alles so machst, dass du diese Bündnis, also diese Heiratsanzeige hast, dann sollte immer schon dabei stehen, ob das auch ein Bündnis ergibt oder nicht. Ah, okay. Und, äh, wie war der Name der Schwester? Julia. Äh, Prinzessin Julia von Pontus. Okay. Schau ich doch mal. Was ist eigentlich mit dem Kutscher, den ich losgeschickt habe? Der ist gerade reingekommen und wurde ihm mitzahlen, dass, äh, der, das Boot von Georgien bereit wäre für ein Gespräch. Äh, wunderbar. Dann, 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 äh, schnell zu ihm hin. Ich, ich komme mit in die Kutsche. Ich, ich komme mit in die Kutsche. Hallo. Ich soll von Ecke sagen, ob hier alles bereit ist zum weitermachen. Ja. Alles gleich. Dann viel Spaß und ich gehe mal wieder zurück. Jojo. Jojo. Dann mal schauen. Sogleich beginnt die Rebellion gegen den Kaiser. Und ich muss fallen, wenn es mal dringend schauen. Okay, jetzt sagen wir erstmal Krieg. Jojo. Okay, jetzt sagen wir mal dringend. 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 was wenn wir eine mord komplott Die werten Herrscher und Herrscherinnen von Byzanz, die sich dem Krieg gegen den Kaiser angeschlossen haben, seid ihr da? Ja, hier Habt ihr Lust, euch Kriegerdurchscht zu koordinieren? Wo seid ihr denn? Dann werde ich durchaus mal auf euch zukommen Ich komme aus dem Süden gegen die Armee des Kaisers gezogen Wie es sich aktuell vor euren Torten befindet Ja, ich werde bei mir in meiner Baronie von Silistra bleiben Und ihr könnt dort gerne vorbeikommen Dann trinken wir einen Usupator gemeinsam und dann Ach, wir müssen ja auch noch Krieg führen, stimmt So sei es Ich werde meine Truppen kurz mal verschieben Ähm, wenn ihr bitte noch meinen ältesten Sohn vorbeiten lässt Äh, er muss sich in der Schlacht beweisen Natürlich Hat er denn noch ein Genital? Natürlich Meine eigene Familie hat stets Genitalien Ah, okay Ich wollte nur noch mal sicher gehen, um äh Nein, nein, die Pimmel, die werden nur abgeschlagen Äh, in Parteien, die es nicht verdienen Ähm, mit selbigem gesegnet zu sein Oh Gottes Willen Dann hoffe ich, dass ich mich verdienen mache Ja, aber selbstverständlich Ihr seid ein Herrscher von Besanz All seiner Pracht und all seiner Glanz Es kommt zum Kampf Für wie lange braucht ihr noch in Burgas? Ich beeile mich Um Gottes Willen Alfredos, bring den Usupator mit Ist das aufregend? Ich bin doch immer so mitfühlt bei solchen Sachen Lasset meinen Sohn zuerst hinein Natürlich, schickt ihn alleine gegen die tausend Mann Meine kommen hinterher irgendwann Jawohl So sei es Und das soll löblich sein Wenn er sich nicht beweisen kann So ist er nicht würdig Ab mit dem Genital, um euch zu zitieren Das ist korrekt Ich möchte freudig mitteilen, dass man mich jetzt auch Königin nennen darf Oh, werte Königin Despotin von Hellas Lasset mich hineinziehen Mein Sohn findet nicht den Eingang in die Schlacht Das ist ja auch nur ein ziemlich kleines Feld Auf dem wir uns hier befinden Ich renne ihn schon hinterher Sie rennen aber verdammt schnell Bleibt stehen Oh ja, mein Sohn wird sich nun wagemutig in die Schlacht begeben Und er hat die Schlacht verpasst Nathal Wässern sie denn? Die erste Schadlachtane haben wir Sie wässern schon Ich wässere Ich? Oder der Feind? So alt bin ich auch noch nicht, glaube ich Der Schnaps wird's richten Irgendwer hat's gewässert Für wahr Mein Sohn zieht in die Schlacht Ich frage mich, wo die ganzen Armeen von den Prusa rumlaufen Gute Frage Aber meine Hauptarmee wird sich sobald Dem Schlachtengetümmel beipflichten lassen Ich zieh hinein Besser als ausziehen Aber ja Ich bleibe stehen und warte Das kann ich am besten In meinem Alter, wissen Sie Da trinkt man nur noch Usopata und wartet So sei es Aber diese Schlacht Sie bringt mich wirklich wieder zu philosophischen Gedanken Ist das Blut rot? Oder ist einfach nur Rot Blut? Fragen überfragen Ich dachte, euer Blut ist blau Oh Gott! Das Zeitliche segnet mich! Warum ist es so dunkel, wenn ich die Augen zumache? Ich bin tot Oh, äh Mein Beileid Mein aufrichtiges Beileid Danke für dieses Beileid zu meinem Tode Sagt Ein aufrichtiges Beileid Ihr sprechert noch, doch lebt ihr nicht mehr Ich bin ein Geist Oh Oh So, wo waren wir hier? Ich habe mal eine Frage An die erfahreneren Herrscher und Herrscherinnen unter uns Was mache ich denn, wenn eine Verlobte meines Sohnes im Verlies sitzt? Soweit ich weiß, müsste es eine Intrigenmöglichkeit geben, die zu befreien Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher Ne, nur wenn du da, wenn du der Verlobte von der bist Grundsätzlich kann man da gar nichts machen, außer hoffen, dass sie selbst freikommt Oder Kann ich das Verlobnis auch einfach brechen? Man könnte, glaube ich, auch demjenigen, der ihn gefangen hält, den Krieg erklären, um ihn rauszuholen Aber ich weiß nicht, ob das auch daran gebunden ist, ob man selbst der Verlobte ist Ist alles daran gebunden, dass du der Verlobte bist? Ach, das ist, ähm Das ist Despot Franzus' Tochter Ja, ich habe eine meiner Töchter aus Gründen des Unzuchttreibens mit äußerst hässlichen Gestalten in den Kerker geworfen Okay Sie wird ihre gerechte Strafe absitzen und alsgleich aus selbem Kerker befreit Also, ich frage nur, weil ich natürlich gerne möchte, dass mein Sohn auch ein kinderreiches Leben führt Ja, dasselbe wünsche ich für meine Tochter, es sei denn, sie zeugt Kinder mit abscheulichen Gestalten des Nordens Apropos abscheulichen Gestalten des Nordens, da sollten wir übrigens gleich nochmal auch sprechen, Herr Despot Franzus von Anatolikon Ja Aber das kann der Kutscher gleich erledigen, spreche doch erstmal hier zu Ende Wohlan Also, sie ist ja jetzt schon 31, sie wird nicht jünger Ich würde auf jeden Fall eurem Sohn empfehlen, mit harter Hand zugange zu sein, notfalls auch einer Kettenfortrichtung, damit meine Tochter nicht noch einmal gen Norden entkommt und weitere scheißliche Gestalten zeugt Ja, also Kräuchheitsgürtel gibt es ja nicht aus Spaß Äh, ja, das würde ich definitiv empfehlen Unter diesen Bedingungen würde ich meine Tochter in eurem Abruf entlassen Okay, das klingt sehr gut Wohlan, Tochter Treibe bitte keine Unzucht mehr Ihr seid begnadigt Und nun geht mir aus den Augen Risch, risch Äh, hallo, hi Äh, ich bin Dux Papadopoulos Ikaros Aerostalis der Zweite Mein Vater ist leider von uns gegangen Oh nein Das tut mir sehr leid Bitte schauen Sie mich nicht alle an Ja, ich werde nervös bei sowas Ich kann das, ich kann das total nachvollziehen Mein Vater ist auch gestorben Okay Okay, ich hab mich wieder beruhigt Ich muss erst mal warm werden in so einer kleinen Atmosphäre Äh, auf jeden Fall habe ich nun das Reich geerbt Und äh, auch hier mit zweitem Usurpanta Was, ist das ein Tier Fragen Sie mich doch nichts Ich weiß es nicht Wollen Sie mir nicht was verkaufen Ich muss weg Alfredo, wo bist du? Sehr interessanter Mann Wie kann ich den jetzt So, die Proprone Kutsche ist jetzt wieder betriebsbereit Zu einem einfachen Dings machen Ich will meinen Sohn in den Tod schicken Wie mache ich das? Ja, ist ein Rad abgefallen Ah, verstehe Er ist einmal bei den Thermopylen falsch abgebogen Und dann fällt man mal eben schön so eine Klippe runter Da können wir froh sein, dass das Rad der geringste Schaden war Wo sind die Thermopylen? Griechenland Wo ist Griechenland? Am anderen Ende von Byzanz Ha Na gut Sagt, werdet ihr denn gar nicht gebildet? Doch, durchaus Aber vor allem in Problemlösung werde ich gebildet Also, wie gesagt Wenn mir jemand nicht gefällt Dann lerne ich Wie er mir in Zukunft keine Probleme mehr bereitet Aber ich muss nach wie vor nochmal Die werten Herren und Damen von Byzanz daran erinnern Dass ich eine Schwester habe Die nicht verheiratet ist Und nicht verlobt ist Und natürlich Pontus dringend jetzt wieder ein Künftes brauche Ja, aber er stirbt halt einfach nicht Ja, wir werden sehr offen Hat jemand einen Sohn Ich habe Enkel Und ich bin mir selbst noch nicht sicher Ob das jetzt Ich habe da noch nichts gesehen Dann schaue ich mir doch mal diese Enkel an Von Prinz Balduin Das ist eine Tochter Despot Franzos Bewegt ihr eure Armee dort rein? Äh, das ist wahr Ich werde beginnen nicht hinein zu gehen Ich gehe jetzt auch gerade rein Ja Dort steht irgendeine riesengroße Armee Oh Gott, sie läuft weg Nein Wir stecken unsere Armeen in die Armee des Gegners Auf und auf ein gutes Ende Eben Also wegen den Enkeln Das scheint leider dann Nicht so eng zu sein Zweiundzwanzigsten rein Dann muss ich mal schauen Ob es da noch eine andere Lösung gibt Ja, mein Sohn kann überleben Wie es scheint Musst du denn erzählen? Ja Würde uns freuen Ach, es tobt Meine Berater haben mir gesagt Es tobt ein großer Krieg in Byzanz Da geht es um den Kaiser-Titel, oder? Ihr wollt dieses kleine zweijährige Kind wegbekommen, oder? Ja, das wird gleich weggeklatscht Äh, weggemacht Weggegeben Aber das Problem hätte man auch dann einfacher lösen können Also ich kenne da Mittel und Wege Dass dieses Kind kein Problem mehr darstellt Nein, man braucht schon das Schwert, glaube ich Ein bisschen, zumindest Ach so, ein bisschen Ja gut, manchmal hilft einem auch ein Dolch Das ist ein bisschen versteckter Ein Schwer, habe ich gesagt Schwert Also das größere Stimmt, das ist ein bisschen größer, ja Viele Schwerter sind sehr hilfreich Hat mein Vater mir noch beigebracht in der Schlacht Ich muss auch langfristig eine Frau für mich finden Hat man mir auch gesagt, dass das meine Pflicht ist Freue mich schon sehr Meine Pflicht ist wohl, ich muss jemanden finden Der sich in der Verwaltung gut auskennt Weil ich so ein großes Reich habe Aber ich hoffe sehr, dass sie auch sehr schön ausschaut Kutscher Ja Ja Ich mich angucken, ja Bitte, bitte gucken Sie Gucken Sie auf den Boden Ja Dankeschön Wo mache ich denn den zum Reißer? Dankeschön Das ist für mich in Ordnung Ich würde gerne einmal zu Despot Mauritius Wenn das geht Vielleicht Zu Despot Mauritius Und wie kriege ich den jetzt Schauen Sie mich nicht so an Und der andere Kutscher kann vielleicht nochmal gerade den Despoten Franzos mit mir irgendwo in einen Raum fahren Das heißt, dass er sehr weiß So was kann man Natürlich doch Wie wird der jetzt einfacher? Ritter? I don't get it Ihr seid nun allein Ah, okay, danke Ähm Ja, ich habe noch So eine Ich habe da noch so eine Sache Und zwar Wenn ich mich hier umgucke Stelle ich noch fest Dass Franzos Von Anatolikon So diverse Äh Äh Noch so Diverse Äh Schändliche Taten begangen hat Schändliche Taten? Er hat so ein paar uneheliche Kinder Uneheliche Kinder? Sieht das nicht so Sieht das nicht so Sieht das nicht so genau Ähm Mit Äh Moment Sekunde Da ist jetzt gerade wieder was doofes Wichtiges passiert Okay, cool Nun aktuell 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 Äh Sollte man sich vielleicht Äh Zumindest Äh Kurzfristig Auf das wesentliche besinnen Nämlich Nämlich Dass wir einen Unfähigen Kindskaiser haben Ja, das stimmt auch wieder Welchen Äh Wir schleunigst Entledigen sollten Ja, das ist auch richtig Ja Ja, ja Aber Moment Ich muss gerade noch Ich habe gerade noch so ein bisschen Anderes Ich habe jetzt hier anderes Es ist so doof Jetzt muss ich Krieg führen Jetzt wollte ich gerade was besprechen Okay Äh Ja, also nur noch ganz schnell Du hast zwei uneheliche Kinder Ich habe das Geheimnis rausgefunden Könnte dich damit erpressen Aber vielleicht finden wir da noch irgendeine andere Lösung Kannst dir mal überlegen Ob man da irgendwas machen kann Äh, ja Gab es da nicht Äh In fernster Vergangenheit mal ein Land Über das sich einig geworden war Äh, ja Und diese Schuld würde ich an Und dafür vergesse ich das jetzt Ja Ja, das würde ich dann als eine Quittung Betrachten Dass wir quitt sind sozusagen Ja Wollan Ja Alles klar Machen wir so Ein Deal ist ein Deal So sei es Wollan ist natürlich Dann können wir wieder zurück Danke Kutscher Äh, eine Sache hätte ich allerdings noch Oh ja, immer Ja Es ist noch ein bisschen Land Zwischen meinem Reiche und dem Euren Vielleicht sollten wir das gleichmäßig auch Teilen Ja, das klingt ganz gut Da werden wir bestimmt was finden Ich würde gerne östlich Das Meeres Mich ausbreiten Im Nikea Ist in einem Machtvakuum Am Verloren gehen Ich würde dieses gerne füllen Weiter Gen Westen würde ich mich allerdings nicht ausdehnen Und würde natürlich gleiches von euch erwarten Nur umgekehrt Mh Naja Da finden wir auch eine Lösung Das sollten wir nach meinem aktuellen Krieg Auf jeden Fall nochmal im Detail besprechen Wollan So sei es Ja, ja, ja Machen wir Nun Das ist dann wohl alles Danke euch Ja, alles klar Ich kann die werten Herren zurückbringen So sei es Ja, danke Danke, danke Oh nein Oh nein Mein Sohn Er ist gestorben Mein Beileid Oh nein Ich danke euch Ich darf verkünden Immer sehr geplagt von solchen Schicksalsschlägen Ich werde Ich werde nun ein weiteres F In die Schriftrollen meiner Familie eintragen Auch ein F von mir Ich bitte meinen Hof Let's go Let's go Muss mich wieder ein bisschen militärischer holen Okay Okay, ein wichtiges Problem ist beseitigt Aber Es ist immer noch nicht alles gelöst So, nochmal Hier ist König Krassus Ich komme mit schlimmer Kunde Mir wurde gesagt Meine Spitzel haben mir mitgeteilt Dass meine Mutter Simonis Eine Affäre gehabt haben soll Und zwar mit keinem geringeren Als Kahn Tadislav Unfassbar Meiner Mutter Auch als mein Vater tot ist Hat er sich an sie herangeschmissen Dieser 56-jährige Jöse Lüstling Leider nichts Neues in diesen Landen Wollte gerade sagen Wer hätte denn damit gerechnet? Also ich bin entsetzt Was mache ich jetzt mit meiner Mutter? Schaut ruhig in die Regenwolken Trauert um alles im Leben Bin ich gegen meine Mutter übergnädig Oder sollte ich sie ins Gefängnis werfen? Dafür Ach mit dem Kopf Ich würde sie blenden Pimmel Da sie keinen Pimmel hat Muss sie geblendet werden Na gut Auch für meine Mutter Muss das recht gelten Ab in den Kerker mit dir Mutter Früher hast du mich aufs Zimmer geschickt Jetzt mache ich das mit dir So Hörig aus vergleichbar Ja Hatte euer Zimmer auch so viele Trampen? Und Stahlfenster? Nein Das stimmt Es ist ein besonderes Ambiente So würde ich es verkaufen Wenn jemand dafür Gold zahlt Möchte jemand Gold zahlen? Gold schenken? Kleine Geschenke aus Gold? Nehme ich Immer noch Ihr seid ein ziemlich unverschämtes Kind Aber kennt ihr denn nicht die schönen Vorteile des Goldes? Kennt ihr schon meine Rückhand? Hm War das gerade eine Drohung? Das war ein Versprechen Oh Aber nicht anschauen Nicht angucken Jetzt habe ich endlich ein Praxisbeispiel Was ich mit meinem Ausbilder besprechen kann Vielen Dank dafür Das ist gar kein Problem Komm Geh mit etwas giftigem spielen Nein, nein Ich werde jetzt mit meinem Ausbilder für Ränkespiele sprechen Und den Praxisfall besprechen Wie kann ich jemanden Der mich verärgert hat Nun Das Problem lösen Das kriegen wir hin Bin ich ziemlich zuversichtlich Usopator löst alle Probleme Und alle Gedanken Und dann hatte ich mal auch die Sachen Und die Klamotten Die Klamotten? Moment Die Klamotten Ah, ich sehe Da habe ich jemanden getroffen Der durchaus bereit ist darüber zu sprechen Aber bitte nicht anschauen, ja? Nicht angucken Ich mag das nicht, wenn man mich so direkt anschaut Ich schaue immer Gen unten Wo ist eigentlich unten? Unten ist dort, wo oben wiederum nicht ist Ich habe etwas Philosophie bei meinem Vater studiert Er war ziemlich seltsam manchmal Ich habe euren Vater stets bewundert Er war ein weißer Mann Und ein weißer Mann Das stimmt Aber mein Vater ist nun tot Es hat alles keinen Sinn mehr Das Leben Es ist doch wirklich nicht da Um gefeiert zu werden Es ist seine einzige Schmach Malte war doch der da drin Sagt Wollet ihr gemeinsam zur Schlacht ziehen? Wo genau meint ihr? Da, wo es Unser 1 Hinziehen sollte Sonst kommt kurz nach Konstantinopel Und Ich bin da nicht da Weil mir dann zu viele Menschen dort sind Aber Dann können wir diese Stadt schneller einnehmen Das Die Hauptstadt Ich eile Ich eile Ja, nicht so schnell Ich muss erst wegreiten Das sind mir sonst zu viele Leute So sei es Habt ihr auch manchmal das Gefühl Dass ihr nicht ihr selbst seid Obwohl ihr ihr selbst seid? Dass jemand anderes in euch steckt? Obwohl es nicht so ist? Nein Dieser Verdacht Beschleicht mich nur Wenn bestimmte Gestalten Aus dem Norden In der Nähe sind Was ist der Norden? Der Norden ist so grau und dunkel Es hat Alex keinen Sinn Ich werde jetzt Unserpator trinken Das ist stets Eine gute Idee Wie auch euer Vater Schon zu sagen pflegte Ich werde nun Meinen Sohn In die Schlacht schicken Und seine Eignung Im Unterzahlkampf Überprüfen Seine 69 starken Mannen Und er selbst An der Front Sollten Diese läppische Übermacht Von 7000 Soldaten Mit Leichtigkeit Übertölpeln können Sonst ist er der Krone Nicht würdig Ihr seid wohl Wahrlich ein guter Stratege Als Meisterhafter Stratege Kann ich euch mitteilen Das ist sehr intelligent Was ihr dort macht Ich danke euch Schlachtenplanung ist Wahrlich nicht mein Vorteil Ich sehe mich eher In der Verwaltung Sie sollten Bücher schreiben Es ist sehr intelligent Nur nicht um die Schlacht zu gewinnen Aber um den Sohn loszuwerden Bitte was? Was ist denn das für ein Haltloser Vorwurf? Ich bitte euch Selbst Väter tönen ihre Kinder Nein so etwas Schändliches Würde ich niemals tun Natürlich nicht Hier spricht Despot Grassus Ich bin immer noch auf der Suche Nach einer Frau Aber sollte es in diesen Kreisen Keine ehrbare Dame geben Die sich in der Verwaltung auskennt Und durchaus von schönem Anklitz ist Dann werde ich in der weiten Welt Noch einmal schauen Ähm Meine Kinder sind alle Soweit Verbraucht Schönheit liegt doch Im Auge des Betrachters Aber das Auge Betrachtet uns Immer als schädlich Ich habe noch eine Schwester Falls ihr möchtet Ne eine Tochter Ach es ist doch alles dasselbe Eine Tochter Ihr habt doch nach einer Frau gefragt Oder? Ja Also Ich will jetzt ja nicht Also Ich habe auch noch eine schöne Frau Ihr könnt doch auf meine Armeen verzichten So ist es nicht Ist auch wieder wahr Nein Das Also diese Beleidigung Lass ich mir nicht bieten Komm her Tochter Oh Gott Ist das wirklich meine Tochter? Das habe ich mir auch Also ja Also ich wollte nicht so viel Aber ja Schlachtschlagende Menschen Ich sperre sie ein Schlachtschlagende Menschen Wir haben ein Friedensangebot Des Kaisers vorliegen Sollten wir dies annehmen? Was bietet er denn? Er bietet uns nicht umzubringen Wir sind aber davor zu gewinnen Das ist wohl Wobei Nicht mehr so ganz Wobei Wenn alle Armeen einzeln Gerade da reinlaufen Natürlich Aber was bin ich schon Als brillanter Stratege Für einer? Äh Despot Franzos Jawohl Äh Ich habe Eine Ich war bei euch vor kurzem zu Gast Und ich habe da Eine Höflingsdame Gesehen Die Mir durchaus ins Auge gefallen ist Alexandra war ihr Name Meint ihr Ihr könntet mir erlauben Diese Schöne Frau Zu ehelichen Nun Für eine zukünftige Freundschaft Weiterhin zwischen unseren Häusern Shit Ja Im Austausch für eine Versicherung Dass die aktuellen Grenzen Auch für die nächste Generation gelten Sehr gern Selbstverständlich Das werden wir gerne so tun So sei es Sehr schön Sehr schön Dann Kutscher Ja mein Herr Ich würde gerne einmal mit dem Großen sprechen Der große Kahn von Kahn 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 Kommen dort die Schiffe Kahn her Einer Gefangennahme zu entgehen Habe ich ihn enterbt Möge er im Kerker Vaterken Du bist so traurig So viel zu so eine Schandtat Würde ich niemals tun Äh Würde ich auch nicht Werter Franz Was habt ihr Habt ihr das akzeptiert Was wir euch Vorgelegt haben Mit eurer Höflingsdame Ich sehe aktuell Kein Pergament Das eine Anfrage Darstellt Hm Ähm Lux Papadopoulos Eros Talis der Zweite Aha Ich wäre bereit Jetzt Dann bringen sie mich dort hin Aber dunkeln sie bitte die Kutsche ab Damit ich nicht gesehen werde Natürlich Dann werde ich das Dokument Nochmal euch Vorlegen Werter Franzos So sei es Vielleicht habt ihr jetzt ein Auge dafür Vielen Dank Vielen Dank Nun Wie ich sehe Sehe ich dies Ich nehme So hat es halt an Alexandra Gehe mit Gott Und ähm König Klassos Sehr gut Sehr gut Sehr gut Dann werde ich mich doch gleich mal mit ihr In unsere Gemälde zurückziehen Viel Spaß Äh ich meine Viel Erfolg Äh ich meine Ähm Gehabt euch wohl Ja äh Schon habe ich nur noch einen Erben Simeon Anzusprechen Der darf aber jetzt nicht sterben Sonst bin ich Game over Wohl nicht Oh Mächte vor Konstantinopel So helft ihr so hell So helft doch heute ein Bündnis Wieso wird Wieso wird eigentlich Das ist ein Bündnis Hässlichkeit, dass er nur von Khan Talislav abstammen kann. Oh mein Gott, er hat meine eigene Mutter so geschändet und und er heißt auch noch Kaisarius. Oh Gottes Willen. Aber möchte den jemand heiraten? Ähm Nein. Ist so unfassbar hässlich. Möchte den jemand heiraten? Ich werde mich jetzt einer sehr, sehr experimentellen und aggressiven Behandlung unterziehen, da mich eine Krankheit ereilt hat. Oh nein, ich drücke den Daumen. Das hört sich aber gefährlich an, da wäre ich sehr vorsichtig, ja. Werte des Brot Franzus, der König Georgiens Ist das eine Fehlbehandlung? Der König Georgiens lässt anfragen, ob ihr zu Gesprächen bereit seid. Selbstverständlich gern. Wunderbar. Bevor ich mich weggeleiten lasse, ich habe eine Eilmeldung, eine wichtige und dringende Eilmeldung an den Nachfahren des Pit, den Usomeister bezüglich des Friedens. Er möge sofort erscheinen. Es ist eine kriegsentscheidende Situation. Ich freue mich wieder besser. Gesundheit möchte ich nur kurz äh... ... Zeitpunkt für eine Unterredung. Mein guter Mann, ihr kennt mich vielleicht noch nicht. Ich bin ein erst frisch ins byzantinische Kaiserreich äh... ...gekommener ähm... ...fürst. Doch meine Linie lässt sich zurückführen auf den Kaiser Maurykios vor Hunderten von Jahren und so, bin ich frisch heimgekehrt, um zu sehen, dass das Land sich äh... in Aufruhr befindet und dass ich glaube, in euch eine verwandte Seele zu erkennen, die sich eine stärkere Herrschaft wünschte, als ein fünfjähriges Kind an der Macht. Ist dem nicht so? Ja, durchaus, durchaus. Die aktuelle Herrschaft ist sehr unbefriedigend. Es gibt leider nicht mehr die von mir verlangten Pimmelabschneidungen bei ungläubigen und unzüchtigen Feinden von nah und fern und dies finde ich sehr bedauerlich. In der alten Zeit war alles besser, findet ihr nicht auch? So ist es. So ist es. Nun... Mein... Mein guter Mann, es ergibt sich, dass ich möglicherweise im Besitz von Dokumenten bin, die beweisen, dass ich der rechtmäßige Abkömmling des alten Kaisers Maurikius bin und einen Anspruch besitze auf diesen Titel. Ist dem so? Einen Anspruch auf den Kaiser-Titel? Dem ist so. Und ich dachte mir, möglicherweise könnten wir übereinkommen, dass es doch in aller Interesse wäre, wenn ein erfahrener Fürst das Zepter übernehmen würde, wie es ja auch euer Interesse zu sein schien und kein fünfjähriger Unfruchtbarer die Geschicke des Landes in der Hand hält. Nun, erfahrt, dann sind wir ja wohl beide, da stimmt ihr mir vielleicht zu, wir sind ja vom selben Baujahr, wie ich sehe. In der Tat, in der Tat. Ein wahrlich gutes Baujahr, dieses. Nun, es befällt sich folgendermaßen. aktuell bin ich mit meinem Königreich, man mag es kaum glauben, zufrieden und möchte dies eigentlich auch nicht großartig weiter ausbauen, denn mir ist eine Sache viel wichtiger, nämlich die Bedrohung aus dem Osten. Sagt, wenn ihr Kaiser werden würdet, was wäre euer Plan Grande gegen das Reich aus dem Osten? Ich muss kurz unterbrechen, Entschuldigung. Maurice, wenn du hier fertig bist, kannst du ab jetzt in den Byzanz-Channel kommen, bist du ja jetzt Teil davon. Ah, ja. Also dann auch an den Kutscher, kannst du dann dahin zurück kommen. Gut, ich bin wieder weg. Jawohl. Jupp, wird erledigt. Nun, mir scheint, das Seltsukenreich, einerseits muss es geschwächt werden, ich sehe, es ist sogar ein wenig geschwächt worden durch den Tod des alten Sultans vor kurzer Zeit, und andererseits bringe ich bereits den Sultan, den Khan Archikan noch als Verbündeten aus dem Norden mit, der uns möglicherweise zur Seite stehen könnte gegen jene Bedrohung, denn in der aktuellen Lage, dies seht ihr ja genau wie ich, ist selbst ein starkes vereintes Kaiserreich dem Feind noch unterlegen und so gilt es, weitere Bündnisse zu schmieden, um dieser Bedrohung Herr zu werden, doch zweifellos sind wir uns alle einig, dass gegen das Seltsukenreich vorgegangen werden muss. Selbstverständlich, diesen ungläubigen und ungehaltenen, dem Alkohol entschwörernden Schuften solle der Pimmel abfallen durch das Schwert meiner Hand. Wahrlich. Nun, ich schlage folgendes vor, die Kaiserwürde soll gerne die Euter sein, solange ich über Anatolikon und Nikea herrschen darf. Das ist mein Vorschlag. Nun, äh, dies scheint mir ein sehr vernünftiger Vorschlag. Despot Zacharias von Nikea. Ich will offen mit euch sprechen. Seine Mutter, sie trat mit unverschämten Anforderungen an mich heran. Sie wollte doch tatsächlich ihre unzüchtige Bastardtochter mit meinem Erben verheiraten. Und, ähm, solltet ihr euch Nikea unter den Nagel reißen wollen, so bin ich der Meinung, ist es dann nur unter besserer Herrschaft als Gipfel veranstalten wollen, um einig zu werden, vor allem auch natürlich mit eurem Verbündeten aus dem Norden, denn ich denke, da gibt es auch noch einige kulturelle Unterschiede, da man sich einig werden sollte, denn ich will unmöglicherweise einem Verbündeten den Pimmel abschlagen, das würde mir fernlegen. Nein, wir werden bei den Seltsuken sicher genug für euch finden. Ein Gipfel erscheint mir eine treffliche Idee. Werter Kutscher, könntet ihr vielleicht den Usupator trinkenden Dux Konstantinos, den Archikan aus dem Norden und Crassus von den Julian einladen zu diesem Gipfel? Sehr wohl, gedenkt ihr diesen Gipfel direkt abzuhalten oder? Ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt oder was meint ihr, mein guter Freund? So sei es, je früher diese Angelegenheit endlich in Stein gemeißelt wird, desto besser, wir werden ja schließlich auch nicht jünger. Wahrlich. Sehr wohl, ich wiederhole nochmal den großen Archikan, den oh Gott, jetzt muss ich mal gucken. den Dispo Dispo Crassus und wer war die dritte Person? Dux Konstantinos, jener, der sich gerne mit dem Weine und dem Alkohol vergnügt. Nein, Dux Papa Papadou Polos, verzeih. Den zweiten, ja, sehr wohl. Jener mit dem sonderbaren Namen. Ich eile von dann. Ich danke euch. Ich muss euch allerdings vorwarnen, der Junior des alten Usu Dux ist nicht mehr das, was der Vater einst versprach. Er scheint von seltsamer Natur zu sein. Seine Gedanken, sie driften ab, mitten im Gespräch zu dunklen, dunklen Ecken des Verstandes. Wahrlich. Ich sprach bereits mit ihm kurz nach seiner Macht antritt und er wirkte mir etwas schüchtern, aber noch vernünftig möglicherweise haben sich Dinge seitdem ergeben. Ihr habt nach mir geschrien? So ist es. Ich grüße euch, mein guter Freund. Ich habe bereits mit Fürst Franzos hier gesprochen und weitere Verbündete eingeladen, die bald eintreffen. Es gilt, Nägel mit Köpfen zu machen, was unsere Pläne für das byzantinische Kaiserreich angeht. Denn die Fertigung meiner authentischen Anspruchsdokumente ist beinahe vollzogen und dann werden wir losschlagen können. Darf ich kurz stören? Jawohl. Herrscher Franzos, ich zitiere, Herrscher Franzos von Antonolili, Papadopoulos, Eros Thales, der Zweite, wünscht ein Gespräch mit euch beizeiten. Er solle diesem Gespräch nun sofort beitreten. Wir haben nämlich auch mit ihm Sachen zu bereden. Wahrlich? Natürlich. Wie trefflich sich all dies trifft. Mein guter Archie Kahn, wir bleiben natürlich bei unserem Versprechen, das solltet ihr den Plan unterstützen, wir die Gebiete auf der Krim nun, ich sage mal, freigeben werden. Ich grüße euch, mein Freund. Bitte nicht anschauen, bitte. Nein, nein, wir schauen alle den großen Archie Kahn an, denn er wird sehen zu werden. Archie Kahn, ihn kenne ich. Ich habe gerade die schändlichen Nachbarn von Papadopoulos den Zweiten etwas geplündert und bin gerade, renne gerade durch Byzanz und hinter mir sind wild schreiende Horden. Werter, Werter Archie Kahn, sofern ihr davon ablassen könntet, meine bald mit euch verbündeten Lande zu plündern, werter, wie es entgegen kommt. Ich renne um mein Leben, anscheinend sind meine Urlaubstruppen nicht gerne gesehen, ich renne nur durch, keine Sorge, das Plündern ist erledigt, oh Gott, er kommt immer näher, er kommt näher, der Kindskönig. Der Kindskönig, er kann schon laufen. Der Mä, das Kindskönig verfolgt mich, er lässt nicht ab, lass doch ab. Meine schönen Geldbeutel, ich kann sie doch nicht zurücklassen. Meine guten Freunde, der Anspruch steht, der Anspruch steht. Ich denke, es wird Zeit für einen neuen Kaiser, einen starken Kaiser. König in Bezant. Das ist wohl wahr, solange mein starkes Königreich noch ein zweites dazu bekommt, ist es mir recht, dass ein... Ja, bitte? Franzos, ich würde gerne vorher auch einen Königstitel für mich noch beanspruchen, bevor ihr euch ausweitet. Nun, das könnt ihr gerne tun, solange es nicht der von Nikkeia ist. Okay, da kommen wir gut ins Gespräch. Ich will nur nördlich von Konstantinopel sein. Dies soll euch in der Tat gebühren, wie es sich geziemt. Nun, das ist auch mein alleiniger Anspruch. Nikkeia und Anatolikon sollen dem Hause Radler dazugehören. Weitere westliche oder östliche Ausdehnungen habe ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht Ich habe es geschafft. Ist das Despot Crassus sehr wichtig? Nun, militärisch wohl kaum. Für unsere Bemühungen oder darf ich hier kurz anhalten? Es schien mir als würde er sie unterstützen, doch sind wir auch ohne ihn stark genug, doch er ist unsere Sache gewogen, dies weiß ich bereits. Na gut. Das Brot Franzos mir scheint es wäre opportun noch ein Bündnis durch Heirat zu schmieden. So ist es. Leider sind die meisten meiner Kinder durch unglückliche Umstände oder tapfere Heldentaten in kriegerischen Kampagnen ums Leben gekommen. Aber mir scheint ich habe eventuell noch Einen Enkel habt ihr? Einen Enkel? So ist es. Ich sehe doch, so wartet einen Moment, lasst mich meine eigenen Familienverhältnisse mir noch einmal vergegenwärtigen. Meine eigene Enkelin Konstantia ist gar ein Genie und würde eine treffliche Partie für euren Erben abgeben. Wohl wahr, wohl wahr, der Enkel Möge heiraten wollen. Habe ja doch keine andere Wahl. Tatsächlich wollte ich wegen dieser Partie ebenfalls mit euch reden. Ob wir über Heirat ein Bündnis eingehen könnten, aber wenn natürlich der großartige auch ist. Ich meinte den Despot Franz aber ich lasse euch dort den Vortritt damit ihr natürlich dort die Kaiserkrone bekommt und mich keiner anguckt. Frage mich nur gerade, ob dies uns auch formell verbünden würde, wenn es unsere Enkel sind. Ich wurde ebenfalls hierher berufen, wurde mir gesagt vom Kutscher. Der König von Pontus ist hier. Ich grüße euch, mein guter Freund. Die letzten Phasen des Plans beginnen. Der Anspruch auf die Kaiserkrone ist rechtmäßig der meinige. Diese Verbündeten hier sind unserer Sache gewogen und gemeinsam werden wir das Gleichgewicht beherstellen. Ja, sehr gut, sehr gut. Ich habe übrigens auch eine Tochter nun meinen eigenen, Helena, sehr schön. Ich bin immer noch dabei, Bündnisse zu schmieden und eine Schwester, falls dies also notwendig wäre. großartig. Ich habe eine Fraktion gegründet, der ihr beitreten könnt. Auf diese Weise umgehen wir vielleicht den Mangel an Kindern in unseren verschiedenen Häusern. So sei es. Also ich möchte festhalten, dass die letzte Fraktion, die ein Kind Kaiser einfach nur wegbekommen wollte, äußerst unerfolgreich war. Ja, und wo war, doch nur weil der Anspruchsteller mittendrin starb. Absolut. Und damit ein Großteil der Armeen weggefallen ist, das habe ich als brillanter Stratege direkt analysieren können. Doch nun. Nun, ich werde meinen Forderungen Nachdruck verleihen. Als zukünftiger König von Nikea und Anatolikon trete ich dem Anspruch des neuen Kaisertums unter das Boot Mautikios dem missgünstigen Fehler von Georgien bei. Großartig. Möge die Besetzung der heiligen Städte von Kerch beendet werden. Wieder mit dem Kindskönig. Bevor ihr loslegt, werte Herrschaften, setzt euch nochmal kurz an diesen Tisch. Genau dort. Nehmt Platz. Gemeinsam. Nehmt Platz. Ich möchte euch gerne die neueste Kreation aus dem Hause von Papadopoulos Icarus Eros Thales Akkukukopa aber dieses Mal dem zweiten vorstellen. Seid ihr bereit dafür, dieses neue Getränk zu verköstigen? Es nennt sich Kaffee. Haben Sie schon mal davon gehört? Das klingt großartig. Ich habe eine medizinische Nachfrage. Lässt sich dieses Getränk auch mit dem Verbrauch von Haschisch Keksen kombinieren? Ja, man kann diese sogar da reintunken und dann schmecken sie umso vorzüglicher. Höchst interessant. Wie steht denn das weibliche Geschlecht zu diesem Kaffee? Könnte das eventuell helfen, die eine oder andere Dame zu verführen? Es kommt drauf an, ob sie es am Abend trinken und sich nicht die Zähne putzen. Am nächsten Tag könnte es wahrscheinlich zu deutlich mehr Fruchtbarkeit führen. Interessant, interessant. Setzen Sie sich, nehmen Sie einen Schluck. Hier, bitte schön, ich schütte ihn mal ein bisschen was ein. Seien Sie doch vorsichtig, das ist ja heiß. Meine Güte. Warten Sie, ich reibe Ihnen über die Beine. Ah, da war es. Gott. Oh. Bitte? Archikan, Kutschaf, fahr mich hier weg. Kutschaf, schnell. Gute Freunde, wollen wir nicht, dies muss wohl der gute Fürst Franz tun. Nebenbei mal unseren Anspruch durchsetzen. Nebenbei, jetzt müssen wir uns doch das erstmal anschauen. Also erstmal wollten wir noch festhalten, dass auch die Julia natürlich wie schon unter meinem Vater und Großvater dem Wunsch nachkommen, einen starken Kaiser zu haben und natürlich ihr derjenige sein sollt. Aber sollten es nicht noch mehr Mitglieder sein? Meint ihr nicht, wir werden noch mehr finden oder sind wir schon alle zum Krieg kommen, werden wir immer noch den großen Archikan mit dazu rufen können und meine Agenten kümmerten sich so eben um das Bündnis des Kaisers den letzten Anspruch ein wenig erschwerte und ich kann euch versichern, dass dieses Bündnis nun nicht mehr besteht. Unsere Stärke nicht schon groß genug, wenn ich unsere Armeen so anschaue? Ich glaube, es ist mehr als ausreichend. 9500. Aber was ist denn nun mit dem Herren des Kaffees? Wollte dieser sich nicht auch anschließen? Natürlich, ich bin ebenfalls mit dabei, ich bin mit dem Graf Maurikius, entschuldigen Sie, Despot Maurikius, bereits verbündet. Doch seid ihr noch nicht der Fraktion bei? Genau, ihr müsst der Fraktion beitreten. Mein werter Freund, Entschuldigt. Wäre so un... Schamper, Dankeschön. Die Fünfer wollen wir Reiner. Hände hat die so schnell einmal wackeln. Bitte, nicht die Hände erwähnen. Trinken wir doch erstmal jetzt diesen Kaffee. Bitte. Trinken Sie, verköstigen Sie ihn. So sei es. Oh, ich glaube... Nicht so schnell, es ist ein bisschen heiß. Ich glaube, ich muss nun die Toilette aussuchen. Dieser ist Getränkschein eine abführte Wirkung zu haben. Oh ja, ich nenne es auch das elixierende Herrscher. Aber ein bisschen bitter oder ähnlich, ich weiß auch nicht. Meint jemand, kann da noch irgendwas machen, das ja mal ein bisschen besser schmeckt? Oh ja, dann werde ich noch ein bisschen Zucker hinzufügen. Und Milch. Wir nehmen Ziegenmilch bei uns in der Region. Milch und Zucker, probieren wir doch mal beides, ja? Denken Sie daran, am effektivsten werden Sie in der Herrschaft, wenn Sie davon drei Tassen schnell hintereinander trinken? Dann werde ich genau dies tun. Ich fühle mich voller Energie, wie ich schon lange nicht mehr tat. Oh ja, ich auch. Ich glaube, ich muss meine Frau gleich mal aufsuchen. Werte Mitverschwörer, ich habe nun noch eine weitere Anfrage, ein weiteres Anliegen, denn im Westen befindet sich eine weitere Herrscher, der großen byzantinischen Häuser, die Despotissa Katharina. Was soll mit ihr geschehen? Das ist wahrlich ein Punkt, über den auch wir sprechen möchten aus dem Hause Pontus, denn ich habe das Gefühl, ähm, Despotissa Katharina, ist es nicht Despot Zacharias, der mittlerweile dort... Nein, es ist noch Katharina, wie mir scheint. Katharina? Katharina, die Stolpernde von Hellas. Ihr redet von Hellas, entschuldigt, ich dachte, ihr redet von Nikea, darüber müssen wir nämlich auch noch sprechen. Aber ja, Hellas, also mein Vater und auch mein Großvater erzählt mir immer nur Gutes, ähm, sie waren immer stolze und treue Bündnispartner und haben durchaus viele starke Truppen. Nun, über Nikea hatten wir ja schon gesprochen, äh, im Grunde werde ich dort meinen gottgleichen Anspruch durchsetzen, sobald die Kaiserkrone durchgewandert ist. Wann haben wir über, wann haben wir über Nikea gesprochen? Ähm, so eben. Ihr wart, ihr wart noch nicht zugegen. Ja, dann möchte ich das nochmal festhalten, Pontus, äh, sieht ebenfalls es als einfach fair und ehrenhaft, wenn Nikea aufgeteilt wird zwischen den Ehrenwerten Häusern, Radler und Julia. Das wäre das Fährste, was gemacht werden kann. Ich interveniere als byzantinischer Herrscher dagegen. Dies würde die Macht von zwei Häusern stärken anstatt von einem. So ist es, das ist mathematisch alleine schon nicht tragbar. Es ist vielleicht weniger starke Häuser zu haben. Wartet mal, das heißt, ihr fändet es besser, wenn einer übermächtig wird im Vergleich zu einem Kräftegleichgewicht aus zwei Häusern? Mein werter König Krassus, ich bin Händler, ich bin immer fürs Monopol. Das macht überhaupt keinen Sinn, also nein, also ich bitte euch, werter Herr Ratsack. Das ist doch durchaus legitim, dass wir dieses Gebiet aufteilen wollen in unsere Einflusssphären. Wir der Norden und sie dem Süden, das wäre doch durchaus angemessene und sinnvolle Grenzen. Ich erbitte da auch durchaus die Unterstützung des Werten des Potmaurikius, der mich so hervorragend ausgebildet hat. Hört, hört, weil ich keine Doppelspitze funktioniert nie. Ich möchte euch noch einmal an euer junges Alter und die fehlende Erfahrung erinnern. Vielleicht solltet ihr euch in staatsmännischen Angelegenheiten vom Despot Mautikius weise beraten lassen. Wohlan. Nun, mir scheint eine gewisse Gerechtigkeit ist darin zu finden, dass auch die Julia einen Teil der Territorien bekommen, doch soll nicht außer Acht gelassen werden, dass das Hause Radler doppelt so viele Truppen in diese Allianz bringt und deswegen auch einen Anspruch auf zwei Drittel der Gebiete hätte. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal anmerken, dass ich zudem einen Kriegerorden gegen die Ungläubigen gegründet habe, welcher auch eine bereits beträchtliche Truppenstärke vorweisen kann. Sehr gut. Dann darf ich auch nochmal anregen, dass mein Großvater schon gegen die Ungläubigen gekämpft hat und dass wir auch bitter und am härtesten geblutet haben, die Julia an unseren Grenzen und auch wertvolle Gebiete verloren haben. Aber ich verstehe, was unser zukünftiger Herrscher sagt und ich fände es eine gütliche Einigung, wenn wir die Grenzen so festsetzen, dass das Herzogtum Palavuni und das sehr kleine Herzogtum Optimatoi den Juliern zugesprochen werden, dann würden wir es akzeptieren, dass die größeren restlichen drei Herzogtümer an Anatolikon fallen und wir somit in Zukunft weiterhin stark miteinander verbündet sind und Seite an Seite kämpfen gegen die Seltschuken. Aber ich möchte an dieser Stelle noch mal intervenieren. Graf König Franzos, überlegt es euch noch mal ganz genau. Ihr seid, was interessiert euch das Geschwafel von gestern von dem Königshause von Pontus? Das ist doch altes, altes Weibergewäsch. Alt, Haus, Sie wissen dieses Sprichwort, Sie kennen dies doch schon. Ich bin überrascht, wie gut Sie sprechen können. Allerdings, meine Freunde, ich erinnere nur, dass wir alle nicht mehr die Jüngsten sind, außer Krassos. Ich glaube, wir sollten allmählich den Plan in Bewegung setzen. Ich möchte das aber jetzt durchaus festgezurrt haben, denn ich finde, wir sollten hier einer Meinung sein und mit einer Stimme sprechen. Was sagt ihr zu jenem Abschluss? Ich habe einen abschließenden Vorschlag, der einer gütigen Einigung vielleicht auch hilfreich wäre. Ich bin schon alt, mein Sohn wird jung sein und ich denke, zu viele Provinzen sollte er auch nicht übersehen dürfen, denn auch ich habe einst klein angefangen, mit einer Körpergröße von ungefähr 1,60. Und deswegen habe ich folgenden Vorschlag. Ihr solltet im Hause der Julia, Optimatoi und Palavuni haben. Ich werde über Obsikion, Tarkision und Ephesos hinaussehen und werde in meinem gottgleichen Anrecht und um natürlich auch die werten Herren Liebenden des Kaffeegetränks nicht zu enttäuschen, Zypern im Zuge des Ganzen auch noch mir einverleiben. Das soll ein gütiges Angebot sein, meinerseits. Ja, dagegen haben wir nichts einzurichten. Ausgezeichnet. Es freut mich, dass wir uns einigen konnten, denn mein Vater hatte eigentlich immer nur das Beste von euch erzählt, Werter Despot Franzos aus dem Geschlechterradler, dass wir immer gut zusammengearbeitet und nebeneinander gut koexistiert haben und ich denke, das muss es auch in Zukunft sein, wenn wir gegen die Seltschuken mit einer Faust gemeinsam schlagen wollen. So ist es. Nun denn, Franzos, so stellt unseren Anspruch. So sei es. Auf das Königreich, das uns ereilen wird. In der Tat. Und das Kaiserreich. Und noch mal einen Schluck Osopato für alle. Bitte schön. Hier, nehmen Sie ruhig einen herzhaften Schluck alle. Direkt auf den Kaffee. Ja, dies klingt mir sehr gesund. Das ist sehr schön. Diese merken das Herz danach richtig. Zum Wohle. Die Vorderungen werden durchgesetzt. Los geht es. Großartig. Ob er sich wohl überhaupt wagen wird, uns zu widersetzen, der Kindkaiser? Wohl wahr. Vielleicht würde er es einfach akzeptieren. Das wäre das Beste für ihn. Er lehnt es ab. Wir sind im Krieg. Er lehnt es ab. Er will den Krieg nun gut. Wo sammeln wir? Der Krieg kommt. Wo wollen wir uns sammeln, meine werten Herren? Der Kaiser wird schnell auf meine Region vormarschieren. So sei es. Die Hauptmacht des Kaisers ist in Thakien. Meine Truppen sind an der Grenze zu Anatolikon ausgehoben. Und aus dem Osten kommt Norikius. Meine Armee benötigt eine Koordinate. Ich muss mein Königreich vorerst in Frieden lassen. Ansonsten wird der Kaiser mich überrennen mit meiner Armee. Am besten marschieren wir direkt auf seine Hauptstadt. Dann beginnen wir mit einer Belagerung Richtung Westen. Ja. Ich bitte euch, meine Armeen ein bisschen zu leiten, denn ich bin zwar in der Verwaltung gewandt, aber von Heeresführung verstehe ich eher nichts. Nun, ich denke, der gute Fürst Papadopoulos wird uns hier anleiten können, denn er ist ein wahrlich erprobter Kriegsherrl. Aber bitte nicht anschauen dabei. Sie hören mich einfach aus ihrem Rücken heraus. Wir sollten durchaus uns schnellstmöglich vorbewegen Richtung Konstantinopel. Und dort versuchen den den Kaiser dieses Kind gefangen zu nehmen. Ja. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Meine Truppen, die Julia, werden direkt eine Festung in Heraklia belagern. Danach stehen nur noch zwei, drei Festungen bis Byzanz. Das ist, denke ich, der schnellste Weg, den wir wählen. Großartig. Ich bewege mich auf Konstantinopel vor. Ich benötige jedoch vielleicht schnell Unterstützung, je nachdem, wo seine Armee sich hinbewegen wird. Ich eile in Konstantinopel. Okay. Ich brauche etwas länger, da mein Land an der Grenze des Reiches liegt. Doch bin ich ebenfalls auf dem Weg. Und so soll sich das Schicksal dieser Lande in Konstantinopel entscheiden. Über mir scheint den großen Archikan kann ich tatsächlich nicht in den Krieg rufen, wenn dies eine interne Angelegenheit des Reiches ist. Hatten wir uns schon gedacht, deswegen hatten wir noch einmal wegen der genauen Stärke nachgefragt. Aber nun gut, wir werden das sicherlich auch so klagen. überlegen, meine Freunde. Das glauben wir auch. Was soll er uns entgegensetzen? Vielleicht kann er. Ein unerfahrenes Kind, ohne Verbündete. Aber er hat einen guten Rat, so wie dies ausschaut. Der Narr, ich sitze in seinem Rat, ich saß. Ihr seid wirklich brillant. Dieser Narr hat mir vertraut. Das zeigt, wie unwürdig er ist, das Reich zu regieren. Wollt ihr damit etwas sagen, dass wir Narren sind, euch zu vertrauen? Nein, ihr nicht, denn ihr seid keine schwachen Herrscher. Das ist wohl wahr. Ich drücke mindestens zwei Ochsen auf der Bank und das im hohen Alter. Zwei Ochsen? Nein, das Reich muss von guten Herrschern und einem starken Fürsten regiert werden. Dies sind wir alle, dies ist er nicht. Das unterscheidet uns. Entschuldigen Sie die Störung, meine Herren. Ich hätte eine Anfrage an den Herzog Dux Papadopoulos. Ja. Von dem Sultan Altair Ali von dem Abab-Sultanat. Er möchte mit mir korrespondieren? Genau. Sagen Sie ihm, sobald der Krieg in meinem Heimatland vorbei ist, werde ich mich erneut an ihn pennen. Okay, das werde ich so ausrichten. Vielen Dank. Einen schönen Tag noch. Wünsche ich Ihnen auch und bitte nicht angucken, wenn Sie mit mir sprechen. Gewiss. Vielleicht möge der Antje Kania zum Plündern vorbeikommen. Dies ist eine interessante Idee. Ich werde sie ihm überbringen und bin gleich wieder da. Ja, das wäre hervorragend. Durchaus, durchaus. Ich belegere Konstantinopel mit noch irgendjemanden von euch. Ja, ich bin dabei zu Gange. Ach, das habe ich an den Eunuchen erkannt. Sehr schön. Nun, die Eunuchen sind ja nicht in meiner Armee befindlich. Die Eunuchen werden aber bald überall in Konstantinopel zu finden sein. Das ist gut. Somit mehr Frauen für uns. Ausgezeichnet. Mir gefällt, wie sie denken. Ausgezeichnet. Er macht uns ebenfalls zu Eunuchen. Nein, das, also, also, das würde ich niemals tun. Ehrbare Häuser mit solch langer Kultur werden natürlich nicht entpimmelt. Was soll ich denn dann sonst beim Leben noch anfangen? Also, wenn ich nicht regelmäßig mit, also, sie haben vorhin von Stärke gesprochen. Ich kann nicht zwei Ochsen heben, aber ich habe es durchaus schon geschafft mit sieben Frauen, also hintereinander, also, ja. Also haben sie etwas anderes gehoben? Wohl an. Ja, ja, durchaus, durchaus. Aber auch mit Frau hat das Leben doch keinen Sinn. Es ist alles sinnlos und barbarisch. Mein junger Vater. Ich bin auch wieder gesund geworden. Ich war leider von einer Krankheit betroffen. Ja, freulich zu hören, dass ihr euch gute Gesundheit wenn man sehr viel rumkommt mit vielen Frauen, ja, naja, nur gut. Ja. Das Alter, es holt mich langsam. Ich sehe nicht mehr so klar. Nehmt mal dieses Glas und haltet es euch vor den Augen. Seht ihr besser? Ich sehe nun drei Gläser. Was soll dies bedeuten? Okay, ja, sie werden bald sterben. Oh. Ich habe mal einen Kurs in, äh, in, äh, Humanmedizin belegt. Ich kann das durchaus verifizieren. Wohl an. Das bereitet mir doch große Sorge. Aber zum Glück habe ich ja noch Erben, die nach meinem Versterben hoffentlich diese wohligen Bande fortführen können, die wir stets gepflegt haben. Shit, ich brauche einen neuen Arzt. König Franzos, während wir hier so vor den Mauern stehen, sollten wir uns da nicht einen Usurpator genehmigen? Selbstverständlich gerne. Meine Gesundheit schwächelt zwar, aber das soll mich natürlich nicht vom Genuss gesunder Getränke abhalten. Das konserviert von innen. Ich, äh, werde meinen Diener mal rüberschicken, damit ich Ihnen das nicht persönlich geben muss. Los, bitteschön. Ich danke euch. Zum Wohle. Zum Wohle. Auf mich. Auf ein wenig klebendes Röhrer. Genau, das... Oh, ja, das... Es darf nicht in die falsche Röhre kommen, nicht? Mit falschen Röhren kennen Sie sich aus. Das ist, äh, korrekt. Meine guten Freunde, der Kahn wird sich bald auf Plündertour begeben, um unsere Feinde weiter zu schwächen. Sehr gut. Sehr gut. Urlaub. Hervorragende Nachrichten. Weil sehe ich, dass Konstantinopel uns gehört. Es ist gefallen. Großartig. Aber wir haben scheinbar den Kaiser nicht gefangen nehmen können. Er scheint geflohen zu sein, dieser Feigling. Den falschen Kaiser, meint ihr? Den falschen. Den falschen Kaiser. Den falschen und schwachen Usupator. Cool, abig. Was geht ab? Also ich meine, ein Mann, der keine Kinder zeugen kann, also... Jungen. Ja, so etwas kommt mir nicht bekannt vor. Nein, ich weiß nicht, wo von ihr redet. Mein Herzog looks Papadopoulos. Ja. Entschuldigen Sie. Ich habe hier ein Geschenk. Ja, wie Sieg. Let's go. Nein. Dem Sultan Sultan Alter Ali. Und zwar ist es ein öder Altar. Ein öder Altar? Genau. Oder Öde Altar ist ein Getränk. Mit den Worten Euer Vater war ein guter Verbündeter und ihm dies als Geschenk, damit wir auch im Geruch zusammen verbündet sind. Der ist vergiftet. Sagt was nehmt ihr für Geschenke an von Ungläubigen? Mir wurde es in die Hand gedrückt. König Franzos, möchten Sie einen Schluck trinken? Nein, ich habe dafür Vorkoster. Vorkoster? Holt den Vorkoster von König Franzos. Wohl an. Hier, so sei er, der Vorkoster. Wir getrinken. Bitte schön. Warum guckt er so komisch? Er röchelt. Er lächelt. Ja. Nein, er röchelt. Er röchelt. Er krümmt sich. Sag, danke, vielleicht zufälliger Satz für meinen Vorkoster. Er scheint nicht mehr so ganz bei uns zu sein. Ich werde, ich werde, oh Gott, er hustet Blut. Ich werde euch mal jemanden meiner Bediensteten zukommen lassen. Das kann kein Mistwein sein. Man blutet immer nur aus dem Anus, nicht aus dem Munde. Der Anus sieht noch ganz sau. Nein, es, 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 es färbt sich an der Hose. Ich glaube, er ist tot, euer Vorkoster. Das hatten wir doch mal im dritten Kapitel durchgenommen in meiner Ausbildung, oder? Dieses Getränk, das kommt mir bekannt vor, mein Lehrmeister. Ja, man, also, Lektion Nummer 1 nimmt keine mysteriösen Getränke von Fremden an. Ja, ich denke, das sollte ja eigentlich offensichtlich sein. Ich glaube, ich hätte das nicht mal einem Vorkoster gegeben. Naja gut, außer man möchte diesen Vorkoster loswerden. Eben, davon gibt es doch so viele wie Sand am Meer. Ach so, verstehe. Dann schickt mir doch bitte Ersatz für meinen Vorkoster. Natürlich. Dieser Schaden, der mir entstanden ist, solle sofort beglichen werden. Alfredos, bringt die drei besten Vorkoster unseres Dorfes, äh, Königreich, Herzogtums. Da kommen sie. Bitteschön. Diesen drei für euch beschnittene Herrschaften. Ich, äh, würde gerne den nehmen mit der großen Zunge. Sie dürfen alle drei haben. Alle drei? Das ist mir zu viel Arbeit. Dann nehme ich zwei und verschattet den dritten. Ist dies gerecht? Sie dürfen mit dem machen, was sie möchten. So sei es. Volan, ihr seid ein wahrlich guter König. Ich danke euch. Ich kann euch nur zurückgeben. Ihr seid wohl stets befehligt, eure Untertanen gut zu behandeln. Sehr löpig. Meine lieben Freunde, derweil läuft der Krieg gut für uns. Mir schwarnt, wenn ihr eure Belagerungen abgeschlossen hattet, sollten wir oben nach Norden marschieren und die Armee des Kindkaisers stellen. Sie im Felde zu zerschmettern wird uns sicher den Sieg bringen. So sei es. Erfreulicherweise darf ich verkünden, dass ich einen Sohn und Erben erhalten habe, der nach meinem Vater Gaius benannt wird. Glückwunsch an dieser Stelle. Wir werden noch die eine Belagerung im Süden machen. In der Tat. Ist nicht der Abgesandte des Großen, Archikan, schon eingetroffen? Hat er schon gegen den Kaiser gekämpft? Ich bin mit meinen Urlaubstruppen gerade in der Nähe von Konstantinopel angekommen und wenn ihr mir sagt, wo diese Armee ist, dann wird Archikan sie in einem Handstreich Sie ist über euch, doch etwas größer als die eure. Genau. Wenn ich sie einzeln schnappe, dann solltet ihr sie besiegen können. Ihr seid ja wahrlich ein guter Herrscher. Außerdem seid ihr groß. Ihr seid sehr groß. Angriff! Ihr solltet aber nicht alleine vorreiten. Ja, stoppst du euch! Die scheinen gut zu laufen. Welch schöne Schlacht da oben. Ich werde sie auf der Ferne beobachten. Tot im Kopf! Wie er seine Soldaten einen nach dem anderen verheizt. Oh Gottes Willen, ist das eine brutale Schlacht. Dass er nicht der Herrschaft würdig ist. Nimm das, Kings Kaiser! Das ist ein Kopf. Oh Gott! Das ist brutal! Das war ein anderer Junge. Verdammt! Nun, so lassen wir diese Armee noch abfangen. So ist es. Diesen unflätigen, gehorsam verweigernden, der Fraktion widerstehenden Truppen solle der Pimmel abgeschnitten werden. Jedem Einzelnen. Und dann entlang der Straße zur See von Konstantinopel aus ausgestellt werden. zum Trocknen. Hör wahr. Nein, Tadislav ist gestorben. Tadislav, welch Verlust. Sein Erbe ist ein ähnlich prächtiger Mann, wie er es selbst war. Wahre Worte. Zur Feier unseres bevorstehenden Sieges Gott, so viel Usopator. Zur Feier unseres bevorstehenden Sieges möchte ich gerne einmal die Maurikius-Edition des Usopators vorstellen. Ein ziemlich starkes Versöpf. Fantastisch! mit einem wunderschönen Abgang, das einen entweder stärkt oder tötet. Oh! Das macht es noch interessanter. Passt auf meine Urlaubstruppen auf. Nicht, dass wir uns hier in die Haare kriegen. Bitteschön. Wir sollten dann doch erstmal weiter vielleicht Ländereien erobern, wenn der Kindkaiser derart vor uns davonrennt. lockt ihn mit Süßigkeiten. Vielleicht kommt er ja zurück. Sofern er in meine Lande ziehen möge, warten die Beerten fallen auf ihn. Er soll in diese hineingeleiten. Hier können wir ihn abfangen. Wahrlich. So sollen wir ihn stellen für immer. Und fällen für immer. Ich werde nun auf eure Truppen warten. Wir sind auf dem Weg. Julia haben auch gleich ihre Belagerung gewonnen in wenigen Tagen. Dein guter Freund, nun können wir gemeinsam angreifen. Folget mir. So sei es. Und zukünftiger Kaiser führt uns zu den glorreichen Sieg. sehr gut, sehr gut. Gab es eigentlich Gespräche mit Tipotissa Katharina wegen dieser Angelegenheit hier? Nein. Ah, verstehe, verstehe. Es lässt sich auch keine Übereinkunft finden aufgrund eines mangelnden Diskurses, aber es wird sich sicherlich auch in Zukunft eine gütige Lösung finden. Ich bin sicher, sie wird sich genauso wie alle anderen über einen starken Kaiser freuen. Ja, vor allem wenn ihr es seid. Da habe ich keinen Zweifel meinen Kaiser. Das nenne ich mal einen schönen Sandstrand. Diese Enge, diese Meerenge ist schön zu betrachten. Ein perfekter Ort für eine Schlacht. Und plündert ihr gerade Konstantinopel? Nein. Unsere Hauptstadt. Unser ganzer Wohlstand, der dort zentriert wird. Eure Hauptstadt? Die unseres Kaiserreichs. Naja, also das ist ja die Hauptstadt unseres zukünftigen Kaisers. Wollen wir die Verbrannt vorfinden, mein Kaiser? Das ist eine gute Frage. Ich kann sie nicht mehr zurückrufen, solch schädliche Tat. Ja, wir sind das Schwarzmeersyndikat, das würde den Wohlstand und den Handel doch deutlichst untergraben. Ja, weil der Wohlstand und Handel im Norden wird florieren. Das stimmt, das stimmt. Nun, manchmal muss man kleinere Opfer bringen für das größere Ganze. Hört, hört. Der Kindsteiser versucht noch, sich lieb Kind zu machen mit einem Gesetz für autonome Vasallen. Ein, zwei Belagerungen noch und wir dürften diesen Krieg gewonnen haben. Ich habe meine Region ebenfalls zurückgeholt. Dann marschieren wir nach Nicomedia. Ich bitte darum, dass die Truppen aus dem Norden aufpassen, dass sie nicht in unsere Truppen hinein marschieren. Ich habe alle Münzen des Kindskönigs konfisziert, sodass nur noch die wahren Münzen geprägt werden dürfen. Mit meinem Antlitz. Oh, der Kaiser wollte wohl nochmal mit den autonomen Vasallen uns auf seine Gunst wieder sehen. Oh, und ich bin in einer Schlacht mit den byzantinischen Truppen gekommen. Sie sind in mich hinein marschiert. Das war äußerst ungünstig. Er schafft dies. Sie waren gerade auf dem Weg zu mir. Tatsächlich. Die Julia kämpfen und geben alles in dieser Schlacht, um eine Entscheidung herfrei zu sehen. Denn auch wir tragen unseren Teil bei, selbstverständlich. Es ist eine sehr knappe Schlacht. Die linke Flanke, die linke Flanke. Und damit werden die Forderungen erzwungen. Jawohl. Wo ist es? Sieg! Unsere Partikale! Heißt das, dass der Urlaub vorbei ist? Eil dem neuen Kaiser! Ich habe nun eine Anfrage, eine direkte Anfrage, denn im Antwortschreiben an die Forderung unserer Fraktion bezeichnet mich der bisherige Kaiser als niederen Charakter. Ich fordere, ihnen meinen Kerker zu transportieren. So sei es, so sei es. Ich würde da ist sehr gut aufgehoben. Ich müsste meine Truppen nach Hause bringen. Könnte ich vielleicht einen freien Weg nach Hause bekommen? Sonst müsste ich durch die Armee durch Latschen und sie umbringen. Ich will hier nicht. Ein Kaiser, nachdem wir uns nun so gelohrreich geschlagen haben und euch wohlverdient auf die Drohne gesetzt haben. Wie wäre es denn dort mit der notwendigen Vergabe unserer entgegenkommenden Leistung? Ich bin gerade dabei, meinen Rat neu zu besetzen. Oh ja, auch da würden wir uns freuen, Teil des Ganzen zu sein. Ich kann nur meine überragenden verwalterlichen Fähigkeiten anbieten. Und wir wurden von euch selbst im Ränkespiele ausgebildet, mein Kaiser. Für wahr, für wahr, lasst mich kurz eure Fähigkeiten ins Auge nehmen. Dux Papadubolus, ich denke, ihr werdet euch als Ratsmarschall gut machen. Jawohl. Vor Freude ist mein eigener Ratsmarschall verstorben. Despot Franzos, eure Verwaltungsfähigkeiten sind, äh, begeistern mich. Wollan, Wollan, ich werde dafür sorgen, dass auch ihr im Gold schwimmen möget. Großartig. Sagt, hat jemand zufällig noch etwas Blut aufgesammelt bei den siegreichen Schlachten, ich bräuchte ein verjüngendes Bad. Ich habe tatsächlich ein wenig in die Krüge, ich wollte daraus vielleicht ein neues Getränk herstellen für die Familie. Könnt ihr eventuell ein bisschen davon ablassen, ich würde so mit 400 Litern Vorlieb nehmen. Geschätzte Artikan, ich werde nun die Creme für euch freigeben. Wie wird sich das denn jetzt, wie machen wir das denn jetzt? Ich werde diesen Herrscher dort einfach unabhängig machen, auf das er nicht mehr, äh, dieser schändliche Besatzer. Und ihr greift ihn dann an. So ist es. Das kann nicht gut. Angreifen. Wenn wir hier schon in dieser Runde sind, auch mit dem großen Archikan, ich wollte kurz über Afadistan reden. Ich glaube, der werte Archikan hatte sehr viele Beziehungen zu Afadistan, oder? Ja, mein treuer Nachbar Tandislav, auch wenn er, er mag halt Frauen sehr gerne und manchmal kann das auch die eigene sein, aber man will ja kein Mann deswegen verurteilen, also was ist die Frage? Zweierlei Dinge, erstens er hat meine Mutter nun ehrenlos gemacht und mir einen Halbbruder verpasst und war sehr unhöflich zu mir, aber er ist mittlerweile schon gestorben, sein Sohn herrscht, wie es mir scheint, dennoch frage ich mich, ob die Grenzen dieses Landes eventuell noch das Byzantinische Reich erweitern könnten. Moment, ihr wollt Gebiete von meinem Wertnachtmann ehemals Tadislav in euer Reich eingliedern? Nun, wir wollten erst einmal fragen, wie ihr zu dieser Angelegenheit steht. Überhaupt nicht gut, dass wir die Integrität meines Reiches gefährden, also da hört die Freundlichkeit des Archie Reichs auf. Ich glaube, dass eure Integrität respektieren. Vorerst. Was hat der Verwalter? Sagt der Verwalter und nicht der Ratsspitzen, wo ich merke, dieses Vorerst. Ich bin der Ratsmarschall, also von dem her ist das durchaus legitim. Ihr habt recht, ja, stimmt. Mein König, Sie sollten, mein Kaiser, Sie sollten nicht einem derartigen Wilden aus dem Norden vertrauen, der drei Meter groß ist. Gott, wo ändert das denn? Doch hat er uns gut geholfen. Ich vertraue ihm. Sehr wohl. Der wird auch der Krim mein Kaiser, mein König und Herzöge. Ich hätte noch eine Frage an Duxpapadopoulos Icarus Eros Talis der Zweite. Wären Sie nun bereit für ein Gespräch mit dem Sultan Altair Ali? Wir sind gerade noch in diplomatischen politischen Angelegenheiten danach direkt. Ja, ihr wisst. Nun, wenn es euch werten Herrscher in dieser Runde nichts ausmacht, so werde ich dem schändlichen das Port von Ikea den Krieg erklären, denn er besitzt Lande, die mir gehören. Natürlich. Wie vereinbart, dann natürlich, gerne. Wie vereinbart, ich werde mich nun einmal ins byzantinische Kaiserreich begeben und zu den neuen Untertanen sprechen. Ja, wir müssen dann sicherlich auch zeitnah wichtige diplomatische Angelegenheiten besprechen, mein Kaiser, die die Seltschuken vor allem auch betreffen werden. Oder meinen Königstitel, mein Kaiser. Archikan wird sich in die nötlichen Reiche zurückziehen und die Münzen des alten Kaisers zählen. Sehr gut. Alle haben profitiert. So mag ich das. Wohl an, vergessen. Habt ihr den alten Kaiser noch in eurem Kerker? Äh, nun, ich bräuchte den alten Kaiser in meinem Kerker. Ich habe ihn nicht. Ich würde ihn gerne empfangen für eine gewisse Prozedur. Ja, es scheint mir nämlich, dass er sogar noch Konstantinopel sein Eigen nennt, diese nicht möglich sein. Nein, wie sonderbar. Aber vielleicht solltet ihr es dann ihm leicht abnehmen können. Nun, und vor allem sollte ihm etwas abgenommen werden. Aber er scheint wahrlich nicht mehr im Kerker zu sein. Wahrlich. Ich werde mich darum kümmern, dass er uns nicht mehr lange Probleme macht. Doch, doch, nun sollte ich, ich kann Konstantinopel einfach zurückfordern. Ja. Ah, sehr gut. So ist es Recht schaffen, so soll es sein. Nun denn, ich begebe mich ins Kaiserreich. Auf bald, meine lieben Freunde. Auf bald? Kutscher, ich möchte ebenfalls ins Kaiserreich Byzanz. ich würde euch dorthin bringen. Kutscher, ich möchte mit Altair sprechen. Ich würde gerne ebenfalls nach Byzanz. Nach Byzanz? So sei es. neuer, großartiger Kaiser Maurykios eingetroffen ist. Meine lieben Untertanen, ich grüße euch. Die Zeit, in der jenes noble, mächtige Kaiserreich von einem schwachen Herrscher regiert wurde, einem unfruchtbaren Kinde, sind vorbei, zum Wohle aller. Eine neue Ära bricht an, von der wir alle profitieren mögen, auf das sich ein starkes Kaiserreich erhebe, das den Seltschuken sogar nun beinahe schon ebenbürtig ist an Macht. Ah, wie sich die Zeiten ändern. Klingt sehr freudig. Ein Hoch auf unseren neuen Kaiser. Auf den Kaiser. Ein Hoch. Hol dich dem. Maurykios. Und der weil ist der Stern der Seltschuken gesunken. Von einstmals 30.000 Mann beherrschen sie nun nur noch 7.000 17.000 Nun, ist das dieser byzantinische Hof, wo ich schon eigentlich noch nie in meinem Leben war? Bin ich hier richtig? Ist das derjenige, der sich an meiner Tochter verging? Das ist auch derjenige, dessen Vater sich an meiner Mutter verging. An wem hat er sich denn noch nicht vergangen, dieser Schuft? An mir. Ich habe das Gefühl, meine Familie ist verschont geblieben. Seid ihr sicher? Ihr wart zu weit entfernt. Dazwischen war ja noch die Despotissa, die genug Töchter hatte, dass ihr nicht betroffen wart von den Anwandlungen dieser Familie. Nun, darf ich kurz unterbrechen? Ich glaube, wir haben die Bekanntschaft noch nicht gemacht. Mein Name ist Khan Hashimi, der Wohlberauschte von Aferdistan. Ich bin der Sohn von derjenigen Person, über die ich glaube, die werten Herren und Damen hier auch tatsächlich reden, nämlich von Tadislav, mein geliebter Vater. Er wurde, ich vermute, ermordet vor nicht allzu langer Zeit. Was? Und ja, es war ein grausiges Schauspiel. Er war am Strand und wurde von einem brennenden Pfeil durchbohrt. Er hat sich noch zurückgekämpft an den Strand, nachdem er auf einem Boot gestanden ist. Ich war am Hafen und musste es selbst mit meinen Augen sehen. Es war traurig. Und plötzlich überkam es mich, dass ich nun die Geschäfte des Reiches fortführen muss. Und da dachte ich mir, ich nehme den Anlass des Neuen Kaisers des Byzantinischen Kaiserreichs den Anlass, um meine Glückwünsche auszurichten und mich gleichzeitig vorzustellen und zugleich auch mit einem einer Person mich auszutauschen, wo mir zugetragen wurde, dass das einer der letzten Besucher war, mit dem mein Vater auch tatsächlich nun eine Unterredung hielt. Ich rede natürlich jetzt nicht von einen Liebschaften mit den ganzen Gattinnen von den Werten Herren hier. Die kann man wahrscheinlich nicht aufzählen, wie viele das waren. Vollkommen richtig. Aber nun, mir wurde zugetragen, dass mein Vater das letzte Mal noch mit einem, ich glaube, ich glaube, gratis, ist gratis der richtige Name? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, gratis gibt es nichts in Byzanz. Das wird sicherlich die Familie Apokopa bestätigen können, nicht wahr? Ah, nein. Das ist hier nichts, nein. Ja, das dachte ich eben auch. Sie müssen schon dafür bezahlen, wenn Sie etwas wollen. Ich habe mich natürlich jetzt verlesen, pardon. Natürlich, ich meine ich König Grassus. Der ist anwesend. Ja, dann erzählen Sie mir doch bitte, wie war die letzte Unterredung mit meinem Vater? Ich bin erpicht darauf herauszufinden, was geschehen ist. Ich muss diesen Vorfall Ich kann Ihnen auch gerne im Sinne einer zukünftigen Zusammenarbeit zwischen Byzanz und ihrem Domänengebiet Unterstützung anbieten, um zu versuchen herauszufinden, was vorgefallen ist, denn ich bin durchaus versiert darin, solch schändliche Taten aufzudecken. Ich unterstütze da auch durchaus unseren Kaiser und es wäre mir ein großes Vergnügen. Was ich zuletzt noch mitbekommen habe, ist, dass er mir von vielen sehr unerfreulichen Personen erzählt hat, einer Vielzahl aus der ganzen Welt, wie es mir scheint, die nicht gerade begeistert waren, dass nun ihre Töchter, Mütter, Ehefrauen, Enkelinnen, Urenkelinnen und so weiter Teil seiner Liebesszene wurden. Also ich habe das Gefühl, der Kreis der Verdächtigen könnte relativ groß sein, mein Freund. Und doch ist es sehr merkwürdig, dass es kurz nach dem Besuch bei Ihnen geschah. Ist Ihnen etwa nicht etwas aufgefallen, etwas, was merkwürdig war? Hat mein Vater irgendetwas Besonderes erwähnt in dem Gespräch? Also ich meine mich zu erinnern, dass irgendetwas erwähnt wurde von einem Seltschuken. Es ist leider schon so viele Jahre her. Ich bin mir nicht ganz sicher, welcher dieser Seltschuken es war. Er hatte ihn wohl recht entrüstet gehabt und es war vielleicht jemand, mit dem man sich wohl nicht so anlegen sollte, aber ich kann gerne versuchen, nochmal genauestens darüber nachzudenken. Sollte ich weitere Informationen erhalten, dann werde ich euch das natürlich schnellstens mitteilen. Aber wenn ihr schon hier seid, ich hatte mit eurem Vater Möglichkeiten besprochen, einer Diplomatie und ich habe ja durchaus noch einen Bruder und falls ihr eine Tochter oder eine Schwester habt, dann könnten wir natürlich äußerst gerne ein Verlöbnis zwischen unseren Häusern etablieren. Das klingt natürlich wunderbar und es würde mich freuen, wenn unsere Häuser auf auch diese Art und Weise nun ein Stück näher kommen würden. Ich habe in der Hinsicht sehr viel von meinem Vater gelernt und ich bin mir ziemlich sicher, dass ohnehin wir hier in diesem Raum alle irgendwie verwandt miteinander sind, aber das ist verwandt das doch bitte nicht. Verwandt? Höchstwahrscheinlich. Das habe ich nicht vergessen. Euer Anlitz ist einzigartig auf dieser Welt und dass eurer Familie es schändelt die Ansicht meiner Enkelin. Jedes Mal beim Familienfest muss ich meine Augen abwenden und gern Himmel richten. Das ist alles eurem Vater zu verdanken. Nun, man muss aber fairerweise auch sagen, der Himmel ist doch sehr schön anzuschauen. Insofern hat mein Vater ihnen auch etwas Gutes dabei getan. Aber wenn es regnet, dann ist es grau und traurig wie das Leben. Oder man sieht die positive Seite und man muss sich nicht mehr baden gehen. Baden? Was ist das denn? Ja, natürlich. Es ist klar, dass so Personen, wie sie wahrscheinlich davon noch nichts gehört haben. Vielen Dank für das Kompliment. Meine lieben Freunde, will ich euch eine kurze frohe Kunde überbringen. Der Sultan des Seltsuken Reiches nun er aß etwas, das ihm nicht bekam, wie mir scheint. Ich habe natürlich keine Ahnung, wo das hergekommen Seltsuken Reich unter seinem schwächlichen 15-jährigen Sohn offiziell schwächer als wir. Hervorragend. Das sind gute Neuigkeiten. Ich habe das Gefühl, wir müssen eine Besprechung durchführen. mit dem Herzog Dux Papadopoulos sprechen. Er scheint sehr beliebt zu sein, dieser Tage. Wie ist mein Titel? Wie ist mein Titel? Nicht anschauen. Nicht anschauen. Achso, nee, ich meine Dux Papadopoulos Ikaros Eros Thales der zweite Apococopa. Das ist doch nicht so schwer. Ja. Wiederholen Sie das bitte. Herzog Dux Papadopoulos Ikaros Eros Thales der zweite von Apococopa. Sehr gut. Was wollen Sie? Ähm, wie schon vorhin einmal bin ich zu Ihnen gekommen und zwar möchte mein Herrscher Sultan Zahir Iban Altir Ali von die Ababos Sultanat eine Beredung mit Ihnen führen. Hm. Nein, es hat mich entrüstet, dass er mich abgewiesen hatte zu einem bestimmten Zeitpunkt. Erst wenn er mir ein erneutes Geschenk überbringt, werde ich mich mit ihm in der Verbindung setzen. Okay, das werde ich so ausrichten. Vielen Dank. Sehr wohl und gucken Sie mich nicht an, wenn Sie mich anschauen. Adieu. Ist Khan Hashimi anwesend? Ja, ich lausche noch und bin voll gespannt, welche Geschicke hier getrieben werden in diesem byzantinischen Kaiserreich. Mir wurde auch gerade zugetragen, dass auch der 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 die Tochter nein, Enkel, man muss sagen, Enkel des byzantinischen Kaisers nun vermählt ist. Die Enkelin vermählt ist mit gleichzeitig dem Amir Amiran Verrat mit der Strähne von die Al-Jabbar Großemirat 64-Jährig. Also ob das wirklich eine gute Wahl war, das bezweifle ich. Aber wie ist das denn passiert? Sie hat mich nicht um Erlaubnis gebeten. Nun, Werter Kaiser, wenn ich an dieser Stelle Ihnen einen kleinen Rat geben darf, halten Sie die Familie sich sehr nah bei Ihnen. Aus unterschiedlichen Gründen. Ja, es kann sehr gefährlich werden in dieser Welt, man muss aufpassen. Im Übrigen an die ehemaligen oder noch Mitglieder des Schwarzmeersyndikats, der größte aller großen Archikan ist verstorben. F in die Schriftrollen. Welch trauriger Moment. Oh Hofe, lasst ein F erscheinen auf den Schriftrollen dieser Lande für diesen großartigen Krieger. Einen Elf? Ein F. Ach F. Ach so, ich habe einen Elf verstanden. Ich auch. Dürfte ich da auch kurz mich vorstellen? Ich bin Despot Enzio von Hellas. Meine Mutter ist vor kurzem verstorben. Mein Beileid, gut. Mein Beileid? Mein Beileid, durchaus. Es war eine große Frau, wie mein Vater und mein Großvater mir sagten. Eine Frau, die treu zu ihrem Bündnis stand mit ihren Truppen. Wie groß war sie denn? Also, sie war vor allen Dingen ihr Geilste und ihr Geschick im Kampf war sehr groß. Oh, du meine Güte, unser werter Freund, was ist mit euch los? Er ist gefallen. Nein, er schuldete mir noch Geld. Das werde ich seinem Sohn mal ausrichten. Ich muss zueben verkünden, mein werter Vater, der weise und überaus umsichtige Franzos ist verstorben. Ich übernehme sein Erbe. Ich bin das Boot Laudus Maxus von Anatolikon und werde selbstverständlich alles, was meinem Vater zustand, auch wieder in das Hausradler mit einführen. Seid gegrüßt. Sehr gut, sehr gut. Nehmt doch erst mal etwas zu trinken. Ich habe hier einen guten Schluck für euch. Als Willkommensgeschenk. Euer Vater schieße mir noch Geld. Ich trinke auch gerne selbst davon. Hier. Hier. Mein Herzliches Papadopoulos Icarus Erostalis II. Von Muisia vom Hause Apococoboa. Ihr habt mich so erschrocken, meine Hofärzte sind verstorben. Ich möchte auch noch kurz, das tut mir natürlich sehr meins. Eine Nachricht von dem Sultan Zahir Iban Altair Ali für Sie. Ja. Und zwar würde er gerne Meine Frau ist ja voll die Trinker dran, ey. Nein, kann ich. Kein Wunder, dass ich keine Kinder habe. Ähm. Und zwar würde er gerne auf den Tod von seinem Vater mit ihnen einen trinken. Auf den Tod von seinem Vater einen trinken? Das sind komische Barbaren im Süden. Auf dem Friedhof, wie es mir scheint. Gewiss. Das sind aber komisch Stolkulturen. Gewiss. Okay. Nun dann, äh, ja, wenn es ums Trinken geht, dann bin ich immer dabei. Aber bitte sagen Sie im Voraus schon mal, dass mich keiner der Person dort angucken darf. Ich bin da etwas schüchtern. Sag ich Bescheid. Sehr wohl. Dann führe ich Sie jetzt zu meiner Kutsche. Oh Gott, Sie nehmen mich aber sehr eng in den Arm. König Kasus. Nein, 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 gewiss nicht. Ja. Ich habe zwei Söhne, die gerne noch verheiratet werden möchten. Ich habe zwei Töchter. Oh. Ich denke, wir könnten ins Geschäft kommen. Durchaus, durchaus. Prinzessin Claudia wäre sicherlich, äh, eine gute Partie, wie ich finde. Mhm. Dann schauen wir doch mal ihre Söhne an, ähm. Also den Zweit- und den Drittgeborenen hätte ich. Den Prin Sergius. Dann nehmen wir doch den Dritten vielleicht. Ja. Die Ufanes, dass es vom Alter her passt. Und Claudia. Perfekt. Dann, ähm, sei es so. Denn meine älteste Tochter würde ich sehr gerne Matrilinja verheiraten. Nun, oder, entscheidet euch für ein Bündnis mit mir. Ich hätte einen Sohn anzubieten aus Frischabtessung. Hm. Noch gestanzt? Noch gestanzt mit dem Siegel. Nun, das Schöne ist, er ist ja durchaus stattlich, dieser Kleine, dieses kleine Bündel. Meine wertgeschätzte Helena auch äußerst wohlgestaltet. Was würden sie für Kinder bekommen? Nun, das könnten wir ja bald herausfinden. Das stimmt, das stimmt. Hm. Aber, ich habe ein wenig Sorge. Sollte je meinem Erben Gaius etwas passieren, dann wäre Helena die Erbin meines gesamten Reiches. Hm. Nun, dann schlage ich vor, ihr sorgt für weiterer Nachkommen. Glaubt mir, ich versuche nichts anderes unaufhörlich zu tun, aber eventuell auch mit anderen Frauen, aber nun gut. Nun gut, bedenkt den Vorschlag, ich habe ihn geäußert. Hm. Ich schlage folgendes vor. Sobald ich ein weiteres Kind habe, ob Sohn oder Tochter, gehen wir dieses Bündnis ein. Wie klingt das für euch? Hm, wohl an, wohl an. Ich denke, so lange kann euer Sohn noch warten. Ich meine, was soll er denn jetzt schon anfangen mit der Dame, nicht wahr? Nun, das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Sehr gut, sehr gut. Ich wollte noch einen Ratschlag an unseren werten Kaiser geben, der ja nun auch unser Kulturführer ist für die vollkommen starke, mächtige und überlegene Kultur der Griechen, der wir angehörig sind. Und nachdem das Kriegsvolk doch hoffentlich in Zukunft in Bälde erforscht ist, fände ich es äußerst sinnvoll, wenn das Gottesgnadentum, was natürlich für euch nochmal einen Anspruch von Gott gibt, in den Blick geworfen wird. Ein guter Plan. Sehr gut, in drei Jahren. Ich wollte es nur schon einmal angebracht haben. Kaiser Maurikius. Ja. Fahrrad Al-Jabbar wünscht zu wissen, wie ihr die Familienverhältnisse beurteilt zwischen euch. Ähm, nun, das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe noch gar keinen Überblick über den guten Mann verschafft. Ähm, nun, vielleicht spreche ich einmal direkt mit ihm, doch will ich nur kurz noch zwei Punkte hier anbringen. Ähm, äh, zum einmal, ähm, mein guter Dux Simon von Günnersmund, ähm, mir scheint, ihr seid prädestiniert für das Amt des Ratsverwalters. Was sagt ihr? Ich glaube, er hört euch nicht, äh, habe ich das Gefühl. Eventuell kann ein Bote, äh, sich darum kümmern, dass der, dass, dass, dass er Bescheid weiß, dass er an den Hofe des Kaisers hierher geführt wird. Er scheint sehr beschäftigt zu sein. Für wahr, doch. Ich habe ihm das Amt angetragen. Und die zweite Frage, meine guten Freunde. Seht ihr das schwache Seltsukenreich? Seht ihr, wie es vom Bürgerkrieg, ähm, erzehrt wird? Ich sehe es, ähm, man sollte diesen Zustand dringend abwenden und sie von diesem Bürgerkrieg oder auch sämtlichen anderen Kriegen auf kurze und lange Dauer erlösen. Ihr habt vollkommen recht. Wir könnten, es gibt mehrere Dejure-Herzogtümer, die sie einst in uns nahmen. Theodosiopolis muss wieder Teil von Pontus werden. Ich musste es meinem Vater wie meinem Großvater versprechen, unsere Heimburg. Welch ein Pech. Just in diesem Moment starb der nächste Sultan. Nun ist ein Achtjähriger an der Spitze und all seine Fürsten erheben sich gegen ihn. Sollte es dazu kommen, meine guten Freunde, dass wir für das Kaiserreich Byzanz den Krieg erklären, kann ich auf eure Unterstützung zählen? Selbstverständlich. Das Haus Radler steht euch bei, wie mein Vater euch auch schon beistand. Wenn wir damit rechnen dürfen, dass unsere rechtmäßigen Gebiete wieder an uns zurückkommen, wir würden uns sehr darüber freuen. Welches Herzogtum war jenes? Mesopotamien. Die Schwierigkeit ist nun scheinbar nur, dass die Ansprüche im Laufe der Zeit ein wenig verflossen sind. Dort in Mesopotamien war Theodosiopolis unsere Hauptstadt, unsere Burg, die wir gerne wieder hätten. Plus das Herzogtum natürlich. Nun, mir scheint... Direkt an unserer Grenze, dieses Herzogtum. Mir scheint, ich habe ein Problem. Mein Sohn ist tot. Was? Und damit... Euer Enkel ist nun euer Erbe? Damit all meine Erben... Ähm... Ein F an euren Sohne in die Schrift rollen? Nun, ähm... Ich hoffe doch sehr, dass ihr noch uns erhalten bleibt, mein Kaiser. Euer... Ich gebe mein Bestes, derzeit auf meine Gesundheit zu achten. Ihr habt mich so gut ausgebildet, aber was ist denn mit eurem Enkel also passiert? Ich bin mir nicht ganz sicher, warum er nun nicht als mein Erbe zählt. Wieso er zählt... Er zählt? Euer Enkel zählt als euer Erbe? Wird mir... Georgius! Apu... Koko... Ach so! Apu Koko Kopa! Das ist ja... Das seid ihr nicht! Oh! Du meine Güte! Ich habe derzeit keinen Erben. Ich hatte zwei Enkeltöchter, die anscheinend... Matrilin, ja wohl, von den Koko Kopas geheiratet wurden. Äh... Ohne, dass ich zustimmen konnte. Aber ich habe das Gefühl, ihr solltet dringendst und schnell eure Ehefrau von euch schaffen und eine Junge schnell heiraten. Ich arbeite daran, dass sie... Ja, ähm... Was könnte das Entere eurer gesamten Dynastie bedeuten, mein Kaiser? Überall! Ähm... Im hohen Alter von 68 ist die... Soll ich Ihnen ein wenig, wie Sie es mir beigebracht haben, bei Ihrer Ehefrau beiseite stehen? Ich arbeite bereits genau daran. Ach, ich verstehe. Nun gut, dann werden wir das lassen. Denn die Ehescheidung will mir der Patriarch nicht gewähren. Oh je. Das könnte unsere ganzen Pläne wieder hinwegstoßen. Dies ist suboptimal. Aber, mein Kaiser, könnt ihr eventuell, solange ihr noch bei euren Sinnen seid, die Lebensautorität um eines absenken, im Sinne eurer treuen Vassallen. Sonst kann ich leider nicht das Gebiet von Ikea nehmen, welches mir rechtmäßig zusteht. Vielen Dank. Nun, dies ist eine dunkle Stunde für eure Familie. Eine dunkle Stunde, in der Tat. Aber ihr seid immerhin Kaiser geworden. Doch nicht damit. Ansonsten wird sich ja vielleicht jemand erbarmen, eine Erbe für euch darzustellen. Perserreich, das hat sich gut genannt. Das Seltsukenreich ist das Perserreich. Oh, ein neuer Fürst hat sich erhoben. Und er ist stärker als der alte. Dies ist ungünstig für uns. Das dachten wir auch. Ich werde ihn erledigen lassen. Nun, ähm. Dies ist ein Problem. An solchen Stellen wünscht man sich, dass man Kinder in Zika 3 adoptieren könnte. Wäre ein sehr gutes Feature. Wir fahren trotzdem schon mal los. Du musst vor allem schon mal hier die Stabilität halten, sonst kriege ich ja Probleme. Ich habe gerade wohl die merkwürdigste Konversation meines Lebens gehabt. Schon wieder? Ja. Ich habe aber noch ein bisschen haschisch mitbekommen. Das werde ich wahrscheinlich gleich mal versuchen zu tun. Dann wird es euch ja freuen zu hören, dass einer eurer Verwandten aktuell Aussichten darauf hat, den Kaisertron zu besteigen. Uh. Aussichten. Noch keine Sicherheit. Moment, wer besteigt wen? Apropos Kaiser. Nee, Apokokopa. Der Kaiser. Jawohl. Der mir versprochene Königstitel. Wie sieht es denn mit diesem aus? Ihr solltet rein theoretisch die Kaiserkrone auf mich übertragen können. Die Königskrone, meint ihr? Äh, ja. Ja, natürlich nicht die Kaiserkrone. Welches Königreich ist es denn? Es wäre entweder für mich Bulgarien oder Thessaloniki. Welches Königreich ihr vergeben möchtet, mein ehrewerter Kaiser? Dies sollt ihr gerne haben. Na doch, muss ich mich gerade noch um die Erbschaft kümmern. Gewiss. Sobald es für euch möglich ist, mir die Königskrone zu übertragen, bin ich euch natürlich auf ewig dankbar. Und ihr haltet Usupator bis zum Lebensende. Oder möchtet ihr lieber Kaffee? Er ist sprachlos, ich weiß. Ich muss mich aktuell noch gerade um die Ehe kümmern. Und dann bin ich ganz bei euch. Natürlich. Dieser widerliche Schuft von einem Sputenturm unter uns in Besanzen, Ikea, muss von der Karte verschwinden und aufgeteilt werden. Jedes Mal, wenn ich diese Karte betrachte, wird mir übel. Oh, werter König Krasus. Oh, durchaus. Ich bin gerade im Kampfe gegen eben jene. Ich arbeite Stück für Stück daran. Wir sollen uns beeilen, damit dieser Schuft von einem Staate endlich von dieser Karte verschwindet. Und wir uns schöneren Zielen widmen können wie dem Sultanat oder einem anderen. Ja, apropos dem Sultanat. Mein Kaiser, soll ich eventuell den Erben versuchen, sagen wir mal, zu einer Tasse Tee einzuladen und den ein wenig hier in unserem Hofe willkommen zu heißen? Ich weiß nicht, wie gut ich dies hinbekomme. Es wäre ein Versuch. Eine exzellente Idee. Nun gut, dann werden wir dies versuchen anzugehen. Es wird mich nur wahrscheinlich sehr viel Gold kosten. Ich will halt. Ich will halt eigentlich nicht noch eine Domäne abgeben, ehrlich gesagt. To be honest. Mein guter Freund, sagt mir noch einmal, um welche Königstitel es euch ging. Ich gebe nun mein Bestes derweil, mein Weibe zu beschlafen. Also, der Königstitel von Thessaloniki wäre durchaus etwas, wo ich nachtrachten würde. Nun, diesen kann ich problemlos schaffen, mein guter Freund. Vielen Dank dafür. Vielen Dank dafür. Und ihn euch überantworten. Ist nicht Konstantinopel Teil dieses Titels? Ah, wahrlich, Moment. Moment, es gibt wieder einen. Tatsächlich. Ich habe das Gefühl, Gott wollte etwas gegen die Pläne, die ich dem Kaiser vorbrachte. Gaius, möchtest du nicht mehr mitspielen? Ja, scheinbar hat unser Gott etwas gegen die Führung. Ich würde natürlich, also wenn Thessaloniki euch entgegenspricht, mein Kaiser, dann würde ich mich auch für Bulgarien entscheiden. Aber es könnte sein, dass ich eure Unterstützung benötige gegen eben jenen anderen Herrscher hier in der Region namens Dux Simeon, der ebenfalls hier im Kanale ist, der diesen Titel auch rechtigt. Nun, ich will keine Zwietracht zwischen meinen Vasallen, wenn ihr gelobt, von Konstantinopel Abstand zu nehmen. Selbstverständlich. Konstantinopel interessiert mich nicht, mein Kaiser. Ich habe euch nicht umsonst auf den Thron gesetzt. Das ist in der Tat sehr richtig. Genau. Bitte nicht anschauen. Ich danke euch vielmals, mein allergütigster Kaiser. Neue, beste aller Besten. Vielen Dank. Oberhäuptling aus dem Norden. Ist jemand hier eigentlich jemand bekannt, der sich in der Verwaltung exzellent auskennt und meinen Sohn Gaius ausbilden könnte? Nun, mein Vater ist leider verstorben. Ich weiß, ich hatte ihn bei ihm als erstes... Also ich höchstpersönlich bin sehr gebildet in Verwaltung. Oh. Man sagt auch, ich bin ein Wohlstandsschaffer. Oh. Big Rot, ja. Das ist hervorragend, nicht? Nee, kostet zu viel. Ich werde mir das gleich einmal genauer anschauen, sobald ich wieder nun mehr Informationen über meine Dokumente erhalte. Er hat halt vorher so viel Verwaltung, ey. Er scheint nicht so ganz nach meinem Schlag zu kommen. Er scheint sich immer mit Büchern zu beschäftigen, den lieben langen Tag. Aber vielleicht kann er dadurch wenigstens ein wenig Geld in unser Haus bringen. Ja, es ist ein sehr gutes Interesse, dem man nachkommen kann. Vielen Dank, sehr gut. Ich werde das gleich genauer betrachten. Ähm, noch eine Frage. Jemand Lust, mir Geld zu leihen? Ach, wenn jemand so nett danach fragt, ob ich Lust habe, dann nein. Schade. Ähm, leider durch... Leider durch... Wofür benötigt ihr dies? Für den Königstiel? Jo. Ich könnte nämlich, äh, ein anderes Königreich gründen. Aber schau mal mal. Ja, du hast auch kein Geld. Du hast nur 30 Dukaten, ne? Das würde ja hier oben angezeigt werden. Ich kann schnell Geld generieren, aber ich weiß nicht, ob ich das möchte. Ja, gucken wir mal. Nicht so, nicht so schlimm. Kann man Artefakte auch verkaufen eigentlich? Ja, eigentlich schon. Kann man auch, ne? Ich weiß aber gerade nicht, wo das nochmal ging. Ich musste übrigens gerade einfach mal das Meme von dir, Balassarius, im Stream zeigen. Es war sehr gelungen. Ja, hat auch sehr gepasst. Ist das übrigens eine längere Stillhaltung der Räder der Zeit? Ich würde sagen, ja, da wirst du jetzt wahrscheinlich, oder? Also ich bin jetzt wieder Teil der Zeit. Bist du rausgeflogen vorhin, oder? Ja, ja, ich war rausgeflogen. Oh shit, okay. Ja, dann, ähm. Wo wir hier gerade den ehrenwerten Herrscher Dux Simeon haben. Ich sehe, dass ihr verbündet seid mit einer, mit einem Titel, den ich demnächst trachten werde. Mit der Herzogin Eudoxia von Strimon. Mit wem rätst du jetzt gerade? Mit dir. Ah, okay, sorry. Äh, erzähl nochmal. Ja, was willst du? Diesen Titel würde ich gerne beanspruchen. Allerdings seid ihr mit ihr verbündet. Ist es für euch wichtig, diesen Titel, äh, beziehungsweise dieses Bündnis aufrecht zu erhalten? Eudoxia von Strimon, ich gucke. Im Süden der Küste, äh, der... Ja, 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 ja. Äh, nach dem, nach dem Krieg könnt ihr mit ihr machen, was ihr wollt. Sehr gern. Könnt ihr mir das bitte mitteilen? Weil zuerst möchte ich, zuerst, zuerst möchte ich meinen, meinen Krieg erfolgreich zu Ende führen. Damit ich dieses Königreich endlich gründen kann. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Selbstverständlich. So schnell ist es jetzt nicht. Ich möchte nur gewiss sein, dass dort kein Konflikt zwischen uns ausbricht. Ja, wir werden da eine Lösung finden. Äh, ich glaube, die ist nur mit... Die ist, glaube ich, nur... Ah, die ist matrilinear verheiratet mit diesem komischen Bastard-Kind umstrittener Abstammung. Ist das so geil? Wer hat das... Das hat doch Coppelius irgendwie gezeugt, oder? Bastarde, die hier im Spiel sind, ist grundsätzlich Coppelius dafür verantwortlich. Ähm, äh, Despot Encio. Der Dux Priaslav Grr-Guric von Strümon ist angeblich ja ein Enkel von mir. Aber wie das geklappt haben soll, das weiß der Herrgott. Äh, ja. Despot Encio. Pause ist um 21 Uhr anscheinend, aber, äh, ja, muss natürlich jetzt auch jeder wieder rein. Hallo? Ich muss mal gerade meine Kopfhörer abnehmen, Moment. Ähm, ja. Ja, ich bin anwesend. Äh, ihr befindet euch mit mir im Kriege, wollte ich nur mal anmerken. Ist das so? Dankeschön, für den 19. Monat, Gilden unterwegs. Ja, ihr steht in meinem Königreich und führt dort anscheinend gegen meine Grafschaft einen Krieg. Ja, Rainer. Und ich war auf einmal verwundert, während ich meinen Usopator getrunken habe. Nun ist die Sache, wollen wir einen weißen Krieg verhandeln, oder? Was sagt denn die Bilanz, ja, wie gesagt, wegen der Armee? Das muss dann wahrscheinlich, ich habe das, ähm... Ich hatte halt vorher ein doppelt so großes Königreich. Und jetzt habe ich halt dieselbe Armee, aber das halbe Königreich. Wenn ich geschaut habe? Ich habe dieses Spiel von unserem Kaiser eben werteweise verliehen bekommen. Aber das muss ja gerade erst passiert sein. Ja, bevor die Welt stillstand. Ja, und davor habe ich auch gerade so den Krieg begonnen. Na gut, dann werden wir da wohl einen weißen Frieden. Es würde mir sehr entgegenkommen, wie ich meine. Durchaus, da ich ein brillanter Stratege bin, können wir dies auch auf dem Schlachtfelde regeln. Nein, nein, das, äh... Seid ihr euch sicher? Ich, äh, ich denke, ich bin mit einem weißen Frieden... Aber diese Vasallen interessieren uns doch nicht. Ach, okay, ich verstehe es. Boah, die Zeit stehen blieb, klingt irgendwie nach so einem Philosophiebuch, was einer der Apokoppa schreiben würde. Äh, okay, es geht weiter. Mein Vater war Philosoph. Genau, es geht weiter. Okay, es geht... ...sehr plötzlich weiter. Ähm, ich bitte um eine Audienz beim Kaiser. Ich sei euch gewährt. Mögen die Kutscher uns, äh, bitte in einen, äh, separaten, äh, Audienzraum begleiten. Natürlich. Möge der andere Kutscher, bitte, äh, eine... Oh, wertester Überweiser, Kaiser. Ich grüße euch. Ich hoffe, ihr erfreut euch weiterhin guter Gesundheit. Und... Ähm, ähm, äh, derzeit sieht es okay aus. Das ist höchst erfreulich. Ich wollte nur anfragen bezüglich einer Angelegenheit, in der auch mein Vater euch bereits half. Äh, äh, nämlich im Rate, im Kaiserlichen Rate war es euer Ratsverwalter zu Gange. Und ich wollte mich für diesen Posten nun, äh, als, äh, sein Sohn empfehlen. Äh, diese Position sollt ihr bekommen, sobald ich sie wieder vergeben kann. Ich weiß nicht genau, warum Bürgermeisterin Bayer sich einschleichen konnte. Doch konnte sie es leider. Und, ähm, nun ist der, der Posten, ähm, besetzt. Welch schändliche Geschichte. Sie soll geblendet werden. Für, hm, ihr habt natürlich recht. Warum, warum so muss sie denn weiterleben, nicht wahr? So ist es. Schließlich hat sie sich solch eine schöne Position, solch eine prachtvolle Position voller Ehre und Würde erschlichen. Und mit was? Mit Unrecht. In der Tat. Ich, ich werde mich darum kümmern, dass sie den Posten, äh, nicht mehr, äh, lange hält. So sei es. Ich danke euch vielmals in eurer unendlichen Weisheit, o gütiger Kaiser. Das war es bereits. So kehren wir zurück. So sei es. Ich danke. Ich geleite euch zurück. Vielen Dank. Oh, das. Oh, das. Joho. Joho. Dann müssten wir nochmal nachfragen, ähm, seltschucken. Ich werde kurz nachfragen. Wieso habe ich denn jetzt immer noch so wenig Geld, hä? Wieso ist denn das Kriegsvolk immer noch so teuer? Das kann es ja eigentlich nicht sein. Äh, vielleicht kann mir ein Kutscher nochmal den, äh, Maurikios holen. Oder mich mit dem auch, äh, ich bin hier. Ah, du bist da. Hey, hi. Grüße dich. Ja, ich grüße dich. Sorry. Schön, dass du mich hörst. Sag mal, wir müssen nochmal ein bisschen deine Entscheidungen bezüglich des Hofrats überdenken, oder? Der Hofrat ist ein Problem, doch diese Leute hatten Druckmittel, ähm. Wow, die Bürgermeisterin Barja. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wo das herkam. Ja. Jedoch ich arbeite bereits daran, sie aus dem Rate zu entfernen. Also, Bürgerreisterin Barja Incompetentia ist auf jeden Fall nicht die geeignete. Nein, nein. Ratsverwalterin. Ich könnte da ein Sprössling meiner Familie oder mich selber zur Verfügung stellen. Ich möchte an der Stelle einschneiden und, äh, die Ansprüche meines Vaters auf diesen Titel noch einmal, äh, in Gegenwart rufen, auch in eurer Anwesenheit. Ihr werdet beide einen Posten im Rate bekommen. Ähm, Despot Laurus, äh, nein, wer, wer, äh. Despot Laurus, so ist es. Ich, ich sehe, dass ihr sogar in der Diplomatie noch gewandter seid als in der Verwaltung. Und, äh, auch Herzogin Jagoda ist mir ein Dorn im Auge im Rate. Und so glaube ich, dass ich euch beiden einen Posten geben kann, sobald ich mich um die aktuelle missliche Lage gekümmert habe. Ja, das werden wir doch hinbekommen. Das sieht doch gut aus. Derweil, äh, Dux Simeon, ähm, äh, äh, könnte ich euch mit einem Königstitel vertrösten. Das Königreich Bulgarien vielleicht. Ja, das wäre ein schöner Titel. Das fände ich gut. Das würde ich auch so gründen wollen eigentlich. Nun, wenn ihr es bereits gründen könnt, so tut ihr es doch. Nee, ich kann es noch nicht. Ich kann es noch nicht. Das ist ja das Ding. Dann, äh, sagt gerne Bescheid, wenn es Stolpersteine gibt auf diesem Wege. Ja, also wenn ich den Krieg gewonnen habe, dann brauche ich nur noch Geld. Aber das ist ja immer so eine, Geld ist immer schwierig. In der Tat, in der Tat. Ja, schau mal. Nun, ich, äh, ich arbeite derweil weiter an der Erbschaftssituation, nicht wahr? Ah ja. Wir hoffen, dass das doch bald erfolgreich ist, mein Kaiser. Ja, ähm, meine Frau scheint mir zugetan. Ich, ähm, mache ihr bereits den Hof zu, mit einer Erfolgschamse von 85%. Ah ja, sehr gut, sehr gut. Und, ähm, ich weiß nicht, wie eure aktuellen Geldmittel stehen, aber ihr erinnert euch an das, was ich gerade für unser gesamtes Reich mache, als langfristiger Plan. Es ist mittlerweile sehr teuer geworden. Ich habe durchaus die Möglichkeiten, noch, sagen wir, ein paar sehr wichtige Personen im klassischen Reich auf unsere Seite für unseren Plan zu ziehen. Aber, ähm, die scheinen wohl nur dem Golde nachzusprechen, wie ich es auch gerne tue. Und ich muss gestehen, es betrübt mich sehr, meine Schatzkammer so stark zu lehren. Ich habe jetzt gar kein Gold in hier mehr drin. Wir haben schon 300 schöne Münzen ausgegeben für das glorreiche große Unterfälle. Willkommen zurück im vierten Monat, Rainer. Nun, möglicherweise... Lässt sich dem... Ah, nein. Die Gier, sie hindert mich daran. Mir scheint, mein fragiles Nervenkostüm sollte ich als 69-Jähriger ohne Erden gerade nicht zu sehr gefährden. Nun gut, nun gut. Dies, ähm, halte ich nicht für die beste Idee zum Wohle des Kaiserreiches. Dann lasst mich wenigstens eine Petition an euch vorbringen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr eventuell einige Untertanen umsiedeln könnt, dass mein Hauptsitz ein wenig nun gestärkt wird. Jawohl, jawohl. Sehr gut. Ihr habt übrigens einen sehr schönen Kaiserhof hier in Bündnis, in Positinopel. Herrlich. Eingerichtet auch. Weil wenn ich sehe, ein Schädel... Was sind denn das hier für... Die Krone von Justinian. Das Christusbild von Edessa. Die Krone von Nikroforus dem Zweiten. Unfassbar. Wunderschön. Was noch viel wichtiger ist, äh, wann vermöbeln wir die Perser? Nun, wir arbeiten... Tatsächlich an Möglichkeiten, die es uns um einiges erleichtern werden. Ich würde mich da auf jeden Fall auch noch dran machen. Das wäre hervorragend. Wir brauchen alle Byzantiner dagegen. Äh, äh, ich persönlich arbeite gerade daran, äh, ich muss nur schauen und uns im Raum umblicken. Das scheinen alles nur Freunde hier zu sein von Byzantz. Äh, daran den, ähm... Was? Die Petition vom Kaiser wurde abgelehnt? Auch dies würde mir zu viel Anspannung gewähren, wie mir scheint. Unfassbar. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, Kaiser, dürfte ich Sie bitte, äh, fragen, ob es für Sie okay wäre, wenn ich versuche, mein Reich ein wenig, äh, gen Osten zu erweitern und mir ein paar Inseln einzuverleiben? Jede Erweiterung des Reiches ist mir willkommen. Werte Mitherrschende des Byzantinischen Kaiserreichs, ich möchte nur einer, einem, einem Lauffeuer an Gerüchten vorweggreifen, die aus dem Norden kommen. Dort, äh, sei verbreitet worden, dass ich verantwortlich für den Tod von Vlad sei. Wenn diese Gerüchte an Sie herankommen, ja, äh, Kaffee wird dafür verantwortlich gemacht, dieses wunderbare Getränk. Aber das ist natürlich gänzlich falsch, ich wurde dort vom Hofe gejagt, Alfredos läuft immer noch, ich habe Gott sei Dank eine Kutsche bekommen und sie, sie, sie trachte nun nach meinem Leben. Deshalb möchte ich, äh, weiterhin auf das Byzantinische Reich und unsere gemeinsame Freundschaft hoffen. Ich freue mich zu verkünden, dass meine Gemahlin mein Kind unter dem Herzen trägt. Oh, wir hoffen das Beste, wir hoffen das Beste. Welches, gutes Glück. Kurz GG. Das ist eine sehr freudige Nachricht. Ich hoffe, dass ihr noch lange genug gesund seid. Ja, neun Monate muss ich es noch machen. Wir drücken die Daumen, mein Herr. Lobet die vorausschauende Natur eures Kaisers. Bereits seit längerem befasse ich mich mit der Bildung und der Medizin, obgleich ich mich ursprünglich eher auf das Ränkespiel konzentrierte. Und ich kann eine eiserne Konstitution mein Eigen nennen, wie ich sie auch brauche, um als 70-jähriger Mann meine 31-jährige Gattin noch zu beschlafen, nicht wahr? Ähm. Führbar. Das verdient auf jeden Fall Respekt. Sehr gut, sehr gut. Ausgezeichnet. 40 Jahren, meine Güte. Hm. Mein Kaiser, ich muss leider verkünden, ohne die zusätzlichen Goldmittel, die notwendig gewesen waren, ist, äh, ist es zum Äußersten gekommen. Es tut mir leid, dass ich gerade so still bin, aber ich habe gerade ein ernsthaftes Problem mit meinem Reich. Der Plan ist damit erstmal dringend mich oben reinschweißen. Oh nein! Oh nein, der Kaiser ist tot! Der Kaiser ist tot! Der Kaiser ist tot! Nein, ich hätte nur noch sechs Monate leben müssen. Nein! Bist du damit jetzt... Ich bin raus! Völlig raus. Ja. Oh nein! Alter, was geht? Das gibt's doch nicht. Was? Ich weiß auch nicht, warum. Ich hatte drei Kinder und zwei Enkelinnen. Die Kinder sind alle drei gestorben und die Enkelinnen zählen beide nicht als Erben. Oh wow! Weil die Matri den Jahr wahrscheinlich verheiratet sind, oder? Wahrscheinlich. So, das ist die Handel. Ähm. Wer stützt sich denn jetzt gerade gegen den Lehnsherrn von euch? Ach so, ja eben, gute Frage. Was ist denn das jetzt? Ja oder nein, ist die Frage. Wer ist Georgius? Ich hab da abgelehnt. Wo kommt der her? Der Sohn von Papadopoulos II. Ja, der ist sogar mein Enkel. Was? Mein Sohn? Ja, dein Sohn ist Kaiser. Mein Sohn ist Kaiser. Hoch auf Papadopoulos. Also gegen den kleinen Kaiser will ich aber trotzdem nicht ran. Äh, spür ich nicht. Also, muss ich auch sagen. Oh, ich hab echt alles gegeben, noch ein Kind zu kriegen. Die war ja schon schwanger. Oh nein, das war ja nur ein halbes Jahr. Ich bin so gespannt, ob's ein Junge wird. Ich auch. Mein Beileid. Mein Beileid, Maurice. Mein Sohn ist auf dem Kaisertron. Ich bin glücklich. Ich glaub aber, da seid auch ein bisschen ihr schuld. Ihr habt beide meine Enkelinnen-Matrilinear euch geholt. Nee, 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 nee. Wir haben das durchdacht. Deine Enkelinnen hatten überhaupt gar kein Anrecht auf das Erbe. Nur wenn dein Sohn immer überlebt hätte. Genau. Also, das Problem war, dass dein Sohn gestorben ist tatsächlich. Das war das Hauptproblem. Und selbst wenn nicht, wären dann die anderen beiden Jungs, die jetzt quasi der Erbfolge drin waren. Also, einer ist jetzt Kaiser geworden. Die waren vorher dran, vor allen anderen. Also, die beiden Mädels, die wir geraubt haben, die wir wirklich nur just for the fun geraubt haben, haben damit nichts zu tun. Du gibst es doch wenigstens zu, du Erzschuld. Ja. Weißt du, ich muss... Ich erzähle dir ganze Geschichte, die ich auch anderen schon erzählt habe. Ich fand sie in der Wüste. Ich hals ihr zu mir nach Hause. Und da ist sie geblieben. Oh Gott. Das hört sich so falsch an. Und jetzt ist sie meine Frau und meine Henkerin. Ich muss aber sagen, dass ich die zweite Enklin habe ich ja auch entführt. Wir haben uns zeitgleich gestartet. Mörb war ein bisschen schneller. Der war ein bisschen effektiver. Aber ich habe sie matrilinear verheiratet. Das heißt, ich hatte gehofft, vielleicht zeuge ich ja noch einen Sohnemann für deine Dynastie, der dann natürlich als Muslim, also als islamischen Glauben auf den Kaisertraum kommt. Das war so ein bisschen das Kalkul. Ich weiß nicht, wie das genau passiert ist, aber ich glaube auch über unsere Verwandtschaftsverhältnisse. Groß Archiland hat jetzt A, mein altes Georgien, und gehört aber B zu Byzanz. Ja, ja. Das muss über die A-Plinien gelaufen sein. Aber ist das jetzt doch der Spieler? Also ist das Despotissa? Ist jetzt Teil Byzanz? Ja, Aldemar ist Teil des Reichs jetzt. Aber dem gehört Georgien. Nee, das ist Aldemar. Aldemar hat jetzt deine alten Gebiete übernommen. Ja, das ist Aldemar. Tatsache, das ist Aldemar, ja. Wie? Ja, das ist nicht wie genau. Ich habe auf jeden Fall der Welt meinen Stempel aufgedrückt. Das ganze Reich zerfällt. Das Reich zerfällt überhaupt nicht. Das ist doch ein toller Kaiser, der jetzt hier... Wisst ihr, wer sich auflehnt? Das ist der Furz von vorhin. Ja, ja, der vorherige Kaiser. Der zweijährige Kaiser, der jetzt 15 ist und wohl so ein bisschen gemerkt hat, dass er das nicht so geil fand, was da... Wir hätten den umbringen sollen. Der ist unzüchtig, aber lüsternd. Ja. Aber er hat auch 14.000 Truppen hinter sich jetzt irgendwie gegen den Kaiser. Aber es geht um eine Tyrannei lediglich. Also er will nur das Gesetz senken. Ich muss zugeben, was mich am traurigsten macht, ist, dass ich mich so drauf gefreut hatte, auf das Rollenspiel, dann mein Sohn zu werden, der treuherzig, gerecht und maßvoll ist. Und halt auf einmal, ich hab halt auch schon so richtig geplant, dass ich halt jedem alles glauben würde. Ja. Und halt so ein Kaiser bin, der halt dann so ein bisschen suboptimal ist vielleicht. Aber es hat nicht sollen sein. Das war jetzt wirklich Pech. Aber gleichzeitig, ich mein, also, Maurikius ist mit einem klaren Anspruch angetreten. Den hat er erreicht. Das stimmt. Es ist ja sogar jemand aus seiner Sippe immer noch Kaiser, ne. Also ich finde, er hat, ne, das ist halt ein wenig schade, dass er nicht noch sechs Monate länger durchhalten konnte. Ich hatte extra schon auf alles geskillt, halt. Ich hatte die eiserne Gesundheit, ich hatte einen Hofarzt und so. Ich hatte wirklich so viel Gesundheit wie geht. Also, Maurikius, ich hab ein Angebot für dich. Deine Enkelin ist gerade schwanger. Ja, die, die einen, vielleicht ein Sohn deines, deiner Dynastie in die Welt setzen wird. Ich könnte dir ein kleines Herzogtum vermachen. Nee, ich glaub, ich bin albern. Da kann ich jetzt gar nicht mehr sinnvoll mitspielen, wenn ich jetzt irgendwie... Ja, wäre auch RP-technisch schwierig. Das stimmt. Mit einem Herzog im Persischen Reich auch. Richtig. Aber hat vielleicht einer von uns im Byzantinischen noch was übrig? Aber ich wollte gerade sagen, was ist denn mit deiner Frau, die schwanger ist, Maurice? Das würde mich mal kurz interessieren. Die muss ja erst noch ein Kind kriegen. Aber ich wollte sowieso gerne mal wissen, wie ist das überhaupt passiert? Weil, also, ich will nochmal kurz zusammenfassen. Also, Ecke und ich haben uns halt einfach bloß überlegt, wir wollen jetzt einfach so ein bisschen mal das Byzantinische Reich trollen. Und holen jetzt halt einfach die Enkelinnen des Kaisers. Und da ist uns überhaupt nicht aufgefallen, das kam erst nachdem das alles schon durch war, sag mal, die sind ja gar nicht in der Erbfolge irgendwie, was ist denn da los? Warum ist denn Rangers-Familie da vorne mit dabei? Weil irgendwie Männer besonders bevorzugt werden nochmal? Ich weiß auch nicht genau. Ich habe einen Plan, um Kaiser zu werden. Aber wie konnte das passieren? Also, hast du absichtlich nur einen Sohn gehabt oder wie war das? Ich hatte ja drei Kinder. Alle anderen töten. Ich hatte zwei Töchter und einen Sohn. Und dann den Kaiser töten. Dann habe ich keine Erbteilung und alles. Dann sind die zwei Töchter auch beide. Eine davon hat übrigens tatsächlich den Kopelius in den Tod getrieben, weil sie hingerichtet wurde. Der Kaiser Kraune mehr. Muss ja keiner wissen, oder? Der andere ist natürlich gestorben. Dann ist mein Sohn auch natürlich gestorben. Nee, die andere ist nicht natürlich gestorben. Die habt ihr auch umgebracht. Die habe ich tatsächlich umgebracht. Ja, das ist der ganze Loksag. Ja, gut. Dann habt ihr schon auch alle ein bisschen zusammengearbeitet. Jeder hat so einen Teil von den anderen beigetragen. Dass bei mir nichts übrig bleibt. Aber tatsächlich war das nicht die Absicht. Das war nicht die Absicht. Das war eigentlich nur, aber auch selbst dann nicht. Ja gut, also wenn du eine Person umringst bei einem Menschen, der nur zwei Kinder hat, dann ist das ein Risiko, dass du eingehst. Das dauert ein bisschen, die ganzen Komplatte und so. Können wir weiter auflassen, oder? Also sie hätte eh nicht Erbe können. Aber es könnte klappen. Natürlich, weil der Sohn der Erbe war. Aber sie wäre dann der Erbe geworden, wenn er schon wäre. Leider nicht genug Ränkespiel, um es selber zu machen. Ja, das war aber zu dem Zeitpunkt uns nicht bewusst. Ja, sollte einem vielleicht bewusst sein. Aber ja, nee, dann ist das tatsächlich ein wenig auch durch eure Machenschaften passiert, dass mir halt keine Erben übrig geblieben sind, weil ihr die Schritt für Schritt rausgenommen habt. Und dann ist halt der eine, den es noch gab, ist natürlich gestorben. Und nun sind wir hier und mit sechs Monaten zu früh ist er leider gestorben. Das endet heute um 0 Uhr, das Event. Ich habe gesehen, dass die ganze Frau schwanger war, gell? Ja, ja. Die ist schwanger. Ja, die ist schwanger. Da war ich schon dran. Ich habe ja jetzt das Problem erkannt. Ich dachte nur kurz, Coppelius sagt, dass er in Schwangerschaft verantwortlich ist. An der Gattin dran sein, finde ich wirklich eklig. Aber das hätte für dich tatsächlich relativ wenig geändert. Ich meine, okay, du hättest die Tochter dann gespielt, aber die ist jetzt schon 49. Also dein Geschlecht hätte mit ihr geendet, weil sie war ja schon mit Ranger verheiratet. Ja, aber das wäre egal. Die hätte ja lang genug gelebt für das Event heute. Ja, okay. Mal eine wichtige Frage. Wenn jetzt diese Stefanie noch einen Sohn gebärt, hat der einen Anspruch auf Byzanz? Ja. Weil dann gäbe es natürlich die Möglichkeit, dass... Der hat einen durchgesetzten Anspruch. Der hat einen durchgesetzten Anspruch. Einen durchgesetzten Anspruch. Das heißt, es gäbe die Möglichkeit, dass eine Fraktion in sechs Monaten zustande käme und dass dieser... Wenn es ein Sohn wird, ich weiß es nicht. Ich würde jetzt einfach mal die Zeit vielleicht sechs Monate schnell weiterlaufen lassen. Ey, wenn du es klapp, Maurice, dann kommst du wie der Phönix aus der Asche. Ich wollte gerade sagen, also ich würde es noch nicht abschreiben. Als ein Nulljähriger. Ja, das wäre doch auch was. Ey, ich habe das letzte Event die halbe Zeit als Kleinkind gespielt. Das geht auch. Ich habe mich jetzt durchaus darauf eingestellt. Das ist auch ein lustiges Rollenspiel. Ja, ich glaube mir. Du musst halt irgendwer, glaube ich, an den Hof holen, dass das geht. Du kannst ja auch als Berater... Ja, ja, gut. Wo ist denn die? Also die ist aktuell am Hof von Basileus Georgios, vom Kaiser selbst. Der ja der Sohn von... Ranger ist. Charakter das ist, ja. Bei mir wird im Chat geschrieben, Baby kommt zur Welt, guckt kurz um sich und denkt, Moment, hier stimmt was nicht. Ja, also wir könnten die Zeit einfach mal weiterlaufen lassen und schauen, was mit dem Kind los ist. Wir können jetzt zumindest mal noch checken, bevor ich jetzt... Ich habe vorhin die Message, kommt, dass Ranger raus ist. Ist Ranger denn überhaupt noch drin? Ich bin drin, ja. Okay, gut. Stimmt, mir wurde vorhin auch angezeigt, dass du raus bist, Ranger. Ja. Ey, bei mir steht die Strategie-Ecke. Strategie-Ecke, siehst du das irgendwie? Ranger ist grau, ist nicht mehr drin. Dann bist du noch mal neu reinkommen. Dann warten wir eben kurz, was Ranger drin ist. Wichtige Frage an die Byzantiner, schließt ihr euch jetzt dieser Tyranneikrieg an oder nicht? Nein, ich habe eine Tyrannei abgelehnt, weil es derselbe Kindskaiser ist, gegen den wir uns einst auflehnten. Also das ist ja jetzt niemandes Interesse, den wieder an die Macht zu bringen. Ja, ja, ja. Nur weil mir angezeigt wird, dass die 14.000 Truppen sind. Ecke, kannst du uns einmal kurz die Pause rausnehmen? Die Pause rausnehmen? Ja, einmal ganz kurz, dann sehe ich ja, also bei mir wird alles noch angezeigt. Du bist... Wir sehen, dass du nicht drin bist. Also ich sehe euch auch als Spieler. Ja, aber wir sehen, dass du nicht drin bist. Du bist in einer eigenen Spielwelt. Genau, du bist in einem Paralleluniversum. Ja. Du bist irgendwie asynchron, ja. Dein Rechner verleugnet die Realität. Du bist eine Null-McFly. Hi. Und ballert mir auch gerade das Spiel ständig neue Meldungen rein. Der Kaiser wird ihn richten. Im Zuschauermodus, dass ich keinen Spielererben habe. Das ist... Aber das... Und ich kann in meinem Glauben zu überhaupt ein Gold bitten, sagt es mir. Ja, das erzählt mir mehr. Möchte eigentlich vielleicht mal jemand darauf hinweisen, dass Aldemars Erbe nicht aus seiner Dynastie stammt? Ja, ich weiß. Ich kriege die Scheibe nicht hin. Was ist denn da los? Ich bin zu Beritio Scheuer. Nein, also ihr habt alle eure Anreihen nicht im Griff. Aber Moment. Also wenn halt auch andere Spieler aktiv dran arbeiten, dir Charaktere wegzuziehen, ohne dass du überhaupt Entscheidungen damit treffen kannst, ist ja nochmal was anderes. nennen wir es so, ich bin an dieser Sache dran. Natürlich bist du das. Sehr gut. Aber das Wissen überhaupt nicht. Er ist eher in der Sache drin. Ich möchte an dieser Stelle mal festhalten, wenn jemand Schuld hat, dann ist es offensichtlich Copy, weil er hat deine Frau einfach nicht genug geschwäckert, Maurice. Ja, das kann sein. Das kann gut sein, ja. Nicht erfüllt. Ich möchte bitte eine Sache jetzt vorhin, also ganz besonders jetzt hervorheben, weil Maurice, du vorher gemeint hast, wir und damit schließt du ja mich mit ein, sind ein bisschen mitverantwortlich für diese Situation. Ich habe nur mit deiner Frau geschlafen. Eingekerkert hast du sie. Und hingerichtet hat sie Ademar. Tja, das ist dann auch nicht mehr mein Problem. Eine Co-Produktion. Das war sehr viel Chaos. Da haben alle zusammen gewirkt. Haben alle ihre Finger im Stil gehabt. Aber was ich tatsächlich festhalten muss, wenn das tatsächlich Mord war, jemandem ein Kind umzubringen, der nur zwei Kinder hat, finde ich semi-optimal für so ein Event. Das muss ich jetzt tatsächlich mal als ehrliches Feedback geben. Da gehst du dieses Risiko ein, dass der aus dem Spiel fliegt. Ja, aber weißt du, ob es ein Schüler war, die Regeln nicht widerspricht. Der Punkt ist der, der Punkt ist der, das war zu dem Zeitpunkt einfach, ich gebe zu, das war von mir ungut durchdacht, aber ich habe ja gesehen, dass die Kinder hat. Und normalerweise ist es so, dann erben halt die Enkel. Mir war aber zu dem Zeitpunkt nicht klar, dass das quasi komplett alles in Rangers-Familie quasi hineingeht. Und dass dann halt ein anderes Kind auch noch... Also, da kam... Sicherlich war es ungünstig von mir, aber das habe ich nicht kommen sehen können. Radlaug, ich habe dich nur ganz kurz mal gezogen wegen unserer Eheschließung. Jawohl. Kannst du bei Nikomene das Angebot schicken? Weil dann... Ich will nicht in dieselbe Lage wie Maurice kommen. Ich würde gerne meine älteste Tochter vielleicht mit Mathelidia verheiraten. Ja, kann man machen. Ich kann das nicht. Das ist irgendwie nicht möglich mit Nikomene bei dir, aber wenn du mir das schicken kannst... Okay. Na, schau dir mal. Gut. Schau doch mal. Ja, zieh uns wieder runter. Ja. Ranger verheiratet ist... Ja, aber so oder so wäre es ja eine andere Sippe gewesen. Wer weiß, vielleicht macht Mörb immer nur intern. Also... Das kann natürlich sein. Bill-Billy-mäßig. Nee, ich habe... Gut, aber wir werden jetzt mal probieren, was halt passiert mit... Deiner Frau, richtig. Mit dem... Mit der Schwerfung ist groß. Und was die noch so gebärt. Und dann werden wir es ja sehen. Und... Das ist ein Mensch. Selbst wenn es eine Tochter ist, hat die einen Anspruch. Ja, stimmt. Die müsste auch einen Anspruch haben. Oder? Genau. Nein. Der Sohn, glaube ich, der ältesten Tochter hat dadurch einen größeren Anspruch. Aufgrund dessen, dass er männlich ist. Wir werden es ja gleich sehen. Das ist ja nicht mehr. Aber man kann, glaube ich, trotzdem den Anspruch auf alle Fraktionen machen. Ja, das ist bei 100%. Sobald Ranger den Charakter ausgewählt hat, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, man kann trotzdem eine Anspruchstelle-Fraktion auf irgendeinen Charakter machen, der halt theoretisch einen Anspruch hat. Ich glaube auch. Die Tochter hat auch einen Anspruch. Die Tochter hat auch einen Anspruch. Wenn es eine Tochter wird, hat die auch einen Anspruch. Es ist nur kein Durchgesetzter, es ist dann ein Nicht-Durchgesetzter. Fallengelassener. Was jetzt wichtig ist, wenn mein Sohn auf dem, mein Spielerbe auf dem Kaiserthron sitzt und der wird gestürzt, habe ich dann hinterher nichts mehr? Nee, nee, nee. Der erbt immer noch keine Sachen. Der erbt trotzdem noch mein Königreich. Genau. Also du solltest auf gar keinen Fall jetzt halt in der Zeit sterben, weil ansonsten ist ja alles, was der in der Hand hat, in seiner Hand. Aber er durfte trotzdem nur das Byzantinische Reich, was er also jetzt hat, also den Kreisertitel, nur der Haupterbe ist geschützt von der Regel. Nur der Haupterbe. Er bleibt ja dein Erbe für dein Königreich. Erben ist jetzt nämlich eine Sache. Der Haupterbe ist bei Modis halt verstorben. Und Alkoholiker wieder. Und die Nebenerben wurden ungebrannt. Das heißt, du bist eigentlich schon 75. Das ist ein Problem. Also der Rad ist 68. Zwei wurden gekillt und einer war eigentlich der Erbe, aber der ist dann im Spiel gestorben. Dann lass doch mal die Zeit weiterlaufen. Ich glaube, ich höchste Game-Aushalt. Danke, danke. Da ist was passiert am Hofer. Ja, danke. Der Aldine der Großen. Sollen wir nun jetzt alle wieder zurückschieben, oder? Wir warten noch, ob es ein Kind wird. Also, was für ein Kind ist jetzt rum? Ob es ein Kind wird. Oder ein Alien. Er ist ein Erwachsener. Es kann ja auch sein, dass das Kind irgendwie nicht... Tod im Kindspfett oder sowas. Ich muss jetzt hier mal ganz kurz herauskristallisieren. Reno, also das war perfektes Mindplay, sodass dein Sohn jetzt auf dem Kaisertrone ist. Ranger meinst du? Ja. Ja. Durch Kaffee und durch Usopator kriegt man alles. Wahnsinn. Also, der Long Run ist es, ne? Der Spielgewinn. Ja, eben. Ich hol mir mal schnell einen Arzt, sonst ist nämlich bald vorbei mit dem König hier. Mit dem Long Run. Mit dem Long Run. Also, das ist jetzt eine sehr gefährliche Konstellation, die sich hier ergeben hat. Kriegt der Papadopoulos dann jetzt noch einen weiteren Titel? Ja, ich sehe schon, dass sämtliche spielende Herrscher hier untergehen werden. Fehlgeburt. Ja. Was? Fehlgeburt? Nein, ehrlich. Oh, Mann. Tatsächlich, ich sehe es nicht mehr, Sparger. Der Erbe. Der Erbe ist egal. Echt enttäuschend. Mit den fünf Monaten. Das ist keine Fehlgeburt, der ist einfach nur dumm. Hä? Das Kind lebt. Das ist einfach nur dumm. Ich sehe, das kann der Geist im Stream. Was? Das Kind lebt. Echt? Nein, weil das hat... Ach so, falsches Kind. Ah, Entschuldigung. Ich dachte gerade, was? Entschuldigung. Ah, schade. Wenn ich als König jemanden heire, muss es dann materiell näher sein oder nicht? Muss es, ja. Ja, ja. Oh gut, da war alles gut. Ich dachte gerade, es ist... Sonst begrüße ich den selben Fehler wie vorher auch. Ja, ja, es war angehakt, glaube ich. Ich weiß es nicht. Kann man das sehen? Ich weiß, oh Gott. Ja. Ja, ist, Martin. Mach. Wir sind jetzt hier gerade mit zehn Leuten im Byzanz-Channel. Ja, wir lösen uns auch. Ich denke, ich werde dann einfach mich für heute verabschieden. Dann halte ich jetzt hier nicht ewig den Betrieb auf. Toll, die ganze Arbeit umsonst. Ein gespaltenes Kaiserreich. Viel Spaß. Ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ich war Kaiser. Ein Einmal, der Kiosk herrschte wieder über Byzanz. Ich wäre gerne noch bei den Seltschuken eingefallen. Das gebe ich zu. Ja. Ja. Aber ich sage danke für die Einladung. Das jetzt sagt er es. Hm? Jetzt sagst du es, dass du einfallen wolltest. Ja, natürlich. Das ist ja, glaube ich, jetzt nicht so überraschend. Als hättet ihr nicht den gleichen Gedanken schon die ganze Zeit. Bei euch hat nur noch keiner es geschafft, sich zum Sultan aufzuschwingen. Wollen wir es gar nicht. Und daher wünsche ich euch. Damit fällt mein wichtigster Verbündeter. Ja, es tut mir sehr leid. Aber es war ein Fest mit euch, meine lieben Byzantiner. Und natürlich meine lieben Nordmänner. Gemeinsam Renke zu schmieden. Schön, dass ihr dabei wart. Wohl wahr, wer hat der Kaiser. Aber ich habe euch ein, also ich habe ja wohl ein zwar jetzt ein bisschen zerrissenes, aber viel größeres Kaiserreich hinterlassen als davor. Das stimmt. Macht was draus. Das stimmt, das ist das Kaiserreich ordentlich vergrößert. Ja, ja. Wollen wir rein. Dann euch jetzt viel Spaß. Und wir sehen uns sicher bald wieder bei weiteren Strategie-Events. Ja. Sehr gerne. Schön, dass ihr dabei warst. Mola an. Ist gut. Schöne sind aber. Ist gut. Ciao. Tut mir leid. Ich höre nichts mehr. Ciao. Mir auch leid. Ihr habt mein Kaiser vergrault. Und werde ich ein Herrscher werden, der... Naja, jetzt habe ich einen Sohnemann für Maurice. Ich nenne ihn mal Maurice. Oh. Oh. Dann werden wir mal gegen das Herzische Reich mobilisieren, ne? Ähm, Gaius? Ja. Wir sind auch hier. Sollen... Es ist ein Genie. Ach so. Sollen die beiden Herrscher der nordlichen Stämme vielleicht aufgeteilt werden irgendwie? Weil mit zwei Leuten in einem Channel... Das ist eine sehr gute Frage. So ein Byzantiner können sie ja mit rein. Die können... Ja, würde ich auch sagen. Die sind da nah genug dran. Das ist jetzt nur ein einziger dann mehr, als wir vorher waren. Weil Maurice ist ja raus. Stimmt, genau. Ich bin da auch nicht. Und ich bin ja schon sehr schön umgeben mittlerweile vom byzantinischen Kaiserreich. Ja, ich finde, da muss ein Beitritt bald mal her. Ja, ich weiß nicht so recht. Ich liebe meine Unabhängigkeit. Ich nehme mal diese Lupen mit, ne? Diese Lupen? Wer hat der Byzantiner? Sollen wir... Ich habe gesagt, da mal unten Bescheid bei Flatt, ne? Der ist schon nach unten gegangen. Also, ich brauche jetzt wirklich... Oder wir machen nochmal kurz Pause, weil ich brauche jetzt die Byzantiner auf jeden Fall einmal. Moment, ich hole ihn kurz in Flatt hin. Er ist ja kein Byzantiner, aber du kannst ihn holen. Ja, was gibt es? Werte Byzantiner, ich möchte an dieser Stelle appellieren. Mein Sohne ist nun rechtmäßig auf dem Kaiserthrone. Und ich würde gerne ihm zur Hilfe ereilen. Wie sieht es dort aus mit eurer Unterstützung? Er ist mein direkter Erbe. Und ich will ihn auf jeden Fall an meiner Seite wissen. In diesem Krieg, mein werter Freund, um einen Tyrannei-Anspruch. Das heißt, ich möchte jetzt natürlich nicht diesem Prinz Nekophorus helfen. Aber am Ende des Tages will er ja euren Sohn nicht absetzen. Er will lediglich die Gesetze für uns alle ein wenig angenehmer machen. Hm. So ist es. Ein weiser Vorschlag, den euer Sohn bedenken sollte. Schließlich war ja auch der bisherige Kaiser diesem nicht abgeneigt, bevor er dann erstickte an der Freude des Lebens. Mhm. Nun sehr nicht. Behalt es mal so im Hinterkopf. Und nun, nach all diesen, sagen wir, Eskapaden, was die Heiraten angeht, würde ich sehr gerne meine älteste Tochter Matrilinja verheiraten. Gibt es eventuelle Söhne, die nicht in den ersten zwei, drei Hierarchien stehen? Hätte da jemand ein Interesse daran und damit ein Bündnis mit den Julian zu schmieden? Nun, ich habe bereits ein Bündnis, das ich sehr schätze. Aber wenn es sich um vorzügliche Damen handelt, dann... Mein letzter Tadislav, könnten wir eine Unterredung führen? Natürlich. Mein Hübscher. Aha. Kann uns ein Kutscher irgendwo hinfahren, wo es schön ist? Wen jetzt nochmal? Ich kenne da ein Plätzchen. Oh. Ich muss den Plätzchen zeigen. Hashimi und wem? Achikan. Achikan. Und Katislav. Ich höre so viele Stimmen. Ja, ich habe das Gefühl, dass einige von uns, wenigstens meine Wenigkeit, bisher nicht das Vergnügen hatten mit König Kostin von Transsilvanien. Ich grüße euch. Ich grüße euch auch. Nun, das byzantinische Reich, wie ihr seht, hat sich ein wenig erweitert und ausgebreitet nach all diesen Geschehnissen. Meinem Vater Vlad I. war nur wichtig, die Wallachischen Kulture unter einem Banner des Transsilvanischen Königshauses zu bringen. Dementsprechend interessiert es uns nicht sehr, was im byzantischen Königreich geschieht. Kuttschor. Ich möchte um gerne zusammengrätschen, aber ich würde um eine Audienz bitten beim Archikan vom großen Archiland. Der ist gerade beschäftigt. Nun, so lasst es ihn wissen, sobald er nicht mehr beschäftigt ist. Ich müsste ihn dringend sprechen. Holan. Ich möchte mal gucken. Vielleicht kriege ich ein Bündnis mit dem Archikan hin. Das wäre geil. Ich habe jetzt ein Problem. Ich muss zu lange warten. Eigentlich habe ich keine Zeit zu warten. Ähm, weil ich muss expandieren. Wenn ich noch die zwei Königreiche haben will, muss ich Gas geben. So schön, wie man die einfach erpressen kann und dann auch noch die Geheimnisse aufdecken kann. Hehe. Alles Schweine. Ähm, okay. Der braucht noch 20 Monate. Konstantinopel brennt. Ich möchte in dieser Runde nochmal als erstes anmerken, bitte schaut mich nicht alle an. Das ist das Erste. Und das andere ist, ich wollte nochmal auf die beiden Köstlichkeiten Usupator und Kaffee aufmerksam machen. Habt ihr da etwas im Gesicht eigentlich? Das ist mein Bart. Ah, interessant. Wie im Gesicht. Warum schaut ihr mich denn an? Nun, ich schaue gerne den Menschen in die Augen. Hört auf mich an zu gucken. Auch ganz tief sogar. Ich möchte an dieser Schlag... Denn die Augen zeigen das Innere eines Menschen. Es ist meine schlimmste Eigenschaft, schüchtern zu sein. Dies würde mich bis zum Kriege treiben, auch wenn ich verlieren sollte. Oh, nun gut. Dann wende ich meinen Blick ab. Euch zuliebe. Vielen lieben Dank. Das kommt mir sehr entgegen. Kann ich denn jemanden dafür begeistern, vielleicht etwas von diesen Köstlichkeiten zu kaufen? Nun, leider sind unsere Goldmittel äußerst begrenzt. Ich frage mich gerade, wolltet ihr nicht darauf hinarbeiten, Kaiser zu werden? Ich? Nein, mein Sohne sitzt auf dem Kaisertron. Oh, okay, okay. Herr, äh, Herrscher Franzus, Archikan hätte nun Zeit. So sei es. Dann begleitet mich bitte. Nehmt mich auf und hat eine schöne Kutsche. Wir sind eingetroffen, mein Herr. Wohl wahr, ich danke euch. Oh, großer Archikan. Ihr habt euch wohl. Ich grüße euch. Ich habe ein Anliegen für euch und mit euch und durch euch und unter euch und über euch. Ihr habt die Möglichkeit einer Hochzeit in eurem Hause. Ich habe mich gefragt, ob man die lange Kultur byzantinischer Bündnisse mit eurem nördlichen starken Hause aufteicht erhalten möge. Äh, nein, danke. Nun wohl dann. Ich bin nur nordisch und ich will nur nordisches Blut an meinen Länden spüren. So nordisch wie das des ehemaligen byzantinischen Kaisers? Äh, noch nordischer. Noch nordischer. Ich verstehe. Wollan? Ich habe die Botschaft erhalten. Kutscher, ihr könntet mich wieder zurückfahren nach Byzanz. Natürlich, mein Herr. Äh, soll ich den Werten Archikan auch gleich mitnehmen? Aldine, die Große. Unfassbar. Entschuldigt, entschuldigt. Ach so, okay. Ja. Ich muss mich kurz in meine Privatgemächer zurückziehen. Ja. Viel Erfolg. Ich muss jetzt mal, äh, fahren lassen. Vielen Dank, Kutscher. Gemächer, ich kenne nur Schlachtröster. Das ist tatsächlich sehr schade, aber auch gut gespielt von ihm. Das ist ja auch RP am Ende des Tages, welches ich nicht so durchziehen kann. Aber nee, gibt es hier einen nordischen Schönen, der mich heiratet? Ich finde ja, die... Was... Ist das eine Brille, die... 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 Die Spottisa Aldine, die Große trägt? Das ist ein Schönheitsmonokel. Ah. Ach doch, bitten. ...worden des Kaisers Vater. Was ist mit des Kaisers Vater? Der... Dessen Audienzgesuchen ist angenommen worden vom Sultan. Dann nehmt ihn doch mit. Das hatte ich... Hinfort. Hinfort mit ihm. Es freut mich nun aber zu sehen, dass wir mit Aldine der Großen in unseren Reihen der Byzantiner eine stolze Kriegerin haben, die uns sicherlich unterstützen wird im Konflikt, der sich sicherlich mit den Seltschuken noch anbahnen könnte. Ach, sicherlich. Ich brauche noch ein gutes Bündnis. Ich brauche noch ein gutes Bündnis und das brauche ich dringend. Ich kann halt nix mehr ausbauen aktuell. Ich muss eigentlich neue Städte bauen. An der Burg bringt mir nicht so viel. Sultan Altair ist soeben verstorben. So möge er in Frieden ruhen. Oh nein. Er ist verstorben. Das ist ja schrecklich. Sagt seiner Frau Hallo. Oh Gott. Ich möchte übrigens festhalten, dass meine alte Heimburg Theodosiopolis nun Prinz Maurice von die Ibn al-Azur-Sultanat gehört. Welche Ironie des Schicksals. Ja, das ist wie sich wirklich wunderliche Dinge entwickeln können. Ja, für wahr. Ich möchte diese Burg zurück erhalten. Wir müssen uns nun Gedanken machen, was wir mit diesen Persern machen wollen. Aber ich wurde ja vorhin unterbrochen. Ich wollte ja eigentlich mit König Kostin sprechen. Eventuell kann ein Kutscher veranlassen, dass ich und König Kostin in private Gemächer gebracht werden. Kutscher? Ja, mein Herr? Bitte bringt mich. Und Flatt, dem ehemaligen Flatt, König Kostin, mittlerweile in private Gemächer. Wenn das denn in Ordnung ist für König Kostin. Natürlich ist das in Ordnung. Sehr gut, sehr gut. Oh, Böhmen. Böhmen klingt gar nicht mal so schlecht. Das ist gleich hinter Ungarn. Gar nicht mal so weit weg. Bayern. Bayern. Ha! Äh, um 0 Uhr heute ist fertig. Fest fertig. So oder so. Also egal, was passiert und 0 Uhr ist durch. Ist der Wertekan Tadislav von Astracan zu einem Gespräch bereit? Natürlich. Die Frage ist, wer, wer stört? Ein erster Herrscher, der Vater Mieten. Och, wieder so eine weite Reise, aber na gut. Mal schauen, welche edlen Damen dort am Hofe verweilen. Nun, ihr Auge wird sicherlich eine finden. Könnt ihr euch einmal zurücknehmen? Naja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Hört, hört. Ich hab viel Gold. Dann werde ich ihn der Werkenrunde kurz entführen. Alle von gestern noch dabei, Nemo. Dies ist leider ausgeschieden durch eine unglückliche Verkettung von Umständen. Ich hab eine kurze. Out-of-Character-Frage im Einzelspielermodus fort. Oder ihr seid jetzt irgendwie... Ja, ich hab gerade auch irgendwie Out-of-Sync. Wie ist das bei euch? Ganz viele Out-of-Sync. Ja, dann geh ich mal raus. Dann machen wir das Spiel verlassen, oder wie? Ich geh raus, ja. Weil das müssen wir das Game neu starten, ne? Wer ist denn als desynchro? Bin ich auch desynchro? Äh, ich bin auch desynchro, ja. Ja, als Zuschauer. Bei mir sind alle beim 29. Oktober, außer ich bin am 31. Du bist da, du bist da. Ich bin am 8. November. Ich hab am 8. November. 8. November ist drin, glaube ich, oder? Okay, dann bleibe ich schon. Ja. Also bei mir steht im Einzelspielermodus fortsetzen oder Spiel verlassen. 8. November ist drin. Muss ich dann auch raus? Nee, 8. November ist richtig. Ich bin am 31. Oktober. Raus! Raus! Aber einfach so, Nina müsste dann, glaube ich, rausgehen, weil sie ist dann komplett auto-sync. Okay. Und dann wieder reinkommen. Und das funktioniert mit 40 Leuten? Also ich bin immer noch... Also wir hatten ja jetzt, glaube ich, einmal jetzt innerhalb... Ich glaube, gestern war nix, oder? Naja, also zum Thema mit 40 Leuten. Die Runde mit 40 Leuten ist ein DLC früher, eine Version früher. Ja, und wenn ein DLC rauskommt, ist das Spiel ja gleich 80% in Stärkung. Und jetzt bin ich auch raus. Ja, weil der Haus raus ist. Ja, ich auch. Wichtige Info, bitte einmal alle komplett das Spiel schließen, beenden und neu starten. Ecke wird gleich einen neuen Coach in den Lobby-Code reinbringen. Wir werden einfach neu in den Überfall. Aber nur den Lobby verlassen. Am besten wirklich einmal komplett das Spiel... Welch unglaublich schändliche Entwicklung sich da niedergespielt hat. Ich glaube, dein Hof wird dem Meinen zustimmen können. Es war ein großes Verbrechen, das da geschah. Als der einzig wahre rechtmäßige Kaiser leider von uns gegangen ist, ohne einen rechtfertigen Erben. Das war kein Ding rechter Dinge und wird gerecht werden, eines schönen Tages in ferner Zukunft. Wohl an, ich bin aktuell mit einem Herrn Lautus zu Gange, Lautus Maximus, und werde versuchen, die Kaiserschaft im Geiste, in Gedenken an den wahren Kaiser an mich zu reißen. Durch Gottes Gnaden und einen kleinen Dolch. Dieser Raid sollte anspornend sein, auf den Thron zu kommen. Als nichts anderes habe ich dies interpretiert. Meine Herrschaft soll bald mich erquicken und über die Lande der Ungläubigen, Unfähigen und Unwürdigen hereinbrechen und ihre Pimmel sollen abgeschlagen werden und an Straßen im Osten und im Westen ausgestellt werden. Der Norden bleibt frei, denn das ist der Ausblick aus meinem Kaiserspalast. Wohl wahr. Wohl wahr. So denn, versuchen wir wieder, dem Spiel herbeizutreten. Denn, äh, wir haben ein... Gucken wir mal. Defalliziert sie, so sei es. Die Defallisierung soll um sich greifen. Nun, äh, aktuell habe ich vor allem 1000 Gold auf der hohen Kante. Wir müssen uns also ein bisschen was überlegen, was wir damit anstellen. Ich bin nicht ganz so bewandt in dem Spiel. Also, wenn ihr perverse Ideen habt, wie man 1000 Gold am besten verhaut und verschandelt und wie man am meisten Schaden damit anrichtet, dann haut raus, ne? Sind die Pimmel Teil des APs? Äh, ja. Das ist korrekt. Selbst im Tode reifen die Machtspiele des Kaisers? Ja. Äh, die Auswirkungen des Kaisers auf die Zukunft sind wohl löblich und tragen hoffentlich große Früchte. Mit Pimmel ab zur Krone. Das war von Anfang an der Plan. Aktuell sind wir immerhin König und arbeiten bereits am zweiten Königstitel. Ähm, mal schauen, wie es letzten Endes mir gelingen wird, das auszuspielen. Verbindung zum Host wurde unterbrochen. Moment. 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 Jetzt mache ich leider nicht mehr zu Gange. Was ist denn der aktuelle Stand? Der aktuelle Stand ist, dass alle einmal das Spiel komplett ausmachen sollen und wieder neu starten und dann kommt eine neue ID und dann starten wir vom letzten Save aus. Okay, wir warten auf die nächste ID. Alles klar. Danke dir. Dann werde ich mir einen Kaffee holen. Kaffee sind tödlich, habe ich mir sagen lassen. Kaffee heißt das. Eine zu große Menge auf jeden Fall. Meine Kaffee-Maschine ist seit zwei Tagen kaputt, selbst wenn es Kaffee ist, macht mich das fettig. Also Kaffee ist sehr gut. Das hält definitiv wach. Kaffee-Maschine kaputt, da würde ich... Ich werde mir tatsächlich einen Kaffee holen. Ja, ich habe einen Unterdruck in der Senseo-Maschine und der Tipp dafür ist, 24 Stunden warten, dass der weggeht und ich kriege es immer noch nicht auf. Jawohl! In Gottes Gnaden. Selbstverständlich. So viel Beduld hätte ich gar nicht. Ich hätte, weil ich glaube, schon nach 12 Minuten... Das ist schon eine neue Gold. Ebenstellt zur Mediamarkt. Nee, dann wahrscheinlich hätte ich erst mit Gewalt und Hammer versucht, das Ding aufzumachen. Nee, ich habe das schon so stark angezogen, dass die Knöpfe schon so halb rausgucken. Oh, oh. Ja, gut. Deshalb. Es bringt alles nichts, ey. Ich muss dann nochmal online gucken, vielleicht gibt es irgendeinen anderen Trick. Der Code ist da. Loch reinbohren. Ja, dann kannst du dich aber auch nie wieder benutzen. Ah, ist das offen. Das ist das offen. Ja, nein. Das ist das offen. Amen. 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 Der Stuhl hat euch hoffentlich gut unterhalten, besser als ich es jemals vermögen könnte. Eine neue ID wurde verlautbart. Ja, für alle Dagebliebenen, noch Daseienden. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Radler. Für die von euch, die mich noch nicht kennen. Ich mache hier hauptsächlich Strategie und Aufbauspiele, aber manchmal auch ganz wilde Sachen wie Rimworld oder Project Zomboid. Und ihr seid selbstverständlich immer gerne eingeladen auf einen genüsslichen Trunk aus den Schädeln unserer Feinde und ähnliche Prachtanstalten. Heute ist Verrücktes los. Skaius, Julius, was machst du denn in meinem Chat? Warum bist du denn nicht im Spiel? Was ist los bei dir? Alles in Ordnung? Alles kaputt? Oder was passiert? Ich komme auf jeden Fall wieder rein. Ich war nur kurz einen Kaffee holen. Eine einzelne Chat. Gerne. Wenn ihr eure Lebendigkeit bestätigen wollt, so bitte eine einzelne Chat. Wenn auch ihr für die gütige Existenz eines Kaiserreichs in Gnaden Norikius des Großen zu haben seid. So, bitte tippet die Eins in den Chat. Der Hof solle sprechen. Du bist mit Moris gestorben. Ist etwas in dir gestorben? Bei diesem schlimmen Ereignis. City Skylines gibt es auch auf dem Kanal. Yes. Die Pause muss überbrückt werden. Oh wei. Oh wei. Ja. Wohl wahr. Wohl wahr. Ich bin sehr gespannt, was die Zukunft bringen wird. Ich kann auf jeden Fall eines sagen. Mein Militär wird sich gleich verdoppeln. Das wird spannend. Ich habe eigentlich recht gute Lust, den Ungläubigen einen großen Prügel über den Kopf zu ziehen, sodann ich sie in Folge entmannen darf. Im Zuge unserer Bräuche. So steht es geschrieben im Buche des Abpimmels. Herrscht in Theodosiopolis bei deiner alten Heimburg. Denizialisiert bei mir immer noch. Schon recht lange. Das ist normal. Das kann nicht passieren. Jetzt, wo ich frage. Weißt du, jetzt geht es weiter. Also ich warte immer noch im Ladebildschirm auf Dinge. Das ist vollkommen normal. Ich bin drin. Alles andere ist egal. Wenn man ein Sprecherstand lädt, dauert das durchschnittlich doppelt, wenn nicht dreifach so lange reinzuladen. Weil erst wird der Grunddatum geladen und dann wird der Speicherstand geladen. Weißt du, Paradox könnte einfach mal ihre Safe-Games komprimieren. Nee, 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 nee. Das ist halt was mit der Lade. Das ist gegen die Self-Jucken-Kämpfe. Oh ja, da hab ich ja aufpackt. Game geladen, könnte man so so sagen. Und dann wird er der Speicherstand geladen. Erstmal im Kaffee. Direkt der Speicherstand geladen. Der lädt zweimal. Deswegen dauert das so lange. Er lädt quasi erst das Grunddatum. Ja, Maurice hat es ja komplett rausgehauen. Das war so unerwartet. Weil er hatte eigentlich alles perfekt eingegürtigt. Und orchestriert und dann start einfach der Haupterbe. Und das ohne Entriege. Und ehe man sich versieht, sind auch alle anderen aus dem Spiel heraus. Ein herber Verlust der Kaiser. 14 Minuten Lade. Ach du Scheiße, 14 Minuten. Ja, war aber auch im Jahre, glaube ich. Es dauert aber wirklich lange. Das Laden dauert wirklich lange. Glaub ich 1400 oder so. Wir haben 800 irgendwas begonnen. Also es war super lang. Ja, mein Zorn wird auf jeden Fall irgendwo ein Ventil finden müssen. Wir spielen doch alles heute eigentlich alle. Bis auf Mortis und Shoyoka, glaube ich. Wir sind aber eh jetzt in der Pause. Ich bin wieder drin. Es hat ja nur vier Jahre gedauert. Ja, natürlich. In der Pause ist das natürlich egal. Was? Nur vier Jahre? Das ist ja aber gut. Gaius Jujus C hat das Spiel verlassen. Oh nein. Oh. Wie damals im alten Rom. Ich wollte ich auch gerade sagen. Der Zorn des Kaisers hat den Spielstand gebrochen. Das ist gleich. Als die ganzen Zorn den armen Gaius abgestochen haben. Anno Spielstand von der HDD. Ragequid einfach. Oh wei. Ja, apropos. Mit Anno geht es morgen weiter. Anno hat ja einen neuen DLC, der nächste Woche erscheint. Und ich werde morgen auch in Anno in den Vorabzugang starten. Und dort ein bisschen neue Sachen herum zeigen. Also wenn euch Anno interessiert, schaut gerne rein. Ich habe auch dort Blut meiner Feinde anzubieten. Im Grunde habe ich immer Blut meiner Feinde anzubieten. Ich lagere es in Fässern. Es hält jung. Ich für meinen Teil bin ja auch schon 86 Jahre alt. Man merkt es und meine Ausdrucksweise so doch. Gibt es auch wieder Drops? Das ist wohl wahr. Äh, ja. Auch ab dem morgigen Tag wieder. Aber Twitch möchte mir meinen eigenen Channel-Namen nicht gewähren. Hm. Ja. Hä? Deinen eigenen Channel-Namen? Ja, also mein englischer Kanal ist ja halt wirklich nur die vier Buchstaben. Nina. Ach so. Und, ähm, das hätte ich jetzt gerne auf meinem deutschen Kanal gehabt, aber die vergeben keine Namen von Partnern. Die sind auf Lebzeiten gewandt. Wow. Okay. Aber ein Vier-Zeichen-Name ist schon krass. Das haben nicht viele. Ja. Ist auch echt schade, dass der da jetzt so einfach nur noch rumgeistert. Ja, das stimmt. Wenn ich das richtig verstanden habe, du hattest einen Channel mit dem Namen Nina oder der Englisch war und hast du in Deutschland gemacht. Im Singleplayer bin ich 90 plus geworden, ja. Und Twitch sagt, du darfst deinen eigenen Namen nicht weiter benutzen. Genau, weil sie sagen, ähm, Namen von Partnern sind auf Lebzeiten. 2.600 Einheiten noch mehr, äh, anlachen. Wie bei, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel Ninja ist ja, glaub ich, nicht mehr auf der Plattform, dass ich mich jemand einfach Ninja nennen kann und off of his fame leben kann, in dem Sinne. Aber wie ist das denn, wenn ich den Kanal umbenennen? Nicht schlecht. Weil ich kann ja auch meinen Kanal umbenennen. Ja, aber nicht mit Sachen, die schon belegt wurden. Ja, aber wenn ich jetzt, also, wenn ich jetzt von, von Ranger-Area auf, äh, Ranger-Uso-Trinker gehe, dann sind beide Namen gesperrt, oder? Der erste Name wird für immer gesperrt bleiben. Oh, ich könnte die Burg noch ausbauen. Ach, wieso? Du kannst dich zurückwechseln bei sowas. Das wusste ich nicht. Cool. Du bist dann aber auch gesperrt für neue, ja? Ah, kann ich noch nicht. Innovation fehlt. Und selbst wenn man angibt, dass das der eigene Name, was man einfach nur neun erstellt. Naja, ich bin ja nicht bei Twitch. Das, 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 das habe ich schon irgendwie erwartet. Aufgebote, das machen wir auf jeden Fall noch. Ja, es ist ein bisschen schade. Es sind so viele, also es ist ja so mittlerweile so eine große Plattform. Ne, also, da weiß ja die linke Hand nicht, was die rechte macht. Und die haben dann ihr Regelwerk und das darf auch keine Ausnahmen haben. Und ich verstehe das auch. Dann sitzt dann halt jemand und sieht, okay, das sind die Regeln. Ne, sorry, können wir nichts machen. Ja, also, aber Twitch hat ja Regeln wie, wie bei einer amerikanischen Firma. Ne, also, da ist eine Treppe im Geländer. Wenn du dich nicht im Geländer festhältst, wenn du runtergehst, wirst du gefeuert. Quatsch, nein. Nein, wir würden uns niemals gegen den Overlord stellen. Nein, nein. Ja, eben, niemals. Nein, wir würden uns niemals gegen den heiligen Jeff Bezos stellen. Ja, der ist ja schon im Genießerurlaub, oder? Der ist jetzt eigentlich Chef. Ja, der ist nur noch Teilhabe zum bestimmten Prozentsatz. Der Chef weiß ich gar nicht, wie der gerade heißt. Dem musst du dann gehuldigt werden. Andy Jesse. Dem musst du gehuldigt werden. Jeden Morgen. Ich war mal auf einem amerikanischen Gelände als Gastausweis zum Arbeiten. Und da haben die mich wirklich angepöpelt, weil ich das Geländer nicht festgehalten habe, als ich eine Zwei-Stufen-Treppe runtergegangen bin. Ja, weil wenn du runterfällst und du dann die Firma verklagst, schau dir das mal an. Deswegen machen die das. Oh! In einem anderen Land. Kann in Amerika jemanden verklagen? 3.500 Truppen gegen die Ungläubigen. Zum Beispiel halt Starbucks mit dem Kaffee. Kaffee ist heiß. Klar, natürlich. Weil es nimmst den Aufstand auf dem Kaffee. Äh, er mit Schirr ist von Twitch, der Chef. Ja, aber von Allison? Ja, aber es soll ein Eiskaffee sein. Übergeordnet wäre es der Chef von Amazon aktuell. Wenn das Geländer und die Treppe von zwei verschiedenen Firmen sind. Oh, oh, oh. Da kann natürlich keine Qualität gewährleistet werden. Und dann ist natürlich wieder die Firma schon. Da brauchen wir wahrscheinlich hier Rico-Fall, ne? Es sind hier eigentlich alle wieder im Spiel drin. Und aus der Pause ready. Ich bin gerade dabei, im Moment. Okay, Günther ist noch dabei, reinzuladen. Alles klar. Ich weiß nicht, ob Proof da ist. Der wollte sich irgendwas holen, glaube ich. Oder wer war das mit dem... Bestimmt in seinem Sarg. Nö, ich esse. Perfekt ist auch da. Ah, genau. Sag mal, ist mein Haupt-R-B-Käusch? Also momentan hat Twitch-CEO als Amage hier, wie mir mein Hof mitteilt. Ja, aber von Amazon, der CEO? Weil der ist ja der warme Overlord. Ach so, ja, stimmt. Eberhof, wie heißt der von Amazon? Andy Jesse. Das ist der Nachfolger. Oh, Pfeil ist auf Andy Jesse. Du hast noch nie eine Fehlentscheidung begangen. Und Twitch Prime ist mehrkostenfrei. Aber kleiner Fun-Fact. Wusstet ihr, dass Jeff Bezos sogar seine Finger im Skript von Rings of Power drin hatte? Hm? Der durfte da mitschreiben. Ja, weil ihm halt alles gehört. Sorry. Jetzt verstehe ich den. Also wirklich, sind wir hier Crusader Kings? Ja. Wo hat er mitgeschrieben? Bei Rings of Power. Ach, wegen ihm gibt's da die ganzen... Ah, okay. Verstehe. Die ganzen Orks und so, ne? Äh, Hori, aber ich kenne das nicht. Habe ich Orks gehört? Ihr redet wohl hoffentlich nicht für meine Kinder. Nein, das sind Wofo wohl gewonnen und schönheiten. Die helfen gleichen Gestalten. Die neue Herr-der-Ringe-Serie, glaube ich, gemeint, oder? Ja, das ist korrekt. Also, wenn man jetzt mal, wenn man von Coppelius die Kinder anschaut, dann sieht das genauso aus wie der Übergang von, während der Elf zum Ork wird. Ja, das stimmt. Das ist ein sehr guter Punkt. Ich darf doch bitten, weil einige Kinder auch so an seinem Schlag sind. Also, das ist nicht so nett. Naja, jeder Ork ist ja immerhin ein Elf, der zu Tode gestrümmelt... Gerüchteweise. Gerüchte. Also, meines Wissens ist das noch nicht wenigstens bisher offiziell bestätigt worden, sondern... Der CPN-Kanon muss noch folgen. Freutert ihr gerade die Serie, oder? Nein, das sind nur Gerüchte. Weil ich hab noch nicht angefangen mit der Serie. Alles nur Gerüchte. Ab Folge 3 lohnt sich's auf jeden Fall. Das steht doch... Das steht doch... Das ist doch keine Information, die für die Serie dazu kommt. Da steht doch so ein Gammel-Serviette, die The Talking hinterlassen hat. Ja, ja, genau. Ja, dass die Orks elfen sind, oder? Amel-Serviette, die The Talking... Das ist doch nicht mal ein Scherz. Die Entstellungsgeschichte, der Ork steht halt wirklich auf einer Kotztüte von dem. Oh Gott. Wie hat er geschrieben, als er krank war und kotzen musste? Ja, ist doch schön. Man muss nutzen, was man hat, ne? Natürlich. Ja, natürlich, aber... Es ist ja trotzdem so... Wow, wie hast... Wann hast du dir die Geschichte The Orks das gedacht? Als ich krank war und kotzen musste, ist es mir eingefallen, habe ich auf meine Kotztüte geschrieben. Man muss sich ja von... Nein, guck mal nicht, dass es ihm eingefallen, weil er kotzen musste, sondern weil er dringend was zum Schreiben brauchte, bevor er es vergisst. Der war ja schon was älter. Aber man braucht immer solche Storys. Das ist sehr... Oh oh. Nein, schon wieder ich. Das kann doch nicht sein. Ich habe festgestellt, zum Beispiel bei einem anderen Spiel, ich weiß nicht, ob das Paradox-Spiele betrifft, wenn man im Fenstermodus spielt und einen zweiten Bildschirm hat, so wie alle wahrscheinlich hier, und dort rumhantiert, kann das Spiel asynchron werden, ohne dass man denkt, dass es asynchron wird. Das geht eigentlich bei Paradox relativ gut. Also, das hat andere Probleme. Bonjour. Das Problem war noch nicht behoben, oder? Ja, wir müssen noch mal ein paar neue reinschauen. Du bist auch gerade schon wieder... Du bist wieder, glaube ich, schlugen. Genau, ich habe nämlich desync. Das heißt, du musst auch noch mal reinladen, ja. Paradox hat tatsächlich andere Probleme in dem Thema Stabilität und desync. Ihr wisst, warum das eigentlich passiert, oder? Bei jeder Kleinigkeit... Ich meine, dem schlauen Hof, meinem schlauen Hof, muss ich das ja nicht erzählen, und dem überaus gebildeten Hof von Maurikius natürlich auch nicht. Selbstverständlich liegt hier Sabotage vor. Es soll die Ergreifung der Kaiserkrone verzögert und verhindert werden, die mir rechtmäßig zusteht, wo ich allein doch im Geiste von Maurikius dem Großen handle und niemand anderes. Es ist ganz klar, die Rache nein, nicht die Rache. Es ist der Aufstand der Unfähigen, Ungläubigen und Unwürdigen, die sich hier verbinden, um unausweichliche geschichtliche Entwicklungen abzuwenden. Aber eines kann ich euch versprechen, so wahr ich lautus Maximus heiße, ich werde alle unwürdigen Pimmel abschneiden und die Kaiserkrone an mich reißen, so wahr ich hier sitze. Nameless, moin! Wie ist die Lage? Ist Georgian an Archie gefallen, Erbfolge? Die Erbfolge war es. Warte mal, hat der sich jetzt mit dem Kahn verbündet? Ah ne, das ist der Kahn da oben. Wir wollen auch nicht, dass der Papst spielbar wird. Aber das finde ich zum Beispiel... Das haben sie ja in CK2 schon nicht gemacht. Also ich meine, ich will jetzt hier nicht sagen, wir haben genug Historiker jetzt hier mit dabei, das muss man sagen. Aber aus meiner Sicht Spieler, ja aber Günther ist ja doch da und aus meiner Spielersicht, also rein aus der spielenden Sicht, fände ich es halt mega geil, wenn ich meine Dynastie rund um den Handel fokussieren könnte. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es damals nicht Handelshäuser oder adelige Häuser gab, Dynastien gab, die den Handel einfach komplett abgeschoben haben. Ich meine, die Fugger-Dynastien, das war dann natürlich... Ja, die haben ja langfristig auch lang nicht gehabt. Die Fugger sind aber auch mehr Renaissance. Die Familie gibt es, meine ich, ja auch heute noch, ne? Ja, die Fugger gibt es noch. Die haben sich dagegen beschwert, dass das Spiel Fugger heißt, deswegen wurde das umbenannt. Stimmt, die haben auch so ein Museum und alles, was die da noch ein bisschen... Ja, 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 die Fugger gibt es noch, richtig. Aber stimmt, die kamen, wann kamen die auf? Ich habe übrigens noch einen für den Ranger und die Mutter des Fuggerhauses ist dann die Mother Fugger. Ich will die Mother Fugger spielen. Das ist genau mein Humor. Aber ich glaube, Gaius, die Medici, die sind ein bisschen früher aufgefunden. Oh, stimmt, ja. Aber die waren ja eher so Stadtherren, ne? Die Medici waren doch eigentlich, zu erzählisch gesehen, eigentlich nur in Florenz wirklich stark. Und in Dataskar und in Dataskar. Na, später, später. Und war Rennsberg, der halt so drei Viertel des gesamten Mittelmeerraumes ist. Ja, danke schön für den 26. Monat mit dem Prime. Meiner, let's go. Genau, würde ich gerade auch sagen. Das war zwar auch... Man darf nicht vergessen, wo die sich überall noch in die anderen Häuser rein... Das war zwar auch eher 17. Jahrhundert, aber... Aber wenn wir gehen, dann will ich jetzt auch die Rothschilds reinhaben, ja? Also wenn wir da, wenn wir jetzt schon so gehen... Die gibt's heute auch noch, ja. Ja, stimmt. Genauso wie Antisemitismus, den gibt's heute auch noch. Aber ich glaube eher, wo man so anfangen könnte mit diesem Handelsding, ist das Thema Hanse. Da kann man, glaube ich, eher ansetzen. Da muss man ja nicht unbedingt... Die waren auch eher kontrolliert von Lübeck, von einer Stadt als Stadt. Das stimmt. Also, Kaufmannsfamilie, na ja. Man muss halt immer sagen, es muss in erster Linie, muss es halt geil spielbar sein für den Spieler. Und das ist halt das... Haben wir einfach losgelegt. Das System von CK2... Genau, das Haus ist raus irgendwie, ne? Mal wieder. Das System von CK2 war ja jetzt auch nicht so schlecht. So, es geht irgendwie direkt wieder weiter. Aber es war halt überholfähig. Das ist immer so ein bisschen so ein... Das ist immer so ein Balanceakt, weil mein Hausoberhaupt hat total viele Möglichkeiten, seine ganzen Kinder einzuknasten und umzubringen und so. Und ich habe immer Angst, dass wenn ich noch nicht im Game bin oder so und aus Versehen irgendwie die Pause schon mal raus ist, dass ich dann hier Tabula Rasa im Familienbaum habe und der dann nur noch aussieht wie ein Kreis, wenn ich hier reinkomme. Aber Eck, geachtet nochmal darauf. Es wurde ja angezeigt, dass sowohl ich als auch du wieder da waren. Und ich glaube, das hat er im Blick. Und sobald wir drin sind, wollen wir das ja auch nicht die Pause überanstrengen. Das ist ja auch immer die Schwierigkeit. Ja, ja, ja. Wir wollen ja noch was schaffen heute. Das ist richtig. Dieser Krieg in Byzanz stört mich ein bisschen. Der hält mich davon ab, die Gebiete, die mir rechtmäßig gehören, von Gottes Gnaden und Rechts wegen, die sind mir da ein bisschen im Weg, diese 8000. Ich hoffe, ihr wollt meinem Sohn hier nicht in die Quere kommen, wenn ich das so höre. Nein, nein, eben nicht. Ich möchte ja nicht Teil dieses Krieges werden. Ich möchte einfach meine rechtmäßigen Gebiete von Ikea haben. So seid nicht Teil des Krieges. Nehmt euch halt aus. Teil des Schiffs, Teil der Kuh. Teil des Schiffs. Das könnten wir mal gegenüber König Kostin Draculä sagen. Teil von Byzanz, Teil der... Teil Byzanz, Teil des Hofs. Genau. Du willst es doch auch. Byzanz möchte geeint sein. Byzanz sollte auch geeint sein gegen die Bedrohung aus dem Osten. Da hat er nicht Unrecht. So sehen wir das ebenfalls. Ja. Nun denn, ich werde es an meinen Sohn heranbringen. Wir möchten nach wie vor unsere Gebiete zurückhaben. Ja, davon wird... Die Lager sind in den Osten gewandert und die östlichen Ländereien sind böse. Ja, die sind sowieso alle böse, das stimmt. Ja, 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 ja. Die Östlinge kommen, nicht vergessen. Die Haradrim gleich mit. Sie haben Sauron schon einmal gedient. Sie werden es wieder tun. Nee, Sauron ist ja zu Tode debattiert worden. Stimmt, genau. Das habe ich mir gemerkt aus der letzten Partie. Wie will man Sauron besiegen? Mit ihm reden. Richtig. Ich möchte an dieser Stelle anbringen, ein weiterer Bündnispartner gegen die Bedrohung aus dem Osten. Das Heilige Römische Reich hat mir seine Unterstützung zu getragen. Sehr gut, sehr gut. Meine Wenigkeit hat auch schon viele Bündnisse. Hat der Love das Spiel verlassen? Wer ist das? Gute Frage. Wer ist denn das? Wer fehlt denn gerade? Dein Kutscher? Nee. Das kann sein, aber es geht weiter auf jeden Fall. Geht weiter. Was wir gerade sagen wollten. Entschuldigt, ich bin ein wenig erkältet. Wir haben auch schon durchaus ein mächtiges Bündnis aufgebaut und haben uns überlegt, dass wir vielleicht mit diesen Ägyptern sprechen werden. Die haben sehr viele Truppen, die uns gegen die Perser helfen können. Könnte ein Kutscher eventuell veranlassen, dass es ein Gespräch gibt mit Sultan Gidwan, den Stecher von der Gashanit-Sultanat? Und im besten Fall ist sein Sohn Prinz Ibrahim auch gleich dabei. Ja, Stecher hat. Das ist sein Name, ey. Ich werde eine Unterredung anfangen. Es sollte, es sollte, ich möchte im Namen des byzantinischen Reichs des Kaisers, meines Sohnes sprechen und sagen, als Könige des byzantinischen Reichs sollten wir uns aber gemeinsam darauf einigen, gegen wen wir vorgehen möchten und wen wir in unsere Bündnisse holen. Eine Art demokratischer Akt. Ein was? Ich glaube, ich habe mich verhört. Ich wollte gerade auch sagen. Ich glaube, mir wird schlecht. Ich glaube, ich muss brechen. Um was geht es da? Progressivität hat noch niemandem geschadet. Ja, aber Demokratie ist doch eine Rückstatt. Da sind wir uns doch wohl hoffentlich alle einig. Es bleibt bitte alles so, wie es ist. Nein, ist es nicht. Ihr versteht es nur nicht, weil ihr nicht genug Usopator getrunken habt. Wenn wir den Kaiser nicht mit solchen Dingen behelligen, sondern dies unter unseren Königshäusern regeln können, dann entlasten wir ihn damit mit Dingen, die er nicht wissen muss, können aber gleichzeitig mächtig agieren. Eventuell sollten wir auch einfach den Kaiser entlassen und einen der Ausatoren an seiner Stadt regieren lassen. Mein Sohn bleibt auf dem Thron. Ich finde, das ist aber eine wunderbare Idee. Ich bin dafür, dass es das Schönste von allen ist. Dann ist doch wohl klar, auf wen die Wahl treffen sollte. König Krasnus. Ein Hund? Richtig. Also König Krasnus finde ich gut, ja. Ja, so steht es ja auch hier im Chat. Sehr gut. Ja, ist er bereit? Ja, er erwartet sie in euren... Sehr gut. Dann bringt mich dorthin. Sehr wohl. Na ja. Ja, sie hat jetzt Pech gehabt. Ich habe leider keine Zeit, sie da jetzt aus der Ehe zu holen. Das würde mich ein wichtiges Bündnis kosten. Also muss sie sich wohl den sadistischen Neigungen ihr etwas Ehemanns ausliefern lassen. Es war wohl wirklich keine schöne Zeit damals. Wohl an hat sich leider aber auch nicht so viel getan bis zum heutigen Tage. Ich bin jetzt sehr erstaunt und schockiert, ob der Entwicklungen und der Forderung nach einer De... Ich kann es nicht aussprechen. Solch ein frevelhaftes Wort werde ich nicht in den Mund nehmen. Äh, jedenfalls, ähm, bin ich nach wie vor daran und dabei, mich hier auszubreiten. Ich werde nun ein neues Königreich unter Beschlag nehmen. Ich habe das Königreich Zypern als eines meiner nächsten Ziele außer Quoran, denn das Zusammenschlagen und Niederringen von, ähm, diesem ehemaligen Königreich Nirea ist mir nicht zufriedenstellend genug. Dementsprechend strebe ich nach Größerem und alsbald muss es darum gehen, in den Osten zu ziehen. Das ist das Ziel. Das ist der Plan und mein gutes Recht. Ägypten allerdings sollte uns beistehen, sonst haben wir ein Problem. Oh Mann. Strategie-Ecke hat aber auch wirklich alle Bündnisse, ne? Kann es sein, dass die Welt schon wieder angehalten wurde oder habe ich zu viel getrunken? Gewiss, gewiss. Auf eine Entweder-Oder-Frage mit gewiss zu antworten ist auch eine gute Frage. Äh, ja. Das haben wir auch gleich formiert. Im 15 Monat. Ich gebe jetzt mit, äh, Mayonnaise. Rein in den Mayonnaise. Let's go. Dankeschön. Das ist kein Instrument. Achso, oh, Moment, das ist nur nicht erfunden worden. Ich wollte gerade sagen, Mayonnaise? Was ist das für eine Hexerei? Kein Instrument jedenfalls. Das sind wir noch nicht erfunden. Es gibt doch die Provinzen Irland namens Mayo. Aber nicht die meisten, äh, Kräfte. Wir sind nicht französisch. Das ist ein Instrument. Also, ich glaube, die stärkste, die stärkste, die stärkste mehr habe tatsächlich ich aktuell. Oder Ranger. Ja, Ranger hat die stärkste. Wer ist denn Hadala? Bolognese? Äh, das bin ich. Also, hast du werkt? Und, hast du pausiert? Ich wollte gerade aufschauen. Ich, äh, wurde gerade rausge... Mein Treiber hat sich gerade aufgehört. Ah, okay. Da muss ich gerade nur hart resetten. Ja. Passiert das öfter mal, aber nur vielleicht einmal am Tag. Hoffentlich. Wie ist es denn mit diesem Krieg? Der dauert ja doch jetzt schon ziemlich lang. Können wir da etwas tun, um das zu beschleunigen? Oder müssen wir warten, bis sich das von alleine erledigt hat? Wir könnten uns auf die Seite meines Sohnes stellen. Ansonsten wird sich das von alleine erledigen. Okay. Oder man kann natürlich etwas für den Gewinn beitragen und dadurch auch die Steuern senken, was immer eine schöne Sache ist. Ich bin ja dafür, dass mein Sohn etwas mehr Geld bekommt. Er ist sowieso recht arm. Habt ihr denn etwas von dem Geld eures Sohnes? Ob ich etwas davon habe? Er will höchstens mein Geld haben. Na, dann solltet ihr euch doch unserem Anliegen anschließen, um noch mehr Geld für euch zu haben. Aber ich kann doch als Händler-Dynastie nicht gegen meinen Sohn agieren, wenn er mehr Umsatz machen möchte. Das ist quasi unser täglich Brot. Wenn wir Brot essen würden, wir trinken eigentlich nur. Und ich dachte, die einzige Regel von Herrschern unserer Zeit ist, dass wir uns am nächsten sind. Mit wir ist natürlich ich gemeint. Ich will aber nicht, dass mir jemand nahe ist und mir jemand ins Gesicht schaut. Sie schauen mich schon wieder explizit lange an. Dann wählt doch eine Scheibe, durch die kein Licht treten mag. Und positioniert euch auf der anderen Seite dieser, sodass ihr nie wieder angeschaut werden mögt. Oder begebt euch in die Klause. Auch das ist eine sehr beliebte Tätigkeit. Klause? Ich kann euch auch das Kloster empfehlen. Dort werdet ihr gewiss nicht mehr angeschaut werden. Aber ich habe leider nichts mit der... Natürlich bin ich sehr religiös und unser Patriarch. Gott habe ihn selig ist wunderbar. Aber die Münze bedeutet mir doch irgendwie mehr. Nun, es ist ja auch die einzige Religion, die zählt. Die Religion der Münze. Für wahr, für wahr. Wahr gesprochen. Ein Hacken. Ich würde gerne applaudieren. Die einzig wahre Religion ist doch die Religion, die die Liebe in den Vordergrund rückt. Mein Sohn! Oh nein! Ich würde gerne... Haben wir einen Kutscher anwesend? Sogar drei Stück. Okay, ich würde gerne kurz mit König Kassos sprechen. Der ist gerade beschäftigt. Könntet ihr ihn kurz fragen, ob es für ihn okay ist, wenn sein Sohn mitfühlend wird? Mitfühlend? Oder ich entscheide das. Es ist okay. Ein Herrscher kann auch mitfühlend sein. Mein Herr kann Hashmiri, der Wohlberauschte von Aferdistan. Ja. Ist bei Ihnen noch das Bedürfnis, mit dem Emir Murat Ibn Yassar von der Bahait Emirat zu sprechen? Gesundheit. Ja, durchaus. Natürlich. Durchaus? Okay. Ich werde dann einmal kurz zu dem Emir hingehen und einmal auch da nachfragen. Oh Gott, wie lange soll dieser Krieg denn des Lebensherren noch dauern? Kann der nicht einfach irgendwie in eine Grube springen oder irgendwie sowas? Das ist ja fürchterlich. Für wahr, das ist es. Gleichwohl ist kein Weißhaftrile möglich. Koppelius, du hast Dauersenden an. Ich sag aber nix. Ich bin der Wohlberauchte von der Fett. Ich blinke nur. Man hört so ein ganz leichtes Rauschen bei mir. Ah, wirklich? Okay, danke. Mein Kahn? Ich hab nichts gehört. Mein Kahn? Ja. Ich bitte, der... Emir hat dem Gespräch auch noch zugestimmt. Ich würde sie bitten, in die Kusche zu steigen. Ja, bitte. Ich mein, wieso sind wir nicht schon längst unterwegs? Ich wollte nur mal nachfragen, ob er auch noch Interesse besteht. Natürlich. Auf geht's. Ich möchte noch einmal meine Enttäuschung ausdrücken dafür, dass Despot Enzio sich gegen mich in den Krieg gestellt hat. Das ist entsetzlich. Man kann sich heute kaum noch auf jemanden verlassen. Für wahr. Nun bleibt mir nichts anderes übrig, als eure Lande zu plündern. Äh, Wlhz und mein Guter, könnten wir uns kurz unterhalten? Äh, natürlich. Ähm, ähm. In dem besten, äh, äh, Raum des, äh, Anwesens. Utscha. Utscha? Ich möchte noch mal erwähnen, dass ich keinerlei Truppen in diesen Krieg geschickt habe. Warum seid ihr dann überhaupt in diesem Krieg beisammen? Das ist eine berechtigte Frage. Eventuell ist mein geringes Wissen über die Vorgänge, die in unserem Reich passieren, äh, hat dazu beigetragen, dass ich eventuell etwas Falsches unwissentlich unterzeichnet habe. Mhm. Nun, ich möchte euch einen Schreiberling empfehlen. Dieser könnte euch vor einem ähnlichen, äh, Missgeschick in Zukunft bewahrten. Ja, ich, äh, ich werde das beherzigen. Tut mir sehr leid, aber das war keine Absicht. Nun, ich habe mich aus diesem Konflikt zurückgezogen. Er ist meiner nicht würdig. Sehr gut. Äh, wer wollte mit, äh, mir reden? Ich. Aldine. Ach, Aldine. Es tut mir leid, ich habe, ich habe sie im, im, im Schmuh der Stimmen nicht erkannt. Wie kann man nur... Und der Kutscher war auch taub. Kutscher war uns in einem privaten Raum. Also, ist der, ist der wohl, meine Herren. So, jetzt haben wir jetzt noch... Wie viele haben wir denn noch? Ah, ich darf nicht zu weit hoch, ne? Die beiden hier noch. Dann bin ich eigentlich schon wieder ganz gut unterwegs. Ähm... Ich brauche noch ein paar neue Leute. Ich muss mal wieder Höflinge verballern. Uh. Wie viele sind heute dabei? Ich glaube, 15. Eine Tochter war geboren. Schönia Brotella ist ihr Name. Und ich bin auf der Suche nach Bündnissen. Wie immer. Ich, äh, gratuliere. Gratulikon. Habt ihr einen Sohne? So möge er gerne herantreten an diese Tochter. Ich habe einen Enkel. Einen Enkel? Nun, der könnte unter Umständen auch genügen. Ich hatte noch einen unverheiratenden Sohn. Allerdings ist der schon 25. Ähm, das ist kein Problem. Warteliebe kennt kein Alter. Er ist auch... Er ist sehr gerecht. Ähm... Ein bisschen arrogant. Aber stattlich aussehend. Ein fescher junger Mann. Nun, Arroganz liegt mir fern. Ich würde hier ein Gelübde anstreben. Außerdem könnten wir so verhindern, in Zukunft wieder in einen Kriegszustand miteinander zu geraten. Das würde ich sehr begrüßen. Sind auch zufällig noch, ähm, wunderschöne Frauen im Angebot? Nun, nicht für euch. Es tut mir leid an dieser Stelle, aber die Erfahrungen mit eurem, äh, zünftigen, äh, treiben haben gelehrt, mich von solchen, äh, sehr wahr widerlichen Treiben fernzuhalten. Was heißt da widerlich? Sie meinen abscheulich. Äh, ich meine selbstverständlich widerwärtig und unmöglich. Das ist okay. Das lasse ich so gelten. Auch wenn ich die Sache natürlich naturgemäß anders sehe. Kutscher? Ja? Dig mal, was, habt ihr mich nachgemacht? Nein. Dann habe ich zu viel Usurpator in den Ohren. Äh, das ist... Das schöne Hashimi... Äh, das die ganze Seite vorbei. Das geht heute bis 0 Uhr, da ist durch. Wird bei, ähm, bei Flath und Aldine, oder den Herrschern von Aldemar und... Genau. Äh, ich... Ich freue mich darauf. Ah, klar. Ich werde... Bitte folgen Sie mir dann zur Kutsche. Sehr gerne. Kutscher, damit... Dieser unhöfliche Kutscher hat mich direkt unterbrochen hier. Äh, ich will einmal zu den, äh, Seljuken. Seljuken. Lass... Lass jucken. Zu allen oder zu jemand Bestimmten? Zu allen. Zu allen. Es jucken die Seljuken. Oh Gott, Alter. Genau die. Na dann ab in die Kutsche, und auf geht's. Ja, dreck mich doch. Wir hatten in unserer DSA-Runde damals, äh, als ich noch das Schwarze Auge gespielt habe, hatten wir im Pen & Paper, hatten wir immer eine schlechte Wortwitzkasse. Und da musste man dann immer einen Euro oder 50 Cent oder so reinzahlen, wenn man halt so ein superschlechtes Wortspiel gebracht hat. Das würde Radler-Auge ruinieren. Ja, wahrscheinlich. Und diverse andere Teilnehmer in diesem Stream auf jeden Fall auch noch. Aber jetzt kommt der Clou, wir haben das dann versucht, dadurch zu umgehen, ähm, dass wir dann, äh, hingegangen sind und, äh, immer so, alles dann nur noch so gereimt haben. Und dann hatten wir irgendwann auch noch diese schlechte Reimekasse. Oh nein. Das eben wäre jetzt auch wieder so eine Kategorie dafür gewesen. Das war super. Wir haben, glaube ich, einmal so für die ganze WG, haben wir dann so einen Grillabend bezahlt. Oh schön. Dann haben wir dann so eine Party veranstaltet, wo wir dann auch alle was davon hatten. Das war echt ganz cool. Aber es war witzig, weil es gab dann immer so ein paar Leute, die hatten dann immer gute Gründe, sich dann so, äh, davor zu, äh, davor zu drücken, ne? Die hatten dann immer so, ja, äh, so, hä, äh, so schlecht war der doch gar nicht. Oder ach, kommt, na, jetzt, jetzt stellt euch mal nicht so an. Und so, das war immer ganz, das war immer ganz witzig eigentlich. Und am Ende konntet ihr euch einen Urlaub leisten? Äh, das wäre, ja, das war, oder hätte nicht mehr lange gedauert wahrscheinlich, ne? Ähm, Besant ist nicht zerbrochen, nein. Besant ist sogar noch größer geworden. Aber ich glaube nicht mehr lange. Ich glaube, es wird bald komplett zerbrechen. Denn ich, äh, ahne eine, äh, einen, äh, Verrat. Ich ahne einen Verrat. Seine Kinder zu überleben. Was mag da bloß passieren? Nicht schon wieder. Wird die Rittermarkt fallen. Das ist zu traurig. Satans-Braten von meinem Ehemann. Ist schon egal. Von richtigen Erben hier. Sagt, findet ihr es nicht bedenklich, dass gewisse Teile unseres byzantinischen Kaiserreiches sich zu wiederholten Audienzen bei den und zum Glauben verfeindeten Soitschuken aufhalten? Tja. Was? Wer ist das denn? Nun, wer wohl? Ja, ja, sag's mir, ich... Nun, es ist selbstverständlich, das Haus des Despoten Papadopoulosikadroserastales. Nein. Ich, äh, wittere einen Verrat. Aha. Ich, äh, warne und rufe zur Wachsamkeit auf. Mhm. Sollte das Kaiserreich auch in Zukunft bestehen wollen, sollte es sich bestenfalls nicht beugen gegen den Einfluss aus dem Osten. Mhm. Ich schlage daher vor, dass wir durch künftige Kindzeugung und Vermehlung die Bündnisse innerhalb des Kaiserreiches stärken. Und damit meine ich vor allem auch das Haus im Norden, das sich aufgrund von oberflächlichen Ausflüchten Bündnissen verweigert, obwohl es im Kaiserreich mit eingeschlossen ist. Mhm. Aber! Das ist natürlich nur die Äußerung einer Sorge bezüglich des Kaiserreiches. Da ich mit einem heiligen Orden ausgestattet bin, habe ich persönlich nicht gerade große Bedenken, dass ich militärisch den Kürzeren ziehen könnte, gegen den ungläubigen und sowieso unfähigen Kriegern des Ostens. Ein bisschen flexen, ja. Ja, das sind jetzt auch die Togaiden. Was ist denn? Von den Namen wie die Unterhose. Einmal alle fünf Jahre. Das ist ja... Hat sich da jetzt gerade nochmal die Hauptstadt verlagert. Wer denn? Äh, bei den Togaiden... Togaiden... Hm. Möglich, möglich. Ich glaube, da ist eine andere Dynastie jetzt an der Macht. So, jetzt beginnt der Zug zum Kaisertum. Genau, ja. Dann verändert sich der Name, war ja aus irgendeinem Grund, die sich ja da... Ich hoffe, ich mache euch stolz. Da drüben, im Osten... Er ist ein Königserbe. Mein Königserbe ist aktuell Prinz Sergios. Ein keuscher, treuherziger, gerechter, kerngesunder... Ich werde übrigens belagert. Und ich weiß nicht, ob man mir irgendwie Hilfe ersuchen kann in diesem furchtbaren Krieg. Oh nein. Kapitulieren ist eine Option, aber... Ich kann euch da leider nicht helfen, da ich an den Lehnzertum gebunden bin. Ja, mir tut es auch sehr, sehr leid. Und damit gehen wieder einmal Grüße raus an das Haus. Das besagten Papadopoulos, dessen Kaiser unfähig ist, einen solch wirtschaftlich schädlichen Krieg zu beenden. Schändlich. Das ist wirklich schlimm. Also hier diese Belagerung ist natürlich wirklich sehr unschön in meiner Hauptstadt im Moment. Wir sind wieder da, werte Herr Papadopoulos. Schändlich. Warte, mein Name ist schändlich. Könnt ihr nicht mal euren Sohne ausrichten, er solle den Krieg beenden? Es zieht sich an die Wirtschaft. Mein Sohn... ...die Münze leidet. Die Münze leidet nur so lange, wie Leute, die sie leiden sehen wollen, Leid erzeugen. Ja, wie zum Beispiel der Kaiser. Der Kaiser ist ein ehrenwertes Mitglied meiner Dynastie und trifft grundsätzlich richtige Entscheidungen. Nur weil er ein wenig begriffsstutzig ist, heißt es nicht, dass er dumm sei. Nun, das habe ich mit keiner Silbe gesagt, doch soll er doch zur richtigen Entscheidung geleitet werden. Sonst könnte er eventuell gelitten werden. Meine Herren, höre ich hier einen Streit zwischen byzantinischen Brüdern. Das ist wohl wahr. Denn wie euch vielleicht nicht entgangen ist, ist ein Krieg seit Jahren am Toben, der die wirtschaftlichen Belange unserer feinen Ländereien immer wieder in Mitleidenschaft zieht. Das stimmt. Das betrübt mich auch sehr, muss ich gestehen. Und wer ist dafür verantwortlich? Wer ist schuld an diesem Kriege? Der ehemals Zweijährige, der den Krieg erklärt hat. Und wer noch? Der Kaiser ist doch nicht schuld, wenn er angegriffen wird. Er hat ja angegriffen. Wenn sie mir ins Gesicht boxen, bin ich ja auch nicht schuld, dass ich die Faust gefangen habe. Er hat ja auch das Gesicht zum Fliegen benutzt und ist in die Faust hineingeflogen. Ich glaube, das nennt man Opferbeschuldigung. Ja. Was für eine Täter-Opfer-Umkehr. So etwas liegt mir fern. Sie können sich ja auf Seiten unseres treuen Kaisers anschließen und ein treuer Untergebener sein. Und gemeinsam diese Rebellion niederschlagen. Nun, meine Treue galt dem alten Kaiser, auch die Kios. Bei dem neuen bin ich mir noch nicht sicher. Dies ist wahrlich traurig zu hören. Nun, er hat mir auch keine Anreize gegeben, außer die Wirtschaft und den Handel zu schwächen durch diesen sinnlosen Krieg. Nein, mein Sohn. Was würden Sie denn gerne als Anreiz bekommen von ihm? Nun, zunächst einmal den Frieden. Damit wir wieder unseren Geschäften nachgehen können. Und dann selbstverständlich die Ländereien, die mir durch Gottes Gnaden zustehen. Welche Ländereien wären dies? Dieselben Ländereien, die mir schon immer zustehen. Nämlich die nördlichen, nordwestlichen Herzogtümer von Trachision und Ephesos sowie das Königreich Zypern. Nicht mehr und nicht weniger. Ich kann ja mal mit meinem Sohn korrespondieren über diese Tatsache. Allerdings würden sie ihm da auch etwas entgegenkommen müssen und ihn unterstützen müssen in diesem Konflikt. Nun, sofern er Unterstützung wünscht und zusichern kann, diesen Krieg schleunigst zu beenden, lässt sich da bestimmt was machen. Aber ich habe hier auch ein Problem der Bündnispflichten. Denn schließlich bin ich verbündet mit dem Despotat von Hellas, welches sich unglücklicherweise durch einen Schreibfehler gegen den Kaiser gestellt hat. Ja, das tut mir schrecklich leid. Ich werde auf jeden Fall dafür bezahlen und es wird mich lehren, in Zukunft aufmerksamer meine Dokumente durchzulesen, bevor ich sie unterzeichne. Nun denn, ich werde mich auf Seiten meines Sohnes in den Kriege hineinbegeben, um dann gemeinsam mit ihm... Ach nee, geht leider nicht. Der Bote ist vom Pferd gefallen. Tot. Er möge entfriedener Sohn. Ja, das ist natürlich traurig. Sehr traurig. Und dann drücken wir die Daumen und applaudieren, falls er gewinnen sollte. So sei es. Und Buttersoße und kleinen Törtchen? Ein Törtchen? Mit Törtchen und Buttersoße und ein bisschen Usupato dabei schlürfen. Oder Kaffee. Kaffee. Nein, nicht dieser Kaffee. Möchten Sie alle eine Runde Kaffee spendiert bekommen? Nur mit Usupato zusammen. Sehr gerne. Wir können... Also, ich nutze sehr gerne Usupato, um es ein wenig zu verdünnen. Hergestellt wird der Kaffee tatsächlich aus Pferdemist in den nördlichen Lande seitens des buchten Archilandes. Oh ja, der ist sehr bekömmlich. Sehr bekömmlich, ja. Natürlich, wussten Sie das nicht? Haben Sie alle nicht die Inhaltsstoffe gelesen? Also, ich muss gestehen, ich lese so etwas selten. Okay. Das ist, glaube ich, ein Problem unserer Gesellschaft. Ja, vermutlich. Woraus werden dann eigentlich Kaff A bis Z hergestellt? Das ist eine Weiterentwicklung jedes Jahr. Ah. Also gibt es nächstes Jahr dann Kaff B oder äh, Kaff... Kaff B wäre ja ein Rückschritt, Kutscher. Kaff B. So, ich berichte, äh... Einfache Volk beherrscht das IFB halt einfach nicht. Groß Archiland gehört jetzt irgendjemandem anders. Ah. Äh. Wenige Monate haben gewählt. Groß Archiland. Das ist ja unfassbar. Wie ist denn dies geschehen? Mord. Mord? Wer? Ist das bekannt? Hier schwächt jemand scheinbar wieder mal unsere byzantinischen Reihen. Nein, das war Mord, äh... Äh... Von mir. Ich wurde ermordet. Ach, ihr meint euer Bruder Mord. Verstehe. Wartet, heißt hier Mord? Also die letzten zwei Regenten wurden jetzt alle ermordet. Ach, sein bester Spitzel heißt Mord. Jetzt ist, äh, der Despot von Archiland, Despot Archie, der dritte, der zweite. Der dritte, der... Das ist mir zu kompliziert. Streiberling, komm, erklärt mir diesen Sachverhalt. Zusammengerechnet auch der fünfte. Nun, werter, werter König von Georgien, Despot Archie kann. Eine kurze Unterredung, eigentlich eine Unterredung mit ein Jahr, es wird schwierig. Er hat sich ja einen Vormund. Ich weiß. Oh, deinen ersten Berater. Guck hier los, das ist einfach auch absolut Next Level-RP, ey. Irgendjemanden? Äh, Mordizus könnte wieder ein... Ach, der alte Seppel. Ja, ich... Ich lebe noch. Meine armen Regenten, ich muss nicht auf einen kleinen Jungen aufpassen. Beeindruckend, dass ihr noch lebt. Selbst mein Großvater kannte euch schon. Kutscher, dann fahr uns an einen ruhigen Ort. Machimi und, äh, Despot Archigan von Georgia. Mir riecht es so nach Maurikios. Äh, Aldemar und wen? Natürlich den Khan von Af-Ferdistan. Ah, das steht ja schon in alles klar. Ich finde es nach wie vor äußerst bedenklich, dass dieser Junge, der die Tyrannei beenden möchte, mit seinen Armeen durchgängig von links nach rechts seit Jahren neben Konstantinopel läuft. Was haben diese Soldaten und die Befehlshaber im Kopf, frage ich euch. Nicht viel kann ich als brillanter Militärstratege sagen. Nicht viel. Selbst ohne eine Ausbildung im Militär kann ich ebenfalls dasselbe behaupten. Ich werde mal schauen, ob ich mich den, äh, Aufständischen lehren kann. Denn tatsächlich können wir ja auch, obwohl wir nicht offiziell Teil des Krieges sind, dagegen intervenieren. Hm. Wir müssen zeitnah langfristig eine Lösung finden. Was haltet ihr eigentlich? Vielleicht könnt ihr mich unterstützen. Äh, was halten wir wovon? König Krasos von der Entwicklung eures Sohnes. Ach, richtig. Das wollten wir auch nochmal, äh, uns anschauen. Äh, schauen wir mal kurz. Ach nee, mein zweiter Sohn, der ist ja leider ein dummen, äh, äh, der erste ist der wichtige. Ich hoffe sehr, dass er nicht, dass er überlebt. Äh, also ich muss gestehen, ich hätte ein bisschen mehr erwartet bisher. Oha, das, äh. Also, nun, äh, es ist noch alles unter meinen, also, überall, in jedem seiner, also, ich hab mehr erwartet. Ich, ich hoffe, da kommt auch so ein Quantensprung in den letzten drei Jahren. Eine was? Wir haben uns äußerst viel Mühe gegeben. Ja, vielleicht wird ja noch wirklich wenigstens die, die Ausbildung ordentlich ausgereift sein. Ich kenne doch. Ich hoffe es. Despot, Laurus, vielleicht könntet ihr mit euren Tropen unterstützen, damit diese Feiglinge nicht wegrennen. Dann haben wir sie weg. Hm, wohlan, wohlan. 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 Ich setze mir in das Gleiche wieder meine Hauptstadt zurück. Ganz alleine, weil mir keiner zu Hilfe kommt. Das ist mir in diesem nicht erlaubt. Diese Rechtsangelegenheiten sind manchmal leider höchst kompliziert. Das ist wahr. Mhm. Ihr habt einen guten Hoftutor angestellt, wie wir es damals besprochen hatten, nicht wahr? Ja. Gut, gut. Hm. Dann muss es froh oder übel an meinem Sohn liegen. Aber, was ich sagen möchte, mir gefällt der Ehrgeiz, den er entwickelt hat. Äh, das Mitgefühl... Ja, da wollte ich eine Unterredung mit ihnen halten, aber sie waren... Ihr wart sehr beschäftigt. Ah, das ist ja unfassbar. Da muss ich ja Kutscher dringend bestrafen, dass sie da nicht zu mir hergekommen sind. Ja. Unfassbar. Unfassbar. Aber, jetzt auf ein neues, ähm, wo sind wir denn jetzt? Ähm, Hartnäckigkeit. Gaius behält die Eigenschaft stur. Sehr gerne. Ja? Ja. Zielgerichtigkeit. Er könnte allerdings auch rachsüchtig werden. Stur ist genau das Richtige. Stur? Okay. Ja, wie mein Großvater, der stur Theodosiopolis zurückhaben wollte. Wir haben es immer noch nicht geschafft. Das ist eine Schande. Bist du Zeit, den Krieg zu brechen? Wir sollten es nun schaffen, mein werter Despot. So sei es, ich habe genug von diesen brandschatzenden Idioten, die meine Geschäfte aufhalten. Ich sehe es ähnlich wie ihr. Aber diese Tunichtgute, die haben 32 unterschiedliche Ritter bei sich in der Region. Das ist nicht wenig, für wahr. Aber die Masse wird es regeln. Die billigen Bauern schaffen dies. Natürlich, dafür sind sie doch da, nicht wahr? Ja, dieser Krieg ist echt ein Problem. Und zwar aus dem einfachen Grund. Aus dem einfachen Grund, dass wir nicht Zypern erobern können, solange wir in diesem Krieg gefangen sind. Weil Zypern irgendwie auch noch mit drin hängt in dem Ganzen. Und das wiederum bedeutet, solange die jetzt hier nicht irgendwo mal auf den grünen Zweig kommen, kann ich nicht weiter expandieren. Das ist natürlich nervig. Werter Despot, ähm, Laurus, wenn ihr die besetzten Provinzen einnehmt, dann sollt ihr diesen Krieg noch schneller beenden können. Wollan, ich kann auch nur die anderen anwesenden bysantinischen Häuser dazu auffordern, selbiges zu tun. Oh, was zu tun? Ich war gerade unaufmerksam. Die sind leider der Feind. Das tut mir leid. Ah, ja. Ihr solltet eventuell, äh, zur beschleunigten Aufgabe beitragen. Indem ihr eure Truppen auflöst. Denn wir wollen ihnen kein Unrecht tun. So ist das. Vielleicht auch Despot, äh, Krassus. Vielleicht könnten sie ebenfalls bei der Einnahme unterstützen der besetzten Gebiete, um so einen weißen Frieden zu beschleunigen. Ja, ich musste nur gerade mich um meine Tochter kümmern. Sie hat die Blattern, wie ich sehe. Ich habe sie sofort in einen Raum gesperrt. Ganz alleine. Ach, das ist am besten für die kindliche Entwicklung, glauben Sie mir. Das habe ich auch so gemacht. Bei mir selbst. Ah, verstehe, verstehe. Das erklärt einiges. Manchmal hilft es doch einfach, den Kindern zu drohen, dass man sie weggibt. Oh, okay. Nun gut, dann werde ich das auch mal versuchen. Bestimmt werden dann die Blattern von ihr abfallen, wenn ich ihr drohe. Sehr gut. Oh nein. Mein guter Freund Prinz Johannes wurde vom Kaiser gefangen genommen. Das ist natürlich ungünstig. Das ist Prinz Johannes von Hellas, wohlgemerkt. Aus dem Hause Gabras. Wie gesagt, auch dies könnte dem Beenden des Krieges gut tun. Ich hätte gerne, dass der Krieg bald vorbei ist. Mein Haus hält es so nicht mehr aus. Es sind so viele Feindesarmeen in unserem Land. Das ist ein Alex. Ich habe es in diesem Land. Ich habe es in diesem Land. Ich habe es in diesem Land. Ich habe es etwas aus. Ich habe es mit dem Werte Herrscherin von Hellas, könnt ihr eigentlich meinem Sohn eine Sprache beibringen? Oh, ich könnte das mal probieren. Jetzt muss ich gut überleben, wie ich die nächsten Stotter mache. Ich habe ja jetzt nochmal hier... Es scheint mir keine Möglichkeit. Ich verstehe. Einen Krieg vor mir liegen. Aber ich darf verkünden, meine Tochter hat tatsächlich die Blattern verloren. Es hat geholfen, dass ich ihr angedroht habe, sie wegzugeben. Das werde ich wohl jetzt immer so tun, wenn jemand krank wird bei meinen Kindern. Vielen Dank. Mir kam Kunde aus dem Osten, dass die Familie Al-Jabbar jetzt von einem elfjährigen Jungen geführt wird. Naja, es ist immerhin zehn Jahre älter als der andere kleine Herrscher, den wir eben hier hatten. Ne, für wahr, das stimmt, das stimmt. Äh, und sehe ich dies richtig, dass, ähm, der ehemalige Archikan jetzt nur noch ein kleines Gebiet sein, also innehält? Das ehemalige, das ehemalige Stammgebiet von ehemaligem Kaiser Maurikius. Nein, nein, nicht mal mehr das, sondern nur noch, also das, ja, das ganz, ganz, ganz ursprüngliche Stammgebiet. Ja, genau das meine ich. Okay, ja, überraschend. Was für ein Abstieg eine Familie hinlegen kann? Hm, die Kirche mag uns leider nicht besonders. Aber, ich darf übrigens verkünden, dass ich im Süden war, in Ägypten, in Jerusalem. Ich habe versucht, ein paar diplomatische Bande zu knüpfen und auch den Handel zu stärken. Ich hoffe, dass das uns allen zugute gereichen wird. Ich glaube, ich werde auch nochmal eine Pilgerreise dorthin unternehmen. Das kann ich nur empfehlen, gerade zu dieser Yathas-Zeit, sehr zukämmlich. Auf nach Jerusalem. Ich werde in Wälde hoffentlich zurückkehren. Klingt aber spannend. Ich bin auf die Geschichten gespannt. Noch zwei Stunden. Ich weiß nicht, ob ich genug Zeit habe, meinen Plan in die Tat umzusetzen. Das ist eigentlich das einzige Problem. Ich habe zu wenig Zeit, um Kaiser zu werden. Oh, guck mal. 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 Ich darf ja nicht alle töten. Das ist ja das. Ich darf ja niemanden töten von den Spielern, was ja auch ganz gut ist. Aber das führt halt gleichzeitig auch dazu, dass ich sehr viel langsamer expandieren kann, als es normalerweise möglich wäre. Und was mich vor allem gerade killt, ist, dass ich nicht so viele Besitztümer haben kann. Das hat mich ja so stark gemacht mit dem anderen König. Ähm, wohl an. Da gebe ich das hier noch an meine Spielererben. Krassus von den Julien würde noch einmal gerne fragen, ob jemand eine matrilineare Hochzeit mit seiner ältesten Tochter Helena erwägen könnte. Wie bitte? Gibt es irgendeinen... Ja, das fasst es gut zusammen. Meine älteste Tochter Helena, übrigens eine wohlgestaltete Frau, sucht matrilinear einen Ehemann fürs Leben. Jaaaaaa... Muss ich mal schauen. Ich glaube, da habe ich leider nichts im Angebot. Schade. Dann muss wohl... In der Familie was sich finden lassen. Und die wohlgestaltete Julia muss wohl den hässlichen Petrus nehmen. Es wird wohl nichts anderes übrig bleiben. Na, er ist nur reizlos, nicht hässlich. Na gut. Okay, ich muss dringend was machen hier. Wo ist denn der... Bringen wir nochmal um jetzt. Die Familie Archikan wurde erfolgreich ausgelöscht. Ein F in die Schriftrollen der Ewigkeit. Bitte was? Ach du Schande. Wie ist das passiert? Und wieso wurde das... Wieso hat das bitte... Oh Gott, das bin ich so mit. Wieso hat das bitte niemand... Wieso... Wieso wurde uns das nicht... Also... Wieso hat das niemand gesagt? Wir hätten helfen können, aber ein Bündnis wurde mir immer abgeschlagen. Mir wurde nie etwas angeboten. Natürlich hätten wir auch gerne geholfen. Was zum... Ich hatte es versucht. Mehr kann ich zu dieser Angelegenheit leider nichts sagen. Was für ein Krieg war dies. Tragische Zeiten. Jetzt herrschen die Rurikid Artani in Georgia. Bäh? Nun, ich habe ja vor, das zu ändern. Ich würde gerne den werten König Kassus zu einer Unterhaltung einladen. Immer gerne mit euch, mein werter Freund. Immer gerne. Ist dein Kutscher da? Natürlich. Der uns bitte in private Räumlichkeiten bringt. Den Kassus und... Und meine Wenigkeit. Lauros. Lauros Maxus von Anatolikon. Außer im Geschlecht. Wechsel mit dem Getränk. Nein, es geht lediglich um sportliche Aktivitäten. Das ist selbstverständlich. Vielen Dank, der gern werte Kutscher. Es verhält sich nun so. Oh Wertester. Oh Wertester Despot Krassus von Pontus vom Hause der Julia. Ich habe in einer uralten Schriftrolle, die mir über eine Schachtel des werten ehemaligen Kaisers Maurikios zukam, herausgefunden, dass nicht nur er, sondern auch meine Wenigkeit einen Anspruch, einen rechtmäßigen Anspruch wohlgemerkt, auf das Kaiserreich von Besanz hat. Oh, 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 interessant, interessant. Interessant ist dies durchaus, vor allem auch dadurch, dass man wohl kaum von einer zufriedenstellenden Herrschaft im aktuellen Gange sprechen kann, denn die ständigen Kriege unseres Kaisers machen ein vernünftiges Weiterkommen unmöglich. Ihr habt recht. Wir brauchen einen Kaiser, den wir kennen, dem wir vertrauen. Aber was denkt ihr denn, wird Papadopoulos, Icarus, Aerostalis von Tedesan Loconiki, Apokokoppa dazu sagen? Oh, hallo. Ja, bewahr, aber er würde uns doch hoffentlich niemals verraten, vor allem wenn doch, äh, wenn sein Sohn der Kaiser ist, also, hm. Wisst ihr denn, mit wem er im Seljukenreich gesprochen hat? Ja, das, ähm, ist mir wohl bekannt mit allen Herrschern des Seljukenreichs, was, was Ganze noch sehr viel bedrohlicher macht. Und vermutlich wollte er, äh, handeln, könnte ich mir nun vorstellen. Nun handeln, anbandeln. Ich hatte jedenfalls, ähm, folgendes im Gedanken. Dadurch, dass wir beide durch weitreichende Bündnisse sehr gut vernetzt dastehen und auch in der Truppenstärke unseren anderen griechischen Herrschern hier bei weitem überlegen sind, glaube ich, dass Thronansprüche jeglicher Art durchsetzbar sind. Und die Frage ist nur, mit welcher Härte diese verfolgt werden sollten. Ähm, Entschuldigung für die Störung, aber ich wollte nur Bescheid sagen, Aldemar ist raus und der ist gerade oben sich verabschieden. Ja, dann sollten wir vielleicht einmal noch mal kurz hochgehen. Wir werden auf das Gespräch in Kürze zurückkommen. So ist es. Es war sehr schön. Danke für die Einladung. Tschüss, mach's gut. Aldemar, was war da los? Wieso hast du uns nichts mehr, wieso hast du nicht um Hilfe gebeten? Oder was war das Problem? Oder wieso hast du nicht um Hilfe gebeten? Ich wollte mich ja von euch loslösen, das war die Hilfe. Ja gut, okay, das heißt, das heißt, okay, wir konnten nichts daran ändern. Nein, 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 nein. Oh, na gut, schade, schade. Das war ein, also ein Aufstieg zur großen, eigenen, unabhängigen Macht und dann ein tiefer Fall. Ich erinnere mich sehr an die Säulen der Erde zurück. Je höher sie kommen oder so. Mhm, desto tiefer sie fallen. Meine Güte, das ist unfassbar. Das hatten wir so auch noch nicht, dass das direkt... Oh Gott, ich sterbe! Oh nein! Oh Gott, das heißt, der Kaiser, oh Gott. Schau mich nicht an, bitte! Er ist so hässlich. Ich war aus meiner Familie. Oh! Der Kaiser hat den Krieg gewonnen. Der Linzler hat nach 17 Jahren den Krieg gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Ich wurde eingekerkert! Mein Bar. Nun, der Kaiser spricht zu euch. Verhuldigt neigen. Ähm, runter mit nem Körper. Ich bin der neue Kaiser, der Hebe meines Vaters, denn mein Vater ist tot und ich hab's geerbt, wisst ihr. So läuft das hier. Ich würde vorschlagen, erst einmal Usurpator als Regierungsantrittsgeschenk. Warum redet der Kutscher mit mir ab, mit seinem Kopf? Oder mit den Füßen? Das wird sofort veranlasst. Somit denkt man mit dem Kopf. Okay. Ich werde mich noch mal an sie alle wenden, wenn ich mich umgeschaut habe, glaube ich. Machen sie es gut, Volk. Macht es gut. Lang lebe der Kaiser. Der Kaiser. Lang lebe der Kaiser. Oh, werter König Kassus, vielleicht ziehen wir uns wieder zurück. Unsere Gespräche fortführen. Kutscher, bitte. Und den Werten Franzus und Kassus. Kann weitergehen. Dankeschön. Ähm, folgendes Problem. Ja, du. Das Ableben, ähm, war leider zu früh für meine Vorhaben, um offen zu sprechen. Und der Kaiser hat nun 13.000 Truppen unter seiner Kontrolle und sie wachsen tagtäglich, habe ich das Gefühl. Das... Vielleicht sollten wir den Werten Kaiser ein wenig lenken. Ich habe das Gefühl, er könnte offen sein für, sagen wir, Berater, die ihm weise Vorschläge machen. Das wäre selbstverständlich auch eine mögliche Option. Ich möchte nur daran erinnern, dass, äh, in unserem Bunde auch das Heilige Römische Reich steht, welches truppentechnisch dann doch auch kein kleines ist. Nicht wahr? Das ist wahr. Das stimmt durchaus. Ich würde nur gerne möglichst zeitnah endlich diesen Krieg in dem Osten favorisieren. Wohl wahr, wenn ihr nun sagt, ähm, dass ich meine Anspruch auf das Kaisertum hinten anstellen solle, um dem Glauben zu huldigen und den Ungläubigen die Pimmel abzuschlagen, dann kann ich das eventuell euch zuliebe machen. Ihr müsst ihn ja, ihr müsst ihn ja nicht völlig, äh, vergessen, nicht wahr? Sondern nur ein wenig anstellen. Solange der Kaiser viele Truppen hat, könnten wir die doch einmal nutzen. Aber natürlich ist die Schwierigkeit, ja, wir müssten sie erst nutzen. Ähm, ja. Dann wird es allerdings auch, äh, Zeit, diesen Krieg in Gange zu bringen. Denn ich habe das Gefühl, wenn wir noch länger warten, dann wird sich das Sultanat wieder erholen. Und es ist auch aktuell auf besten Wege. Äh, für wahr, für wahr. Ich würde Folgendes vorschlagen. Lass mich einmal schauen. Ich habe noch Kinder, die nicht verheiratet sind. Ähm, ich, ja, ich hoffe, dass, ich hatte ja einst Gespräche im Süden geführt. Ich würde so gerne die Ghazaniten auf unserer Seite sehen. Das wäre sehr hilfreich, tatsächlich. Nun, diese könnte ich mit einem Bündnis binden. Ich hätte noch einen Sohn über. Ich ebenso, ich ebenso. Denn ihr versteht doch hoffentlich, dass ich natürlich in erster Linie an Theodosiopolis denken muss, nicht wahr? Selbstverständlich. wenn ihr den Krieg erklärt, dass ihr dies auch mir, also, zurückbringen könnt. Ich bin mir nicht so sicher, ob das so einfach möglich wäre. Nun, das selbstverständlich auch. Im Grunde bin ich aber immer dann zu haben, wenn es darum geht, die Gebräuchttümer unserer Kultur weiter durchsetzen zu können. Sehr gut. Ja, deswegen bin ich gerade noch dabei zu schauen, mit wem noch Bündnisse geschmiedet werden können. Kinder hätte ich noch dafür. Ähm, ich hätte auch ein Bündnis mit dem Kaiser möglich. Ich weiß aber nicht. Der hat das jetzt natürlich vermutlich erst mal abgelehnt. Ich hatte eigentlich... Mit dem Kaiser bin ich verbündet durch eine unglückliche Verbindung. Von daher, ähm, sind wir da auch indirekt geschützt. Sehr gut, sehr gut. Vielleicht werde ich mit dem Kaiser erst einmal versuchen zu sprechen. Vielleicht kann ich ihn schon ein wenig beeinflussen. Und dann versuche ich nochmal schnellstmöglich im Süden abzuklären, ob wir denn da mit Unterstützung rechnen können. Aber ich habe gerade von den Booten mitbekommen, dass sie wohl einen großen Krieg führen, der sehr, sehr knapp sein könnte. Wollan? Na gut, dann machen wir das so erstmal. Kutscher, zurück nach Byzanz. Selbstverständlich. Ah, okay, und dein Char ist jetzt abgenippelt. Ah ja, okay, interessant. Okay, cool, alles klar, danke. Herrscher von Epirus, wenn ihr schon da seid, ist, äh, hättet ihr daran Epirus, bitte. Epirus, was habe ich gesagt? Epirus. Epirus, entschuldigt. Ja, bitte. Äh, könntet ihr euch ein, habt ihr noch Kinder, die nicht verheiratet sind? Ich bin mir nicht sicher. Boah, muss ich gucken, ob wir da noch irgendwo im Schrank welche haben. Moment mal. Denn ich habe durchaus noch einige Kinder und würde doch durchaus gerne Bündnisse schmieden, um endlich im Ostenkrieg zu führen. Moment, ich muss, ich muss gucken, ob die königlichen Schränke noch so hergeben. Äh, ein paar Enkel habe ich, glaube ich, noch irgendwo auf der Halde. Die Frage ist, ob sie für ein Bündnis herhalten. Ja, äh, ob ich das eher machen kann, ist überhaupt eher die Frage, ne? Das ist nicht, Enkel kann ich nicht in meiner Macht so direkt feiern, sondern, glaube ich, ne Patrilinear oder so? Kann das sein? Nicht mit dem T1, nicht mit dem T2, nein, nein, mit dem T3 auf dem Jahr, aber auch deren Eltern schon irgendwie Macht bei euch haben. Ja, ja. Einfach. Oh, ich kann, ich kann heiraten. Vielen, vielen Dank. Ja, die Weltherrschaft, wir kommen hier näher. Bring mir noch jemanden, der Junge knusprig ist. Ja, schauen wir doch mal. Ich habe ein paar Töchter, jetzt habe ich leider schon Helena verheiratet. Sie müssen sexy sein. Oh, Moment, 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 was habe ich da gehört? Also, ich hätte Prinzessin Simonia. zu spät, sorry, tut mir leid. Bin schon, bin schon vergeben. Bin schon, habe schon die erste bestiegen. Tut mir leid. Das ging schnell, ich verstehe. Ging zu schnell. Aber vielleicht jetzt mit eurer neuen Ehefrau bekommt ihr ja bald ein weiteres Kind. Das wäre die Lösung, Das wäre die Lösung. Wir haben nämlich noch zwei Töchter, die nicht verheiratet sind und sogar noch einen Sohn. Genau, aber ich würde untertänigst dem ehrenwertesten und größten Kaiser aller Zeiten bei ihm um eine private Audienz bitten. Also, ich muss auch sagen, wir haben endlich mal einen gescheiten Kaiser. Ja, das vorher, was wir hatten, das war ja Das finde ich auch. Das war ja grotesk. Absolut. Der intelligenteste, größte und stärkste, den wir jemals haben werden und je hatten. Der unglaublichste. Ich habe das schlauste vergessen. Das ist das, ja, schlauste und intelligenteste. Absolut. Ihr habt vollkommen recht, mein Kaiser. Im Handeln bin ich auch gut. Oh ja, absolut. Ist mir eine private Audienz bei eurer Hoheit genehm? Audienz? Ein Treffen bei euch. Ein Treffen. Ein Treffen. Was wollen wir denn treffen? Uns beide, in einem Raum. Uns beide, natürlich. Sehr schön. Mir geht's nicht gut. Mir geht's nicht gut. Ich habe zu viel Alkohol getrunken. Das muss dieser, dieser Usupator gewesen sein. Dann folgen sie mir in einen Kutsch. Der ist sehr gut, der Usupator, hat mein Papa gesagt. Nein, Vater. Nein, Vater. Schaukt fein immer gut aus. Vater, was ist los? Wieso rührst du dich nicht mehr? Nein. Hallo, ich bin's. Kanum, Ugo Lele, die Unbeseitete von Aferistan. Aferdistan. Ich kann nicht immer mein eigenes Reich aussprechen. Der würde ich übrigens auch abnehmen, wenn sie Ibims sagt. Wow. 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 Nun. Oder? Oder? Guckt sie euch an. Eine besondere... Also nichts gegen euch, eure königliche Hoheit, aber... Man erkennt sofort eure Wurzeln. Das will ich hoffen. Ich bin ein stolzes Mitglied unseres Hauses. Ja, ich warte noch auf die entsprechende Kopfbedeckung, die ihr gerade offenbar wechselt. Welche Kopfbedeckung? Zeigt euch, kommt raus aus euren Gemächern. Ach, keine standesgemäße Kopfbedeckung. Schade, ich fand die betonte eure Augenbrauen so wunderbar. Das ist ja nett. Das ist ja nett. Ich komme gerne darauf zurück, und verlieh eurem Gesicht die königliche Länge, nach der er es verlangt. Schreiben Sie einer 16-Jährigen nicht vor, wie sie sich zu schminken und zu kleiden hat? Nein, nein, nein. Ganz im Gegenteil. Ich möchte sie nur davon abhalten, sich ein regelrechtes Watschengesicht zusammenzuschminken. Oh, was ein guter Tipp, Jandes. Was ein guter Tipp. Was ist ein Watschengesicht? Sehr nice. Ein was? Haben wir irgendwelche Bayern, die das gerade dolmetschern können? Ein Watschengesicht. Ein Watschengesicht. Ein Bajoware? Welch verdammt das Land? In das man gerne mit der flachen Hand hineinschlägt. Aha. Wo man die Handfläche leicht aufsetzt. Oder auf norddeutsch Backpfeifengesicht. Das ist ja, danke, danke. Das wird, das wird. Aber das nehme ich sofort wieder zurück. Ich nehme das sofort wieder zurück, denn ich weiß, uns verbindet irgendwie auch noch ein gar königliches Band oder so in der Richtung. Mhm. Ja, so wie ich das gesehen habe, gibt es ja auch so in meiner Familie ein paar, die optische Ähnlichkeiten mit euch haben. Das will ich hoffen, denn wir sind die Schönsten. Und die Fruchtbarsten. Und vor allem die Fruchtbarsten. Aber natürlich. Oh, werter Kutscher. Ja, bitte. Wäre es möglich, eine Audienz anzufragen beim Sultan Ibrahim Ibn Gidwan? Ach so, dem Gashaniden. Ja, wäre möglich. Dann werte dies meine Absicht. Äh, ach, die sind hier. Ah, okay. Mhm. Gucken wir mal, ob es da diplomatische Möglichkeiten gibt. Actually, Ah, okay. Yeah, yeah. Ah, okay. protest 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 der sultan oder jedoch sultan lässt ausrichten dass die gespräche noch etwas aufschub bedürfen und der kaiser der soll sich mal hier blicken lassen wieso nimmt er mir das amt des rats kanzlers das ist keine geeigneterin niemand der so viel erfahrung hat wie ich wo ist er der kanzler wo ist er der nicht anwesend er soll sich zeigen die schlachter lassen wir noch laufen oder ja und joe versorgt crucius mit einem abo ne moya reiner let's go könnte jetzt sein dass in der zeit in der ich hier könnte sein dass ich in der zwischenzeit ein kleines problem bekomme wenn mich nämlich der kollege hier der despot krasses hintergehen sollte und meinen kaiser anspruch kommunizierten sollte an den kaiser habe ich ein problem kein unüberbrückbar das problem aber ein doch schmerzhaftes ich meine ich habe sehr sehr gute bündnispartner ich habe sehr sehr gute bündnispartner das auf jeden fall aber es würde sämtliche weitere entwicklungen killen aber so rein bündnis technisch bin ich glaube ich sowieso safe weil ich mit beiden verbündet bin pümmel abschneiden alle alle pümmel werden abgeschnitten ich habe leider nichts mehr zum expandieren irgendwie ich kann ja jetzt noch zypern fertig machen und halb nikea und das war es mehr ist halt nicht dran leider unser hof na hat in einem duell kassiert märchen ich hatte meinen sohn als hof na eingesetzt also mal ooc gesprochen habt ihr gerade ein richtig krasses gespräch verpasst gott bin fix und fertig macht mich traurig was 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 haben wir verpasst was ist passiert das ist muss man im nachgang anschauen ich kann es nicht beschreiben so gut war es aber ich habe eine eine kriegseinladung bekommen von despotat enzio was ist das für ein krieg wie kann ich euch helfen ich wollte mir keine annehmlichkeiten will ich mir aktuell noch nicht leisten und stellte sich heraus dass dort mehr armeen vorhanden sind als ich dachte wir werden euch helfen und die feinde im bekämpfen war naxos dann doch nicht so splitter naxos 2d mark ich sag ja schlechte worte ich habe da jahrelange erfahrungen mit 1 so naxos 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 alter die haben 4000 truppen das ist nicht schlecht für naxos die sind ordentlich dabei auf jeden fall alte fakte werden mir auch geklaut 2000 mann die haben 2200 mann oh ich muss den typen da bleibt man der besetzt gerade meine grafschaft wir kämpfen aber schon im osten für euch belagern ich bin zu doof sorry hat der wertedispot laurus maxus zeit selbstverständlich gern jederzeit kutscher bringt uns weg ach so der franz ist wieder ja ich hatte auch nein eine längere unterredung mit unserem kaiser eine herausforderung sondergleichen ich musste meine gesamte rhetorik nun ergreifen und es gab erfolge und misserfolge so hat nun leider meines postens als ratsspitzel sind hoben und als rats als als hofner ernannt ein volk würde ich dies nennen aber er scheint mich zu mögen was schon mal gut ist denn das bedeutet ich habe wenigstens einen gewissen zugang zu ihm ich konnte ihn überzeugen dass unsere kinder heiraten weil es ein vorschlag war den er natürlich gemacht hat den er nur vergessen hatte habe ich erwähnt aber ich war dann auch kurz davor dass er doch einen krieg dann mit unterstützen könnte aber da wollte er dass da das war sehr schwierig das war sehr schwierig ist denn bekannt ob dieser kaiser dazu in der lage ist einen kriegs wunsch zu formulieren oder haben wir da ein problem ja wir haben da sehr viele probleme habe ich gelernt jetzt ich muss einen moment ich muss diese kopfbedeckung hat mir eine kopfbedeckung geschickt nein 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 die muss ich sofort abnehmen so angenehmer wo war ich den geblieben und zwar hier man muss ihn so zureden er ist der schlauste der aller schlauste der beste das das wichtigste dass man das regelmäßig sagt und wir sind die dummen ganz eindeutig und man muss ihm die ideen von uns in die auf die zunge legen er muss davon ausgehen dass er bestimmte ideen hatte aber das ist auch sehr begrenzt möglich irgendwann will er nichts mehr davon hören und dann kommt er auch verrückte ideen habe ich gelernt ich habe ihn jetzt nun als bündnispartner und ich habe ja mehrere bündnis ich muss mal schauen wie viele es nun aktuell sind sind leider meine armeen ausgehoben ich habe ja noch zwei kinder die ich immer noch verheiraten kann ich wollte ja durchaus auch noch mit epirus ein bündnis schließen da hatte ich noch auf ein kind von ihm gewartet und dann wollte ich noch mal jetzt in den süden reisen aber eventuell habt ihr noch die rhetorische eloquenz und die geduld auch noch mal mit dem kaiser zu sprechen dass er wenn es soweit ist in irgendeiner form positiv dem gegenüber steht wenn es zu einem krieg kommt und sich uns anschließt wohl an ich werde mein bestes geben ich danke auf jeden fall schon einmal für diese einblicke in die psyche unseres kaisers ich werde versuchen das gespräch kurz zu halten ich habe nicht sonst den eindruck dass mir der ein oder andere dolch ausrutschen könnte ja seid also ihr müsst sehr viel geduld haben mit ihm und es ist nicht so leicht ja ja nun gut dann werde ich mich jetzt in den süden aufbegeben und schauen ob ich da eventuell etwas erreichen kann zu unter aller wohl sie wollten sich besprechen zu dritt im süden denn sie sind sehr unentschlossen ob sie auf die seite der nun des ostens gehen oder des westen sozusagen ob sie sich neutral halten sie haben die ganze zeit die sorge dass die katholiken aus dem westen kommen und ins heilige land einfallen ich habe immer dafür gesprochen dass wir uns dann daraus daraus halten und eventuell kann ich eine übereinkunft mit dem dem herrscher von jerusalem treffen die so lautet wenn so ein kreuzzug stattfindet dann greifen wir keinerlei muslime an dafür könnten sie eventuell uns ein wenig entgegen kommen wenn nicht so ein kreuzzug stattfindet gegen die togaid nun dem könnt ihr natürlich gerne auch noch hinzufügen dass wir orthodoxe sind und dementsprechend zu keinerlei kreuzzügen verpflichtet sind im zweifel halten wir die füße still richtig richtig das hatte ich auch schon durchaus erwähnt tatsächlich ja nun vielleicht müssen diese leute davon noch einmal daran erinnert werden ich habe das gefühl im süden ist man gerne vergesslich was vergangene zusagen betrifft ja das stimmt das ist leider das ist leider war das ist war nun denn dann wünsche ich uns beiden viele erfolge bei diesen doch wichtigen gesprächen und hoffentlich kann dann bald der lang herbeigesehnte krieg endlich stattfinden das hoffen wir alle kutscher gerne dann wird nachdem ihr vielleicht den werten herren an meiner seite hier zurück nach byzans gebracht habt anfragen ob in dem fall erstmal gaschanit zeit hätte für eine unterredung ich würde gerne meine audienz beim gott kaiser dem rühmlichsten und schlauesten aller kronenträger bitten da müsste hinter den anderen stehen ich muss einmal kurz muss ich weg reiten und dann komme ich wieder so sei es ja gott kaiser war ich ja wie du vielleicht weißt ist das wie so oft bei kaisern die eigentlich nicht in gottes gnaden stehen gutes zureden und hinterdrückiges abstechen sind zwei elemente des lebens die manchmal sehr nah beieinander stehen Amanda moin moin was geht kutscher was was ist da jetzt es hat sich nun leider so ergeben dass ich zwar einen gerechtfertigten anspruch habe auch das kaiserreich aber da muss man immer voll warten es ergibt sich folgendes problem sultan abbewahrt iban sein vater ist leider leider im bündnis mit dem kaiser leider verstorben ja solange wie er braucht wäre ich auch fast gestorben mit ihnen leider kein gespräch führen das tut mir leid aber ja also ich habe auf jeden fall die die überlegene truppen stärke aber ich bin aktuell noch in aktuell noch im frieden befinden aber es kommt krieg auf uns zu sagen dass sämtliche leute leider nicht ganz im sinne teilt ihnen mit dass es durchaus in ihrem interesse sein könnte der gif ist die sechuken hätten nun zeit möchte mit wem wolltet ihr genau reden äh in der runde ghost äh dann bitte irgendeinen von ihnen ne ich glaube ich also ich bin jetzt noch bis zum 0 uhr hier im event danach haben wir äh nachbesprechung das heißt ich bin ja wahrscheinlich noch eine weile beschäftigt dann war meine info falsch tut mir leid es hat sich eben äh das gespräch aufgeteilt ah ok ah viel spaß bei ghost watchers ist ghost watchers sowas wie weight watchers ja und dann habe ich halt immer noch einen sohn gegen das heilige land den niemand haben will ähm da ich leider sehr mit meinen eigenen kriegsmachenschaften äh beschäftigt bin habe ich das leider nicht mitbekommen ähm leider klingt das nicht so gut wie ihr denkt denn es geht leider natürlich nicht gegen die togaid was sondern gegen unsere freunde im süden die wir eigentlich auf unsere seite gewinnen wollen gegen die togaid ähm das ist doch ok wir haben also ich habe ihnen zugesichert dass wir uns aus diesem krieg heraushalten und in der hoffnung dass wir nach diesem kreuzzug diesen kriege auf ihre unterstützung bauen können in einem krieg gegen die togaid ich möchte nun noch einmal deutlich formulieren meinen soldaten gelistet ist nach blut und wenn ich dies nicht bald äh stillen kann dann äh werden pimmel rollen ab und vor pimmel rollen von den soldaten melden dass ich uvo lehle die unbeseitete nun schwanger geworden bin ja das ist ein glückwunsch wunderschön also ich freue mich sehr auf äh eure nachkommen ich bin auch schon sehr auf das kind gespannt ich auch ja ich möchte übrigens kurz mal erwähnen ähm König Rassus ich weiß nicht wie glücklich sie jetzt mit äh meiner aufgeschlagenen eure Sohnes sind aber ich möchte mal sagen ich habe die unsullied die unsullied aus Game of Thrones sind bei mir am Start ich habe im Moment ein Mündel das jetzt hinterlüstig und lüstern ist naja also es spricht ja wohl nichts dagegen was halt sehr gut ist ist dass ich gleich ähm folgende Ziele erreiche ich werde endlich König von Zypern und eventuell auch bald König von Nicaea und damit ist eigentlich mein Anspruch stark genug noch einmal das Kaiserreich ähm ja zu suchen zu ersuchen mir ähm mehr Zugeständnisse zu machen aber was zur Hölle ist denn da passiert meine Dynastienlieder von Singen was ist was ist was ist hier passiert hier läuft der Krieg im Westen ich habe zwei drei Belagerungen gleich gewonnen im Ort was ist hier passiert ich bin auch in einer Belagerung wann ist das passiert Hof oh wertester Hof äußert euch wer von euch hat dies übersehen wessen Pimmel muss da dran glauben es wurde mir dies nicht mitgeteilt schandvoll ich habe noch eine Belagerung gewonnen sehr gut voll und ganz schandvoll wie dieses wo sind eure wissen mir auf den Inseln ach so mit Absicht enthalten wurde weitere Bündnispartner die euch helfen eigentlich außer uns seit Stunden das heißt mir wurde dieses Wissen seit Stunden schon enthalten können wir noch welche in den Krieg rufen oder versuchen ich habe keine Worte dafür wohl wahr das Anatolikon ich suche mir erst mal einen neuen Arzt ja doch eben das Anatolikon wäre sicherlich noch helfreich vor allem wenn die Truppen schnell im Westen wurde nicht gerade gesagt dass es den Soldaten nach Blut lüstet ja wo gibt es dann etwas zum Schlachten im Westen in Hellas gäbe es was zu schlachten 3700 wie er nennt Pimmel die ihr ab also schlagen könnt helft einfach unseren Werten unserem Werten Despot Enzio von Hellas ich kann leider nicht in den Krieg rufen doch warum Despot Laurus Maxus von Anatolikon kann nicht als Verbündeter in den Krieg von seinen Lebensherren gerufen werden oder Vasallen Werter Despot Laurus könnt ihr eventuell von euch aus beitreten aber vermutlich nicht ach so ist das einer eurer was nein das ist doch keine eurer Vasallen oder kämpft ihr gegen einen meiner Unterjochten nicht dass ich wüsste das sieht nicht so aus ich habe so viele Unterjochte ich habe leider neulich den Überblick verloren ich habe auch den Überblick verloren hier wechselt ja alles stetig wie im Taubenschlag also die Hauptkriegsgegner sind dem Kaiser direkt unterstellt und nicht Anatolikon deswegen wundert es mich auch ein wenig seltsame Geschehnisse wohl wahr ich kann diesem Krieg nicht beitreten so gerne ich es tun würde hat eigentlich der Werte des Podsimeon von dem Mächte im Reich im Westen mittlerweile Kinder erhalten ich sehe eine Prinzessin Stephanie habe ich noch einen Sohn ist die Frage ja ich habe zwei Söhne wie wäre es nun ein Bündnis zwischen unseren Häusern zu schließen Nexas unterwegs eigentlich was macht der denn da werter Simeon der hat auch Krieg gegen ne oder ne das bin ich ich wollte den hier auswählen ah jetzt überfall waffenstillstand ach er muss verteidigen hier holy shit was ist denn da los schau dir das an was sind denn das für truppenstärken heiliges Kanonen von ähm von Kanoni Korticus das ist ja mal eine Schlacht der heilige Krieg dem ich mich leider nicht anschließen kann ich habe gesehen ihr habt eine Tochter falscher Glaube mittlerweile und ich habe einen Sohn wir könnten ein Bündnis schmieden jo das ist irgendwie an mir vorbeigegangen ein Problem dafür sind wir doch da wir haben Prinz Demetrius und Prinz äh Porphyrios äh Sekunde drei und null Jahre muss das gleich nochmal gucken ja ja Moment Moment ich habe nochmal da stehen 50 Tausende ja das ist nicht so ganz meine Gewichtsklasse Julia und wir sind die Könige von Pontus 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 welche Kultur ist das Griechisch natürlich Griechisch was für eine Frage Prinz Sergios von ne das ist Anatolikon Pontus 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 ja Artschland wollte sich dauernd loslösen was dann im Ausscheiden von Aldemar geendet ist oh die sind aber in der Bündnis ich weiß nicht ob er sich verpokert hat aber 5000 Truppen dann stimmt hier irgendwas nicht dann muss ich mir das gleich angucken ihr könnt doch einfach auf der Karte am besten schauen das ist vielleicht das Einfachste ich gucke gleich mal ich habe hier so ein so ein Typen neben mir der will gerade Krieg gegen mich führen Moment oder er meint dass er noch irgendwie eine realistische Chance in diesem Krieg hat so ich mache das jetzt anders und zwar ich habe eine Tochter und ihr habt so ein Prinz hier 90 gegen 50k aber liegt das an den Truppen oder woran liegt das und wir betochtern den mit Lydia Komitopulos das ist eine Enkelin von mir und das schließt ein Bündnis das ne es schließt kein Bündnis sondern die Tochter schließt wie alt seid ihr 40 ja die Schwierigkeit die Schwierigkeit kurze Verständnisfrage wenn ich jetzt hier ausbaue in dieser Grafschaft der ich zwar überstehe aber die getragen wird von einem Bürgermeister bekomme ich dann immer noch diese Steuern hier dazu wenn ich das ausbaue oder bekomme ich nur einen Bruchteil davon weil ich nicht der direkte Träger bin wie verhält sich das wir sollten jetzt schnellstmöglich diesen Krieg in Hellas beenden ich meine Truppen ich schicke meine Truppen ein Bruchteil okay leider können wir jetzt natürlich nicht auf Unterstützung im Süden hoffen ah die haben oh die haben wohl oh mein Gott die haben wohl bald ihren Krieg verloren wie es mir scheint gegen die äh Katholiken achso mich wundert es dass die Tokaits sich dort nicht einmischen ach das ist ja eine andere Glaubensausrüstung ach diese Muslim ja kompliziert kompliziert es ist kompliziert na dann wollen wir mal wieder äh ich schlage vor äh ihr belagert Korinth zurück und wir landen in Korinth was haltet ihr davon okay ich würde ja gerne etwas dazu geben aber der Krieg kostet mich äh mein letztes Hemd ich habe mich da verkalkuliert und bin trotzdem wirklich sehr also ich bin aufgrund dessen besonders dankbar dass ihr mir zur Hilfe eilt hm ich werde es auch nicht vergessen was bedeutet Kekwe Kekwe ist der Ausdruck höchster Belustigung ihr nehmt äh diese nehmt diese Gabe und äh behaltet unser Haus in guter Erinnerung oh sehr übernimmt von Hellas vielen Dank ich weiß überhaupt nicht was ich dazu sagen soll äh danke danke und wir hoffen Hellas und wir hoffen Hellas ein ein oh Hellas es scheint hier Verbindungsschwierigkeiten zwischen den Brieftauben zu geben über nun ich habe vernommen äh dass äh Königreich äh Hellas braucht Geld wir sind jetzt wieder sehr gut dabei dank der Spende die ich gerade bekommen habe nun ich schicke euch auch ein bisschen etwas ich habe einen erfolgreichen Markttage gehabt außerdem habe ich heute morgen einem Gefangenen den Pimmel abgeschlagen und habe gute Laune ja das ist doch hervorragend das ist natürlich eindeutig etwas was die Stimmung erhebt so ist es wenn jemand anders nichts mehr erhebt das ist wohl wahr in diesem Sinne ich danke ihn werdet euch wohl mit dem Golde nicht alles auf einmal ausgeben wälde Worte in diesem Channel hier äh meine werten Freunde von Vic Zanz ähm eventuell bin ich auf dem Wege das wird sich noch zeigen dass wir relativ schnell vielleicht in einigen Jahren zu einem Sieg kommen können es ist noch ein wenig kompliziert aber mal schauen nun wenn am Ende die gute Güte kurz GG steht bin ich bei allem dabei ja ja ich arbeite fest daran wie ist mir einst unser ehemaliger großer Kaiser also äh 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 ja ja ist nicht da äh ja unser ehemaliger großer Kaiser Morikius äh mitgeteilt hat oh ja der Gottkaiser mögen wir ihn alle in Gedanken halten für wahr für wahr ich werde jetzt langsam auf Bildung umschwenken weil ich will eigentlich die letzte Stunde nicht mehr einen neuen Charakter spielen ich hoffe der der Arzt wird mir gut tun guck mal wer da ist ja ja wir haben so unsere Schwierigkeiten mit unserem Kaiser wenn wir die Schlacht äh die Belagerung von Korinth gewonnen haben sollten wir eventuell schauen ob wir ohne größere Verluste schon die Schlacht suchen können mhm oder ob wir noch weiter belagern müssten äh um das schon mal dem dem schon mal entgegen zu wirken wäre es gut wenn ihr eure Truppen uns anschließt ja selbstverständlich sehr gut sehr gut ich glaube sie sind angeschlossen und der Kreuzzug wurde beendet aber scheinbar gab es ich bin verwirrt kein also ich dachte das würde ein Sieg werden der der Katholiken wenn die Geschichtsbücher eingehen was ist denn da passiert ich bin verwirrt hab ich das falsch gesehen hatte jemand das beobachtet haben sie gewonnen die Muslime gewiss sie haben gewonnen ah dann habe ich mich verschaut ich dachte die Katholiken waren bei fast dem vollständigen Sieg ok na gut das bedeutet der Weg ist frei für Verhandlungen mit denen im Süden dann möge jetzt schnellstmöglich ein Kutscher vielleicht kann er ja alle drei anfragen alle drei Herrscher des Südens ob eine Unterredung mit uns möglich wäre vielleicht wäre ja auch eine Unterredung in größeren Kreise sinnvoll um Nägel mit Köpfen zu machen und nicht Nägel mit Nägeln Despot Laurus Maxus sollte auf jeden Fall teilhaben absolut das sehen wir auch sehen jene drei Herrscher meint alle von den Fatimien ja wohl richtig was hat denn da mein König vor der sich diese lustige diese lustige Sachen auf den Kopf getan hat König Krassus ich mache schöne Kunststücke und versuche noch mehr lustige Witze dann erzähl mir doch mal die lustigen Witze ich würde die gerne hören die muss ich ja erst erlernen und deswegen gehe ich auf Reisen denn wir wissen so gute Witze habe ich noch gar nicht dann komme ich gerne auf diese Reise mit um diese Witze zu hören König Krassus aber eben in eurem Zustand solltet ihr doch lieber in eurem ihr wollt doch sowieso meistens allein in euren Herrschaftsgemäßern bleiben und leckeres Essen was dort vorbereitet ist zu euch nehmen und ich möchte nicht dass euch etwas zustößt ihr habt absolut recht damit ich werde aber ein Krankenbett mit mir führen mein Vater hatte noch eine Kutsche mit guten Vorhängen davor ich wurde durchaus darauf hingewiesen auch mal durchaus mit dem mit den Basalen zu reisen ich verstehe könnt ihr mir vorher sagen oh mächtiger Kaiser dass ihr uns unterstützt in einem Krieg gegen die Togaid gegen wen gegen die die euch als dumm bezeichnet haben diese ungläubigen unflädigen die haben euch als dumm bezeichnet die Togaid das blaue Land das blaue Land wo ist blaues Land das blaue Land das dort aufgeht wo die Sonne nie mehr scheinen mag sofern wir darüber geschwungen sind Aljaba Togaid Togaid ganz groß rechts von Byzanz Togaid wir müssen schon ein wenig Zeit dem Kaiser geben er ist doch etwas begriffstutzig wie wir wissen was soll das heißen er ist der schlauste Mensch den ich kenne er meint ja auch dass ich mich der beste der besten der größte er hat doch auch gesagt ich stütze mich auf Begriffe richtig natürlich ich bin ein Mann der Worte ja ich kann das also wirklich ich habe ich habe schon mal angefangen ein Buch zu lesen das also da habe ich ich habe wirklich also das Inhaltsverzeichnis habe ich angeguckt herausragend ich bin nicht mal dazu gekommen also ich habe mich schon beim Titel schwer getan Kutscher wie sieht es jetzt aus König Kassus ja der Nachfolger von Fahrrad möchte mit euch gerne sprechen der Nachfolger von Fahrrad ist Roller oh je ich würde es ich möchte bevor bevor es bevor es losgeht möchte ich noch gerne eine Sache anmerken an alle meine meine Herrschenden hier im Bereich vom Byzantinischen Reich ich habe eine Unterredung mit den Menschen aus dem Osten gehabt das was ihr Toga Togai Togai nanntet ja diese Personen waren waren also sie waren schon echt böse zu mir ja und es 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 kam es kam dann irgendwann das Gespräch auf die Religion selbst und sie haben auch daraufhin versucht mich davon zu überzeugen dass wir uns ihrer Sache anschließen was und ja und ich habe dann gesagt ich weiß ich weiß ehrlich gesagt weiß ich nicht was was die da so was die da so meinen warum die da so böse drauf sind ähm mit diesen mit diesen mit dieser Religion und sie haben die ganze Zeit versucht mich davon zu überzeugen und da da leider der Status meiner Exkommunikation zu ihnen vorgedrungen ist wollen sie dies als Zwietracht in unserem Reiche benutzen ach das interessiert doch niemanden ich meine jeder wird doch mal irgendwann exkommuniziert oder ja das habe ich denen auch gesagt richtig aber du bist zurückgekommen und hast gesagt Alhamdulillah ich bin wieder also wer nicht exkommuniziert wird hat nicht gelebt das ja und das deswegen habe ich dann zu denen auch gesagt dass ich trotzdem dem Glauben Glauben einfach äh dass ich dem Glauben auf jeden Fall weiterhin verschrieben bin aber das haben sie bis zum Schluss einfach nicht hinnehmen wollen weswegen ich dann auch so lange da unten war ich hoffe dass sie dadurch nicht versuchen dass sie irgendeine Zwietracht in unserem Reich selbst sehen wollen verstehe ich möchte an dieser Stelle ganz klar sagen dass ich weiterhin mich der orthodoxen Kirche hingebe und auch in ihrem Namen gegen alles vorgehen möchte und ich hoffe dass ich bei meinen Vasallen auf selbiges hoffen kann ja wenn ihr gemeinsam gegen die Togaid diese bösen Menschen die so Falsches reden unwissend bezeichnet haben ich möchte noch einmal da drinnen unfassbar oder ja gut dann würde ich sagen der Werte Kutscher darf ausrichten wir müssen noch eine wichtige Besprechung abhalten äh an diesen Sultan Zakaria äh danach werden wir darauf zurückkommen und dann wie steht es Werte Kutscher mit dem Gespräch der drei südlichen Herrscher da dazu bildungswert 4 da spielt das genial zu reden was soll ich denen denn ausrichten das wir zu einer Unterredung bitten mit den werten Herrschern von Byzanz richtig ok der Säbel das Schwert und das Entmannungsinstrument sollen gerasselt werden ja äh Hellas ihr könnt gerne euch abkoppeln und eine eigene Belagerung führen ok das ist ja langsam wenigstens wunderbar das ganze mal oh man ich hörte gerade ich lese gerade im Chat den wunderbaren Kommentar der schlauste Herrscher den wir haben und der einzige wie wohl war wie recht er hat oder sie er hat den Nagel in den Kopf getroffen sozusagen ich soll dem König Kassos ausrichten dass es vielleicht bis dahin zu spät Allahu Akbar ah ich grüße euch ich grüße euch es freut mich sehr dass wir zu dieser großartigen Unterredung hier zusammen kommen können es heißt erstmal für diese großartige Schlacht zu gratulieren den heiligen drei Sultanen oder auch dreiligen drei Königen die 60.000 Katholiken zurückgeschlagen haben und niemand wollte uns glauben dass die Schiffe und Kreuze kommen und vernichtet wurden sie quasi im Tragen nun einen wie glückwünschen sie einen wertigsten Glückwunsch an dieser Stelle habt ihr denn euren Feinden die Pimmel abgeschlagen nach dem Siege wie barbarisch wir haben keine Pimmel gefunden sie waren so klein es war zu schwer die Katholiken deswegen wollten sie glaube ich angreifen wir konnten nichts finden dies was unsere Äxte noch und unsere Schwerter hätten abschneiden können dafür sind sie bekannt verstehe ich wusste schon immer ihr seid die ich habe das Gefühl es gibt weitere Personen die vor den Toren des Raumes gekommen sind ich glaube ich habe gerade ein fleisches Bild im Kopf bitte versuch das klarzustellen nein wir haben zusätzlichen Besuch hier das meinte ich ja und ich bin erstaunt mit so welcher Art von Konversation hier gerade dazukommen nun um das Ganze etwas einzuleiten Franzos ihr wisst wer hier Teil der Unterredung ist und hier als Gast dazugekommen ist ja das ist mir durchaus bewusst deswegen wollte ich auch gerade so eben vorschlagen dass sich die bysantinischen Herrschenden mit den südlichen Reichen in ein separates Behandlungs- und Verhandlungszelt zurückziehen ja das dürft ihr ja gerne dürften wir einfach nur ganz kurz etwas streuen damit ihr Bescheid wisst streut streut wir wollten die bysantinischen Subherrscher lediglich fragen ob sie wissen was ihr Kaiser eigentlich plant nun der Kaiser die Spille sagt nein der Kaiser plant zu leben so habe ich es verstanden nein der Kaiser plant zum Islam zu konvertieren und zwar zu unserer Variante das haben wir aber anders vernommen das ist richtig ich möchte an dieser Stelle nur eines klarstellen wer nicht mindestens einmal im Leben exkommuniziert wird hat nicht gelebt dementsprechend sind einzelne kleinere Vergehen oder Ausflüge in das lebhafte Leben durchaus angesehen und kein Grund zur Beunruhigung oder gar ein Argument für eventuelle Verwerfungen politischer Natur wir finden es auch äußerst äußerst fragwürdig dass ihr das nutzen wollt scheinbar um ein Verwerfnis zwischen dem Kaiser und den Vassalen von Byzanz zu erreichen er war persönlich bei uns und hat uns wir haben es versucht ihm auszureden verdammt nochmal ich kann es bezeugen er hat uns er kannte sich besser im Koran aus als wir anscheinend also das ist ein Gedanke der schon länger in seinem Kopf gesät werden musste oder gesät sein musste weil ihn diese Exkommunikation oder was auch immer da ihr in eurem komischen Glauben habt sehr stört und er glaubt dass seine Vasallen ihn deswegen hängen wollen oder was auch immer und deswegen wollte er auf unsere Seite des Rasens kommen dass wir ihn beschützen ich weiß ich weiß nicht ob ihr davon teil seid nun ich denke mal wir wollten euch lediglich darüber in Kenntnis setzen weil eigentlich hat uns das auch nicht gefallen dass er das vorhat weil wir sehen da Probleme auf uns zukommen deswegen aber wenn ihr uns glaubt wenn ihr uns nicht glaubt wir nehmen die Botschaften zur Kenntnis auf jeden Fall ohne jegliche Wertung fürs Erste würde ich vorschlagen so ist es so ist es es gibt ein wichtigeres Thema das ja tatsächlich ein wichtigeres Thema das wir zuvor besprechen sollten eine Unterbildung die schon länger hätte zustande kommen sollen dann werden die Selokiden sich doch einfach zurückziehen wieder in ihr dann auf unangenehme angenehme Gespräche nun ich glaube nun sind wir wieder unter uns wie es uns erscheint erst einmal noch einmal herzlichen Glückwunsch zu ihrem großartigen Sieg ihre Truppen haben sicherlich wunderbar stark und tapfer gekämpft wir haben die Ungläubigen zurück ins Meer getrieben ein Gemetzel ein Gemetzel nach dem anderen in einer Schlacht fielen 18.000 Katholiken auf einmal und in der anderen 15.000 das spricht von ihrer Kampfesstärke durchaus durchaus und ich finde es absolut gerechtfertigt dass ihr damit wunderbar und erfolgreich eure Unabhängigkeit die ja zu Recht existiert und auch bewahrt werden muss dadurch erfolgreich verteidigen konntet und wie ich es auch einst versprochen hatte haben sich sämtliche Byzantiner vollkommen von den Katholiken abgewandt und sind nicht Teil dieses Kreuzzuges in irgendeiner Natur geworden aber ihr seid Christen nun ich möchte an dieser Stelle nochmal anmerken dass einige von uns auch rein militärische Zweckbündnisse mit den Katholiken hatten und auch diese ignoriert sind zu euren Gunsten Richtig richtig und Christen ja aber es gibt doch auch verschiedene Ausrichtungen des muslimischen Glaubens nicht wahr die Togaiten haben euch in eurem Angriff der Katholiken nicht unterstützt ist das nicht so Fatimiden ich hätte eine Nachricht von den Zetschuken neu dürfte ich diese übermitteln nicht jetzt gerade ein etwas ungünstiger Zeitpunkt vielleicht könnt ihr nach der Unterredung noch einmal dazustoßen natürlich genau um die Christen zurück ins Meer zu drängen hat es keine Unterstützung gebraucht aber ihr seht das ist ja unterschiedliche Ausrichtungen und so gibt es auch im Christentum wie gesagt sehr unterschiedliche Ausrichtungen wir sehen uns nicht sehr nah bei den Katholiken um ehrlich zu sein ich habe in den letzten Jahren und auch schon zuvor durchaus sehr freudige diplomatische Gespräche hier im Süden und vor allem auch sehr guten Handel führen können der sehr fruchtbar war und an den ich gerne zurückdenke und den ich auch in die Zukunft gerne aufbauen möchte und ich denke dass ich da auch für meine werten Mitherrscher in Byzanz spreche nicht Wahrwärter Despot Laurus so ist das wohl wahr dem kann ich mich nur anschließen was ist das Angebot das ihr unterbreiten möchtet wir hatten ja schon einst darüber gesprochen dass wir diese Togaid im Osten als eine Gefahr ansehen dass sie einst meinem Großvater und damit meiner Familie auch angestammte Ländereien weggenommen haben dass sie uns angegriffen haben nicht Byzanz sie und wir gerne euch an unserer Seite wissen würden so wie auch wir an eurer Seite stehen würden gemeinsam als starke Länder und als starke Herrscher also ihr schlagt vor dass ein instabiles byzansinisches reich wo der kaiser konvertieren möchte gemeinsam mit uns gegen unsere muslimischen Neffen würde ich fast sagen vorgehen sollen nun wenn die Neffschaft so stabil ist wie der heilige krieg und die damit verbundenen militärischen verwebungen dann finde ich das urteil gegenüber der kaiserlichen herrscher verhältnisse doch etwas vermessen abgesehen davon muss ich noch einmal daran erinnern und das werdet ihr aus der Ferne sicherlich beobachtet haben dass wir in den letzten 100 Jahren sehr viele verschiedene Kaiser hatten die über oder sagen wir neben uns geduldet wurden und das hat trotzdem den einzelnen Herrscherhäusern keinen Schaden zugetan und dementsprechend habt ihr ein starkes militärisches Bündnis vor euch das ihr unterstützen könnt um große Reichtümer zu erlangen große Scheichtümer möchte man sagen ja ihr könnt ja ebenfalls von dem allen profitieren ihr grenzt ebenfalls an die Tokait zwei von euch drei Reichen an und wir würden uns freuen in Zukunft wie gesagt äußerst gute Beziehungen mit euch zu führen und wir würden uns freuen Seite an Seite mit so tapferen und stolzen Kriegern wie den euren zu kämpfen wir wir werden uns beraten ich gehe zu meinem Kalifen und tue das was mein Kalif macht nachdem wir schon gewonnen haben gegen die Ungläubigen aus dem weiteren Westen ich würde ebenfalls sagen es wurde viel geboten es wurde viel gesprochen doch die heiligen drei könige haben sich bisher immer ausgezeichnet indem sie gemeinsam entschieden hatten nun so beratet euch das Angebot steht wir sind nur einen Boten entfernt oder eine Taube so ist es und um dieses Angebot auch zu konkretisieren falls ihr euch wie bitte passt es durchaus gerne nochmal in Kürze zusammen ja ich wollte vor allem es dadurch konkretisieren dass auch konkrete Wege für Bündnis Zusammenarbeiten stehen aktuell hat mein Geschlecht noch zwei Kinder die aktuell nicht es sind sogar drei drei Stück die nicht verheiratet sind und somit durchaus auch konkrete Bündnismöglichkeiten möglich wären das wollte ich nur noch anschließend sagen das wird Thema sein wenn wir uns beraten haben danach vielleicht wir freuen uns auf eure Antworten mächtige Herrscher des Südens wohl an vielen Dank wir das erlauben dieser Audienz Kutscha ja 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 Möget ihr uns bitte wieder nach Byzanz geleiten jo vielen Dank wohl an man darf gespannt sein wie sich der Süden entscheidet wo wir haben den Kopf behalten es war also wohl doch eine erfolgreiche Audienz in der Hinsicht sehr gut ich gratuliere und gratuliere auch gleichzeitig zur lebenden Rückkehr vielen Dank das klingt wie eine Drohung was eine lebende Rückkehr die Tonlage meine Tonlage oh naja man kann sich in Zeiten wie diesen nie sicher sein nun das ist wohl wahr deswegen habe ich sämtliche weibliche und auch männliche Mitglieder unvermehlter Natur in einen Keller eingeschlossen um sie vor eventuellen Begattungsversuchen zu schützen das ist sehr vorsichtig und auch vielleicht auch eine ja gute Entscheidung ich möchte an dieser Stelle nur anmerken aus dem Reiche von Aferdistan braucht man sich da braucht man nichts erwarten da kommt derzeit nichts denn ich bin ja selbst eine Frau und mein Herz schlägt für meinen Ehemann Bonjak von Aferdistan und daher können die edlen Damen der Welt für einen Moment durchschnaufen mein Sohn Mfried volljährig ist ja eine gewisse optische Ähnlichkeit mit euch hat ja er orientiert sich sehr an seiner Mutter mhm ähm gibt es eigentlich aktuell noch Häuser innerhalb von Byzanz mit denen die Julia kein Bündnis haben mhm scheint nicht der Fall zu sein das ist schon mal sehr gut ich suche weiterhin den Überblick darüber zu bewahren es freut mich auch übrigens dass wir euren Krieg gewonnen haben werter des potenzial von hellas ja es freut mich dass mir da mal wieder von euch zu Hilfe gehalten wurde natürlich natürlich nun verratet mir doch ein starkes hellas ist in unser allem interesse oh nein entschuldigt umfried wieso rührst du dich nicht mehr um gottes willen umfried mein umfried ist krank geworden ah nun nein der sieht nur so aus ach so okay na gut na gut nein erzählt mir doch von eurer unterredung mit den toga jiden worauf hat man sich denn geeinigt macht ihr dies mein freund ich muss einmal kurz wichtige angelegenheiten klären so sei es so sei es nun wir haben einen vorschlag unterbreitet an die königreiche des südens die sich die heiligen drei könige nennen und zwar einen gemeinsamen feldzug zu starten gegen die sich immer wieder verschwörenden toga jidischen sultanate und warten nun ab ob eine positive antwort uns erwarten möge und als dann soll es in den krieg gehen gegen die ungläubigen unfähigen und unwürdigen östlichen reiche ich nehme an wir reden von den reichen agajanit bahait und ababwa mit denen sie die unterredung geführt haben wir reden vor allem von genau denjenigen die sich hinter diesen reichen auch verstecken wie zum beispiel den absolut schändlichen sultan almuazam toga er soll seinen pimmel verlieren nun ja und seine ländereien nun der vater so ist es familientraditionen müssen nun mal auch gewahrt werden es gibt wenige konstanten in dieser stetig wechselnden welt und deswegen verlässe ich mich einfach auf die traditionen meiner urväter das ist eine sehr ehrenwerte herangehensweise und nun werde ich die lücken schließen und das letzte fitzelchen an unabhängigen vasallen zwischen dem togaidischen reich und den byzantinern ausmerzen und diese stetig widerstehenden antiochia an ihren pimmeln äh an ihren helsen aufhängen ich hatte mich schon in gedanken vertan welch freudscher versprecher was ist denn ein freudscher versprecher ein versprecher der aus wahrer vorfreude auf das baldkommende geschieht dieses sprichwort hat es noch nicht in mein königreich geschafft nun dann hoffe ich doch dass andere freuden es bis in euer wertes königshaus geschafft haben selbstverständlich hat der werte despot laurus zeit für eine schnelle unterredung selbstverständlich gern guccia man beeilt sich aber absolut sehr gut es geht um die togaid ich hatte schon ein paar andeutungen gemacht in der vergangenheit ich schmiede eigene pläne um sie zu schwächen und eventuell könnte ich zeitnah erfolg haben ich habe nämlich den erben der togaid in meinem kerker oder in meinem gefängnis eventuell sind ein paar meiner hasher jetzt unterwegs und versuchen den aktuellen herrscher sagen wir mal einen schnelleren im schnelleren sinne eine möglichkeit zu geben ihn zu seinem allah zu bringen wohl an ja zu gott gehört er wohl aber nicht zu dem unseren für wahr für wahr ich würde tatsächlich ich bin mir nicht sicher ob die so funktioniert ich hoffe es sehr um ehrlich zu sein ich würde versuchen wollen den krieg zu starten nachdem ich den herrscher falls der herrscher frühzeitig sterben sollte um dann relativ schnell einen frieden wieder zu gewinnen mit dem erfolg und sodass danach eventuell noch der konflikt dann richtig los brodelt aber wir ja eine starke bündnissituation haben und ich denke auch der waffenstillstand nicht lange hält sodass auch ein größerer krieg danach noch mal möglich ist ich wollte euch nur darüber interessieren und fragen was ihr davon haltet ja wohl wahr das halte ich wohl wahr für löblich ich habe gerade eine höchst unschöne Entwicklung wahrnehmen müssen ich wurde als Ratsmarschall abgesetzt von unserem Kaiser ja unser Kaiser ich habe auch wirklich Bedenken was ist wenn die Seltschuken recht haben bei unserem Kaiser ich will mir jetzt natürlich nicht von den Seltschuken irgendwie hier das einreden lassen aber er beunruhigt mich nach wie vor vielleicht ist das der Nächste um den also naja ihr wisst also naja ja vielleicht sollten eure Agenten da ein Auge drauf haben aber dann würden wir das jetzt wahrlich verführen das einzige Problem ist ich weiß leider nicht wenn wir den Krieg erklären und meine Herrscher noch unterwegs sind ob dies dann noch einen eine Erfolgschance hat oder ob ich wahrlich warten soll bis er im besten Falle stirbt und somit direkt der Erbe der Togaid in meinem Kerker ist ich den Krieg erkläre und im besten Falle ich bin mir nicht sicher ob das so geht auch den Frieden direkt wieder schließen kann und dann werden wir vielleicht den Zorn eventuell der restlichen Herrscher dort auf uns laden so ist es so bleiben noch zwei Variablen wie sieht es aus mit den Königreichen des Südens haben die so einen Willen geäußert ich habe auch ehrlicherweise Angst dass sie sich dann auf die Seite der Togaid stellen wenn das bekannt wird mit all dem dann hätten wir ein Problem denn selbst mit den stärksten Bündnispartnern wäre das wahrscheinlich ein bisschen zu viel das ist leider richtig das ist leider richtig deswegen wäre es natürlich noch wichtig zu wissen wenn ich nämlich schon mal meine Kinder verheiraten kann mit ihnen dann können sie uns nicht mehr so einfach hintergehen wir bräuchten also schnellstmöglich eine Antwort denn meine Herrscher sind schon in 8 Monaten naja unterwegs deswegen würde ich vorschlagen kehren wir zurück ins Byzantinische Reich und der Kutscher möge schnellstmöglich mal fragen wie es ausschaut mit den Werten Fatimiten ob sie zu einer Entscheidung gekommen sind so sei es vor allem im Sinne mit Blick auf die Zeit oh Werte Kaiser seid ihr zu einer Audienz zu fähig mit euch selbstverständlich mit mir seht ihr noch einer der Personen neben mir weiß ich nicht nun ein Dschihad ist ausgebrochen das ist wohl wahr ich möchte nur dringend eine Frage an euch stellen werter Kaiser welcher wollt ihr mir eventuell erläutern warum ich kein Ratsmarschall in eurem Rate mehr bin so war ich doch eine der stärksten militärischen Truppen für euch zur Stellung habe ja das kann ich erläutern es gab ganz klare Indizien dafür dass ihr anscheinend versucht mit anderen zu korresponden mit anderen darüber zu reden dass ihr nicht glücklich seid unter mir und ich fand es nicht gut dass ihr dann nicht mit mir geredet habt weil es hat mein papa immer gesagt dass andere mit mir reden müssen diese ideen dass ihr versucht mit den südlichen reichen mich angeblich vor meinem throne zu stoßen diese ideen kommen nicht von uns denn wir haben überhaupt nicht vor euch vom throne zu stoßen wir wollen mit euch neue tröne erobern ich möchte ungern unterbrechen aber ist den herren die situation um den dschihad bekannt ja wir haben einen heiligen krieg der auf uns zukommt haben wir zwei jetzt heilige kriege wir haben zwei heilige kriege denn euch dem kaiser wurde soeben der krieg erklärt ich kann deswegen nur meine gebiete von kaldia ich kann nur inbrünstig noch einmal äußern man möge mich doch bitte wieder zum rats marschall nennen so war wir krass uns bitte darum wieder ratsspitzel zu werden sonst haben wir auch schwierigkeiten okay ich schau mal kurz ich hoffe dass ihr alle teil dieses krieges werdet und uns in beiden kriegen unterstützt was ist denn hier los in welchem krieg beide zwei beide zwei zwei religionskriege die beiden kriege des glaubens auf welcher seite denn wir sind gegen wir sind die byzantiner gelobt sei Allah der einzig wahre nur er alleine wird richten ein verräter unter uns nur einer wird wissen was das wohl für uns alle ist was ist jetzt geschehen der kaiser hat uns verraten er ist Allah verfallen oh damit ist der religionskrieg gegen die chogaid vorüber die ereignisse überschlagen sich wie es mir scheint ein furchtbares ereignis was hier ein einherfällt schachmatt furchtbare dinge oder beziehungsweise remi müsste man eher sagen remi ne nun ich kann an dieser stelle nur äußern dass ich einen rechtsmäßigen katholischen äh nicht katholischen huch schon deinem glauben vertan orthodoxen thronanspruch gegen den ungeläubigen kaiser hege den ich nicht durchsetzen wollte aber jetzt angesichts dieses höchst schändlichen glaubens verrat ist rufe ich euch die orthodoxen herrscher dieses landes auf euch zu verbünden gegen diesen verräter in unseren nordrhein ich verlange eure bekehrung ansonsten werde ich meine verbündeten im osten rufen so werde ich meine verbündeten im westen rufen und es möge ausgeschlachtet werden kämpft ihr gegen den süden der euch angreift so soll er dies tun kämpft ihr gegen den süden der euch gerade angreift mein kaiser ich kämpfe gegen niemanden außer gegen die ungläubigen aber ihr werdet angegriffen nicht mehr er hat sich gerade ergeben ja und es konvertiert aber es gibt nur einen einzigen religions es existiert immer noch der dschihad ja aber dieser braucht noch etwas um bei uns anzukommen und plündert vorher erstmal die länder der ungläubigen und damit sind wir gemeint werte herrschenden von besanzt die dem einzig warten glauben nämlich dem orthodoxen angehören dementsprechend rufe ich den krieg um das kaiserreich aus und rufe meine verbündeten aus dem westen herbei kaiser werden vom heiligen kümel römischen reich wird sich mehr anschließen und ich hoffe auch auf despot enzio und classus während das reich zugrunde geht jetzt nieder mit dem byzentinischen kaiserreich nieder damit sehr schön ich bin voll da wo soll ich hin endlich haben wir person ich bin verwirrt und überfordert ja da schließe ich mich an das konstantinopel wird sich halten auf ewig kaiser da wird mir das vasallentum angeboten von basileus babadopoulos ikaros eros thales der in wenigen monaten den dreck von den schuhen anderer personen lecken wird wohl wahr so habe ich nun no kink shaming so habe ich wohl nun die kaiser krone erhalten und werde nun etwas ordnung in diese situation bringen um natürlich auch den hof zu erhalten wohl wahr ich bin so verwirrt was hier passiert nun im Grunde passiert nicht viel es hat sich geringfügig etwas verändert wir haben Religionskriege links und rechts und oben und unten glaube ich bin fälschlicherweise der falschen Religion beigetreten das ist nicht euer ernst nun eine fälschlichheit lässt sich hier wohl ausschließen ungläubige kniert nieder oder werdet entpimmelt im strategischen buch des moris steht geschrieben man hat es mir überreicht oder eine kopie gebracht dieser zug wird bezeichnet als der weber so ist es und auch ist in diesem buch eine weitere zeile die euch vielleicht auch in erinnerung geblieben ist nämlich die das Besanz für immer gilt das ist eigentlich mit Papadopoulos möchte der den möchte Papadopoulos bitte den Krieg über den epirotischen Anspruch von Graf Michael entscheiden aber nicht durch einen Frieden für mich ein weißer Frieden das geht ab im 41 Monat let's go Reiner Reiner wie wird sich da der Despot Krasus von Pontus entscheiden der hat da was mitzureden so Krasus ist wieder da wird er an der Seite der der Ketzer kämpfen oder wird er ich muss erstmal kurz überlegen wer sind denn jetzt die Ketzer und wer nicht ich bin an der Seite meiner Freunde kämpfen Despotat von Thessaloniki sind die Ketzer wo ist denn jetzt mein Verbündeter ich bin euer Verbündeter ich stehe mit meinen Zupfen an eurer Seite schließt euch mir an und wir ziehen gemeinsam gegen die Ungläubigen die eure Lande plündern wer sind die Ungläubigen ihr seid ihr ihr seid nicht mehr der König von An Kaiser von Besanz geworden du ich habe übrigens das Herzogtum Mesopotamien gerade erobert von den Tokait Kaiser durch eine Strategie die sich glaube ich Webern nennt ich verstehe ich werde im Osten schon angegriffen glaube ich warte mal das Religionskrieg um das Herzogtum von Kaldia dort schließe ich mich euch als Kaiser an genau wo ist wo ist denn das hier Kriegsbeitritt anbieten Herzogtum Kaldia genau ich kann das nicht hallo ich kann dem nicht beitreten aber könnt ihr euch verteidigen ähm Gaius drückt mal nur links auf das Zeichen äh ja mach ich ich glaube das ist das ist ja tatsächlich oh dankeschön das ist ein typischer Bug da ist die Schrift so lang äh ja das genau die Schalttasse zu sein okay warte ich werde wir werden unsere Truppen hier bei euch in der Nähe ausheben stehen euch zur Seite und werden die Feinde zurückschlagen ich hoffe alle schließen sich uns an gegen diese Togaid die jetzt Kaldia von uns fordern ich möchte nur noch einmal daran erinnern dass wir Verräter in unseren Reihen haben wo denn genau da wo gefragt wird Hellas hat uns auch verraten das Kaiserreich wird stürzen die Kaiser sind geworden aber Hellas könnt ihr nicht dem Kaiser jetzt im Krieg beitreten selbstverständlich sehr gut und zwar im Krieg Religionskrieg um Kaldia das wäre so das Wichtigste gegen Sultan Abdul Wahad Ibn Hassan ey die wissen nicht was sie gleich hütten wird die wissen nicht was sie gleich hütten wird ich hab hier den krassesten wartet so tretet bei der Schlacht der Entscheidung Schlacht gegen Kalif Murat oder nein stopp wartet ihr habt recht gegen Sultan Abdul ja gegen Sultan Abdul ja meine Truppen kommen meine Truppen kommen aber wir verlieren die Schlacht oder wir verlieren die Schlacht doch gewinnen wir den Krieg vielleicht wenn unsere Truppen noch rechtzeitig einmarschieren ja sehr gut sehr gut sehr gut das schaut gut aus vorzüglich nun das passiert eben wenn man den richtigen Glauben hat nicht wahr Gott hilft einem so ist es so ist es ich finde es so schön dass Tessa Theodosiopolis wieder in unserer Hand ist jetzt muss es nur gehalten werden an der Seite des einzig rechtmäßigen Kaisers der jetzt nämlich an der Macht ist ihr dreht euch schneller als eine Fahne ihr Schlange ja es tut mir leid ihr seid dem falschen Glauben beigetreten also was ich schändlicher Verrat ich habe Maurikius alles zu verdanken dank der Ausbildung des Maurikius habe ich es geschafft das gesamte Herzogtum von Mesopotamien unter meine Herrschaft zu bringen und damit die alten rechtmäßigen Gebiete von Byzanz und meine Heimburg meiner Familie die sie seit Jahrhunderten haben wir brauchen mehr Truppen hier was ist denn mit den Truppen des Westens werden uns noch weitere unterstützen ich bin ich bin bereits auf dem Weg sehr gut Roland was ist aber was ist wir haben noch im Westen jemanden ähm Epirus nicht wahr kommt ihr auch in den Krieg weiß noch nicht genau wohin ich genau ähm ja also ich bin ja gerade noch mit unserem ehemaligen Kaiser Schrägstrich auch bekannt als der Ketzer genau so ist es und das muss ich zuerst noch das müsste ich noch erledigen denn unser Kaiser sieht das ja nicht ein dass er diesen Krieg jetzt nur führt weil er die Religion gewechselt hat und als Oberhaupt des Byzantinischen Reiches abgelöst wurde wir werden euch unterstützen auch gegen dieses Angelegenheit die Julia werden sich darum kümmern ja wir schauen jetzt erstmal wir haben erst erstmal die Schlacht gewonnen das ist sehr gut so ist es aber die Feinde haben nebenbei bemerkt äh ah doch die sind sogar geschwächt dadurch sehr schön äh Hellas wo sind eure Truppen aktuell auf dem Weg Schiff oder Landweg irgendwo kommen die Verbündeten von euch auch mein Kaiser nun sie sind auf dem Wege allerdings haben sie einen langen Wege vor sich denn sie kommen aus dem Heiligen Nordrömischen Reich aber sie werden da sein sehr gut die Sonne wird aufgehen für uns und die Welt wird untergehen für die Ungläubigen die denken durch diesen cleverten Schachtzug uns eins auswischen zu können wir müssen uns jetzt sammeln und genau überlegen das sind nämlich viele viele Feindestruppen ich gehe davon aus dass wir den südlichen ja das Problem ist wenn wir den südlichen Krieg verlieren dann wird das gesamte Anatolikum auch verloren gehen aber wir müssen einen Krieg nach dem anderen gewinnen und den östlichen Krieg können wir am schnellsten gewinnen mein Kaiser hoffe ich Allah ist mächtig oh natürlich oh nein ist er das der einzig wahre Glaube breitet sich aus mächtiges Transsilvanien einst haben wir miteinander gesprochen steht ihr euren orthodoxen Brüdern bei im Kampfe das sind sehr viele Armeen König Kostin von Transsilvanien aus dem Hause Draculä wollt ihr mit euren stolzen Truppen kämpfen nach all der Zeit des Friedens äh was äh wurde ich angesprochen ja ihr wurdet angesprochen eure 5000 Truppen die orthodoxen Christen die orthodoxen Brüder und Schwestern brauchen sie der sagt auch gleich Allah und konvertiert nein nein er ist ein treuer orthodox er hat es uns versichert wir glauben ihm wo kann ich denn im Spiel meine Religion ändern ich bitte euch zu gut ich bitte euch alle dem einzig wahren glauben ich kann euch nur daran erinnern die Pimmelabschlagung äh sie wird vollführt werden die Abschlagung oder die Abschlagung was euch unangenehmer ist ich kann diesem Krieg gar nicht beitreten ich bin jetzt irgendwo und ich habe das Gefühl ich bin fehl am Platz ich kann es mir angucken aber ich glaube nicht dass ich da drin bin äh mein Kaiser die Truppen das sind zu viele Feinde wir müssen sofort zurückziehen so sei es so sei es äh ok eins nach dem anderen die Truppen von Hellas wo befindet ihr euch bitte in Kolonea das ist wohl nicht ganz richtig ihr sollt in das Königreich Pontus kommen mein Königreich da bin ich doch aber ihr seid nicht Teil des Krieges kann das sein aber ich bin mir ziemlich sicher ich muss sagen dass das Hause Dracula zu der Zeit exkommuniziert war weil gesagt wurde ohne Exkommunisation ist man ja nix das ist korrekt ich biete euch nun für eine Rekommunikation eine Wiedereingliederung mit minimaler Steuerlast in Zeiten des Krieges an entscheidet selbst bin ich nicht mehr exkommuniziert aber als der Krieg begann war ich exkommuniziert ihr könnt ihr könnt ihm nicht beitreten schließt euch dem Glauben an was haltet ihr davon das ist auch meine Frage das ist kein Glaube das ist Unglaube ist es eventuell ein Problem dass ich muslimischen Glauben bin ja aber bist du nicht verbündet mit dem werten Herrn Radler ja könnt ihr da dem Krieg irgendwie beitreten der Kaiser ist jetzt erst beigetreten das hätte vorher er war schon beigetreten kam jetzt erst hinzu aber er wird rechtzeitig eintreffen er hat schnelle Schiffe und auch eine gewisse Motivation ja aber ihr werdet euer Anatolikon vorher verlieren das werden wir nicht halten können mein Kaiser aber ja gut euch gehört das Kaiserreich wir müssen den anderen Krieg gewinnen das ist das wichtigste und Anatolikon wird natürlich zurückkommen wir haben so gute Beziehungen mit dem Süden gehabt es ist wahrlich eine Enttäuschung muss ich sagen es ist nicht nur eine Enttäuschung es ist Grund für brutalste Drache was? absolut das sehen wir ähnlich das sehen wir ähnlich die Ereignisse überschlagen sich meine Damen und Herren es ist wahrlich kompliziert geworden so sammeln wir unsere Truppen angesichts des Krieges haben wir jetzt die Chance für eine weitere siegfreiche Schlacht die Feinde scheinen zu kommen im Wald haben wir noch gute Möglichkeit wir müssen aufpassen dass wir hier gemeinsam zusammenstehen wenn die Feinde zuschlagen wollen die Frage ist wo wollen sie angreifen wahrscheinlich wollen sie gar nicht angreifen sie wollen vielleicht belagern das sind Hügel bei der Belagerung das könnte uns entgegenkommen sie greifen direkt an ihr solltet zurück marschieren sofort zurück marschieren nach rechts nach Osten nach Osten ich habe einen hervorragenden Befehlshaber dort wir müssen nur alle rechtzeitig dort einen treffen so sei es geschlacht aber seid ihr denn jetzt Teil eines Krieges Hellas ich habe also in meinem Spiel sind unten zwei Kriege angezeigt und ich bin und auf welcher Seite seid ihr ich bin auf der ich hoffe auf der Verteidigerseite euch wurde der nächste Krieg erklärt von den hässlichen welch schändlicher verhaßt jetzt darf ich es ja endlich verlautbaren hässlichkeit ist aber Ansichtssache wir hatten einen dummen Kaiser und wir hatten hässliche Nachbarn so jetzt ist es raus verdammt nochmal und bald werden beide tot sein endlich darf ich die Wahrheit sprechen und muss nicht mehr so untertänigst tun wir haben die Schlacht gewonnen aber mein Ratsmarschall ist glaube ich dabei gestorben aber alles für den Kaiser und das Kaiserreich so sei es wir schlagen sie gut zurück wir sollten sie vielleicht verfolgen ja wir sollten zum Gegenschlag ausholen um wenigstens diesen Krieg beenden zu können der deutsche Kaiser ist auf dem Wege kommt ihr in den Süden es wird dort eine Schlacht geben so sei es kommt ihr in den Süden schnell 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 ihr müsst ja 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 perfekt sehr gut ich hoffe dass das eine gute Schlacht für uns wird ich glaube aber schon kommen das 735 Truppen von ich weiß nicht wem wo ist Hellas ist das jetzt ein Running Gag wie nennt man das ein Running Hellas wo ist Hellas als der Osten fiel der Späte König von der Späte König von Hellas nein der Späte König von Epirus bin einfach unbehelligt gar nicht so hell unbehell hell ja ja wir gewinnen die Schlacht schon wieder yay ohne euch alle und man muss dazu sagen wir gewinnen diese Schlacht noch ohne den mächtigsten Verbündeten nämlich das Heilige Röme Stadtreich das stimmt ist denn euer mächtiger Verbündeter auch Teil Alter leckt das ist der auch Teil des anderen Krieges er ist mittlerweile Teil aller Kriege und oh er wird kommen hinterher hinterher kommt mit kommt mit in den Süden wir können sie schon wieder verfolgen ab in den Süden schickt eure Truppen mit mir nein ihr müsst nach Westen ihr lauft in die ihr lauft in die falsche Richtung mein Kaiser ich laufe schon ich laufe danke schön jetzt muss ich erstmal gucken ich sehe die Truppen von Hellas aber sie sind nicht Teil unserer Armee deswegen frage ich mich ob sie mitkämpfen können wenn nicht dann feuere ich an das hilft uns bedingt someone must keep the spirits up das ist übrigens die neue Sprache die ich gelernt habe anglisch anglisch ja wer spielt Teil aus Nina es ist sehr diffus bei dem einen Krieg sind wir fast am siegen bei dem anderen fast am verlieren es ist sehr ausgeglichen ja wir werden allerdings einen gigantischen Gegriffsverlust haben das ist mir leider bewusst wann kommt der Kaiser des heiligen römischen oh er kommt ist er und ihr sagtet er ist in beiden Kriegen nicht wahr er ist in allen Kriegen vorhanden ja das sind und der Kaiser antwortet richtig richtig lasst sie uns weiter verfolgen die Feinde wir müssen dringend hier in den Süden ach nein sie marschieren in den Osten ja in den Osten aber ich glaube nicht dass wir sie hier weiter noch verfolgen können wir müssen dringend Belagerungen machen vielleicht kann der Kaiser ja ah der Kaiser alleine wird wahrscheinlich nicht genügend Truppen haben nicht gegen diese Macht die sich da versammelt hat nein wahrscheinlich alle nicht genug Truppen haben wer hat das Epirus wie schlagt ihr euch gegen den äh den falschen Kaiser ja der will noch nicht meine Friedensangebote annehmen unfassbar warum soll ich die Friedensangebote annehmen wenn ich euch militärisch überlegen bin und meine Truppen jetzt dorthin kommen weil ihr kein Geld mehr habt das ist egal meine Truppen sind zahlenmäßig überlegen dann macht mal weiter bis ihr bankrott seid ich bin schon bankrott meine Truppen sind immer noch überlegen ja dann macht mal weiter der Malus den ihr meint ist nicht so stark dass er das doppelte Haus reicht was ist was ist dieser Malus meint ihr einen Hammer oder was meint er das ist wenn man kein Kaffee Kaffee hat also ein Kaffee leider sind hier überall Hügel mein Kaiser aber wir müssen Belagerungen führen dass wir den Krieg hier schnell beenden so sei es ich werde meine Armee aufteilen ich auch ich habe sie auf zwei teilen ich habe eine Belagerung verhindert ich war nützlich der deutsche Kaiser ist nun vor Ort und wir könnten mit ihm in den Westen zielen wir sollten aber diesen einen Krieg wir müssen den beenden wenn wir den beenden dann können wir sofort in den Westen wir sind kurz davor ihn zu beenden wir spielen gegen alle gefühlt gerade wer wie was ich weiß leider auch gerade nicht mehr wer auf meiner Seite ist und wer gegen mich wir sind auf einer Seite so viel ist gewiss das ist richtig wieso kann ich nicht belagern ich habe eine feine Armee in die Flucht geschlagen das sind keine Feindesgebiete sehe ich gerade wir müssen in den Süden weiter so sei es so sei es der Osten bringt uns nichts ich sehe noch eine Hauptmacht mit 5000 Mann die aus dem Süden hervorzieht wenn wir diese besiegen sollte es sich um einen siegreichen Krieg handeln da bin ich mir nicht so sicher das könnte sein alter warum kriege ich 100 Anspannungen wenn ich das zurücksetzen will die KI hat mich verskillt oh man ey wie übercover ich meine Armeeversorgung was muss ich da machen oh Gott äh verdammt daran habe ich nicht gedacht äh ich muss einmal schnell ah verflixt das ist dumm noch teilen habe ich doch schon ja den Süden werden wir verlieren den werden wir so oder so verlieren das ist nichts zu gewinnen ja aber wie kriege ich die die Versorgung wieder hoch oh Leute so so geht der erste Krieg vorbei und wir verlieren das Anatolikum aber zum Glück gibt es ja noch genug andere Ungläubige die gestraft werden für das Vergehen anderer Ungläubiger wir haben mal eben alles aus den letzten zwei Tagen verloren aber den einen Krieg leider verloren aber den anderen werden wir gewinnen mein Kaiser so ist es und dann bleibt ja immer noch genug Zeit um zurückzuschlagen nicht wahr ja richtig ich sehe wie ein einzelnes Armeeturm des niederen und absolut verachtenswerten Sultanats aus dem Norden dem Uwulele Sultanat sich nach Konstantinopel aufmacht mir ist dies nicht entgangen vielleicht vielleicht muss dort eine Lektion erteilt werden mal so eine rein auf Charakter Spielfrage wie kriege ich eigentlich wieder die Armeenversorgung zurück auch durch dein Gebiet ja wo deine Versorgungsschwelle hoch genug ist oder durch die Gebiete die du erobert hast quasi genau und am besten so aufspalten dass du nicht deine Hauptkampfgruppe komplett aufgesplittet hast entschuldigt ich musste einmal kurz dem werten Maurice ein paar Informationen geben ist ein bisschen überrascht wie das Reich ausschaut sag ihm ruhig es ist der typliche Herrscher gewesen und wisst ihr was und jetzt da wir den richtigen Kaiser haben bin ich sogar bereit loyal zu werden und diese Eigenschaft offen zu tragen dies freut mich sehr ich werde dafür sorgen dass ihr nicht enttäuscht seid wohl wahr so bitte ich zu Hilfe in Konstantinopel wo ich belagert werde ich sehe neue Feinde kommen auf uns zu wie viele neue Feinde ja das hält sich noch in Grenzen wir haben allerdings immer noch die militärische Übermacht ich würde euch dringend empfehlen eure Truppen die 4800 zurückzuziehen in unser Gebiet und die dringend die Vorräte aufzufüllen so sei es ach meine Güte es ist die Ereignisse überschlagen sich ich kann es nur sagen was ist eigentlich mit dem Norden diesem eigenen kleinen Krieg noch passiert scheinbar nicht viel von dieser Frau die so besonders ausschaut wohl wahr aber unfassbar das ist der Süden wir haben so gute Beziehungen geführt und so verraten hat das ist wohl wahr ich soll euch übermitteln dass die Sechuken bereits ihre Kapitulation übermittelt haben oh an wen an den Kaiser vermutlich ja so sei es ich kann sie aber nicht annehmen wieso geht das nicht ich habe keine Kapitulationsanfrage bekommen die ist wahrscheinlich schon wieder abgelaufen dann mögen die Sechuken wieder eine schicken natürlich dann würde er sie annehmen im Eifer des Krieges ist dies ja ich möchte verkünden dass ich einen riesengroßen Turban habe ich möchte verkünden dass ihr bald euren Pimmel los seid denn ich habe euren Verrat nicht vergessen ihr könnt nichts abschneiden wo nichts ist dann mache ich euch blöd wir haben gewonnen wir haben gewonnen es wurde gesiegt und doch haben wir ein weiteres Problem es ist nämlich immer noch ein Krieg im Gange von dem unfassbar hinterhältigen und so möchte ich nochmal behaupten vollkommen nutz- und wehrlosen Sultanat der Ulele es möge niedergeschlagen werden aber absolut schickt eure Truppen dorthin ich denke eure Truppen reichen aus um ihn einfach einmal niederzuschlagen meine Truppen werden sich einmal kurz erholen ähm und ich möchte jetzt auch noch ein was feierlich verkünden ein was worauf mein Vater und mein Großvater hingearbeitet haben beide sind gescheitert beide wurden ermordet auf ihrem Weg dorthin aber jetzt ist die Burg der Julia die seit Jahrhunderten im Osten hier unsere unser Hauptsitz war unsere Hauptburg Theodosiopolis wieder in unserer Hand und wird somit zum Reichssitz von Pontus erklärt werden so verlocket er hört soll ich jetzt ähm noch jemandem beistehen mit meinen Truppen habt ihr denn den Herz der Krise und des Krieges gefunden denn dieser ist im Nordosten zugange beim Sultanat von Aferdistan ja ich denke ich bin auf auf dem Weg so sei es wir greifen die ähm interessanten Menschen an richtig wir greifen die Menschen an die illoyal sind ja der Ranger pausiert was los äh ich hab nicht pausiert hier steht pausiert durch Ranger dann bin ich rausgeflogen pünktlich wie die Maurer oh es ist ja schon es ist schon soweit ah ich bin wieder drin sechs Minuten hätten wir noch aber ich bin wieder drin alles aufgeholt sind schon viele oben in der Versammlung wohl so wie ich das sehe also es läuft läuft wieder ich hab aufgeholt ja cool nehmen wir das an wir haben ja jetzt auch noch was im Schnellstand mit den Bahait das einzige was wir noch machen könnten wäre im Norden das Sultanat Ovolele weg zu klatschen äh zu hauen äh ihr wisst schon aber das wärs eigentlich alles andere ist ein Waffenstillständen und richtig das würde neun Jahre dauern aber ich meine das byzantinische Reiserei ist gewachsen das Herzogtum Mesopotamien das rechtmäßige ist wieder Teil nur das Anatolikum ist leider verloren gegangen aber natürlich unter dem neuen Kaiser und der neuen ersten Hand so hoffe ich doch dass mein Titel ist und Wächter des Ostens werden wir in Zukunft das Gebiet vollständig zurückerobern in neuer vereinter Stärke endlich mit einem mächtigen zurichnungsfähigen Kaiser so sei es wohl wahr ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal einen Titel verleihen an meinen treuesten Verbündeten in diesen schwierigen Zeiten an jemanden der weiß wie man Loyalität buchstabiert im Gegensatz zu manch anderen zugegnen also an mich ich nehme diesen Titel an vielen Dank ich auch ich auch gerne werde ich euer Ratsverwalter eure Hand und auch ich werde mich nun bei den anderen einfinden ihr seid doof dies kann ich nur zurückgeben auf ein starkes Byzanz für die Zukunft und die Rückeroberung aller Gebiete die einst Byzanz hatte somit auch des gesamten Südens so enden wir und werden nun in die Versammlungshalle der Herrscher kehren ein Finale was für ein was für ein Ding gewebert aber jetzt wird es Rangern und Webern heißen ich möchte übrigens auch mal festhalten Ranger hast du dich auch geklickt Ranger unser Gespräch war super innerhalb der ersten Sekunde dankeschön mit deinem Herrscher zu spielen es war so cooles Roleplay mit deinem Herrscher zu spielen Ranger oh herrlich also ich fand tatsächlich der Charakter hat sich dann hinterher doch noch ganz gut entwickelt mit dem mit diesem mit diesem mit diesem mit diesem ja kleinen Wirrwarr was er zum Schluss veranlasst hat ja was für ein Wirrwarr ganz ganz kurz zur Gegenwehr die größte Gegenwehr war dass wir nicht genug zu futtern hatten auf dem Weg ich bin weiter rein das war die Gegenwehr let's fucking go wir sind einfach Kaiser also aus der Sicht der Julia ist das strategisch gesehen für uns kein bisschen ein Abwechslungsmanöver gewesen die Julia haben alles erreicht was sie wollten sie haben Theodosiopolis zurückgeholt ich habe alles gegeben und ich habe hoffentlich es heißt leider auch so abgeliefert Maudikius der Gottkönig und Kaiser entschuldige ihm wenn ich auch noch kurz einwerfen dürfte eine der heiligen drei Könige aus dem ägyptischen Reich ist jetzt anwesend also will will damit also Gaius uns jetzt sagen dass er den Kaiser von Byzans Radler dazu genötigt hat lieber einen riesen Batzen Königreich aufzugeben als ein Herzogtum aus dem Kreis ich sag mal es Julia Julia haben ihre Interessen erfolgreich durchgesetzt ich sage es mal so ich sage es mal so ihr werten verräterischen doppelspalten züngigen Herrscher des Südens ich für meinen Teil bin Kaiser was seid ihr? oh ja in der Firm in der Firm die heiligen drei Könige er ist der einzige Kaiser hier tatsächlich ja das kann man mal festhalten aber jetzt würde mich einmal wirklich interessieren die Hintergründe des Südens für den Angriff das muslimische Loch das ist nicht weiter von Belang wenn man sich anschaut wie wir hier uns im Norden ausgebreitet haben so hat sich das byzantinische Kaiserreich ganz neuen Grenzen eröffnet und wäre diese Runde noch weiter gelaufen hätten wir dieses Loch selbstverständlich wieder zurückerobert denn unsere Bündnistruppen ja wohl sie sind die Stärksten und dann lieber über den Landweg langsam rein also wir mussten sozusagen zwangsmäßig also wir waren im Weg sozusagen nein, nein, alle Christen waren dann die Feinde wir hatten Angst weil es immer nur Streit war obwohl wir durchgängig kommuniziert haben sozusagen die Orthodoxen halten sich raus wir sehen das nicht wir sind weg von den Katholiken aber jeder von uns wurde auch schon mal von einem byzantinischen Herrscher über den Tisch gezogen will ich meinen das ist nicht ganz richtig ich sag's mal so aufgrund der historischen Ausgangslage haben die Muslime jeden Grund den sie wollen anzugreifen weil das ist auch historisch passiert ja klar aber gleichzeitig ja gab es ja auch richtig historische Konflikte zwischen diesen großreichen untereinander also innerhalb der Muslimen meine ich deswegen wäre das ja auch durchaus realistisch gewesen aber ich finde beide Wege absolut nachvollziehbar ich fand's cool so noch es gab einen Moment an dem wir unseren Fatamitenbrüdern fast nicht mehr geglaubt haben das war da als sie uns ausgesperrt hatten im Gespräch mit euch wir dachten in dem Moment wirklich die machen mit euch gemeinsam eine Sache sie hätten den ganzen Osten für sich haben können ja wollten sie nicht also es war kurz davor dass wir eventuell sogar noch in die Fatamiten eingefallen wären ja wäre dann nicht die Sache passiert dass der Kaiser der alte Kaiser Ranger konvertiert ist ja auch mal durch also ich hätte den früher ums Eck bringen müssen diesen five head move diesen unfähigen Kaiser nee warte mal du bist ernsthaft aus Versehen konvertiert das ist jetzt nicht dein Ernst nein nein konvertiert bin ich absichtlich das ist einfach abgesprochen also ich Herr Gaius ich hab euch nur die Wahrheit erzählt ja ja das hab ich dann schon in eurer Stimmlage wirklich gemerkt als ihr einfach alle da wart und das so überzeugend also ich hab das schon dann geglaubt und ne ich hab schon mit Radler drüber gesprochen also im Roleplay aber was sollten wir machen wir also wir standen irgendwie mit dem Rücken an der Wand und egal wohin und jetzt wenn wir nochmal einen Konflikt in Byzanz selbst begonnen hätten gegen den Kaiser um den wieder abzusetzen na und wir das Problem war halt auch es war jetzt gleich null Uhr und ich wollte unbedingt noch diesen Konflikt mit den Seltschuken den wir so lang rausgezögert hatten er musste stattfinden und wir haben zwar den einen Krieg verloren aber den haben wir auch einfach ignoriert den anderen Krieg haben wir gewonnen das können wir stolz so sagen ja ob das taktisch klug war ist jetzt was anderes ne also für die Julia war es wir haben ein stabiles Kaiser also ich meine Gaius aus unserer Sicht haben wir alles erreicht was wir erreichen wollten denn es war von Anfang an als Ablenkungsmanöver geplant ihr wolltet Mesopotamien verlieren ja was wollten wir verlieren ihr wolltet Mesopotamien verlieren das war ja ein anderer Krieg das hast du dir ja vorher schon geholt das war ein anderer ja wir haben ja einen Krieg um deine Kernlande geführt ja ja klar hat dann eigentlich jemand das war ein reines Ablenkungsmanöver das war nur als Ablenkungsmanöver geplant ja gut aber hätten wir uns auf den Süden fokussiert hättet ihr ja trotzdem auch gewonnen das Ablenkungsmanöver hätte bedeutet Kaldia wäre verloren gegangen also das ist ja nicht kein Ablenkungsmanöver lieber ein Herzogtum als ein Königreich aus der Sicht der Julia ist doch das ganz klar oder das ist ein Teil von Kontos es wäre anders gelaufen es wäre nur dann anders gelaufen wenn ich nicht Kaiser geworden wäre weil dann hätte ich natürlich mein Königreich bis aufs Blut verteidigt und hätte auch den deutschen Kaiser euch auf den Arsch gehetzt aber dadurch dass ich Kaiser bin ist mir doch mein Königreich egal ich bin Kaiser ich bitte euch er ist Kaiser es hat so gut alles in die Hände gespielt und ich hab vorhin schon Maurice so viel gedankt denn Maurice hat ja meinen Charakter ausgebildet er hat mir beigebracht wie ich entführe wie ich ermorde und das alles hat zum Sieg der Julia also sie haben alles erreicht was sie wollten die Julia sie wollten ja nie Kaiser werden kein einziger der drei Herrscher wollte Kaiser werden sondern einfach die Heimstätte mit Pesopotamien zurückholen und der Wächter des Ostens werden und das wurde ich am Ende ernannt vom Kaiser und als Hand ja schön aber ich fand es super wie ihr alle dann noch gekämpft habt und kamt und echt cooler Move und auch Ranger auch wieder mal herrlich also wie du diesen Herrscher gespielt hast es hat so Spaß gemacht muss ich sagen ich hätte das tatsächlich auch gern mitgekriegt er war einfach dumm er war einfach ja ich auch du hast es echt einfach nur mega genial gemacht aber ich dachte er war bei euch bei den Zetschuken wenigstens ich meine das jetzt nicht so als so ich meine das jetzt nicht so passive aggressive so nach dem Motto du hast den Trottel echt gut gespielt man hat wirklich man hat wirklich also ich hatte den Eindruck es hat ja auch Spaß gemacht das Spiel das fand ich halt mega das fand ich halt mega witzig ich muss mich halt nicht verstellen war das Gute siehste genau das wollte ich damit zum Ausdruck bringen also auch jetzt spielst du das Begriffsstutzig halblich viel aus das Lustige war aus unserer Sicht war das irgendwann mal so ich hab dann irgendwann mal zu meinen Mitzelschuken gesagt entweder ist dieser Basileus der brillanteste Stratege den es gibt oder ist Begriffsstutzig darf ich an dieser Stelle kurz einhaken natürlich es hat mich sehr 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 gefreut herzlichen Dank für die Einladung ich möchte mich da gar nicht allzu sehr jetzt einmischen in dieser Diskussion wer jetzt mächtig und tolle Moves gemacht hat weil wie bei mir jemand in den Chat jetzt den eingeschrieben hat am Ende hat eh nur unsere Dynastie gewonnen unsere Gene werden für die Ewigkeit in allen Königreichen kursieren und genau das ist es das sind glaube ich auch sehr gute ja Schlussworte von meiner Seite aus ich werde mich verabschieden ich muss mal früh raus nämlich danke für die Einladung hat sehr viel Spaß gemacht ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns das nächste Mal wieder im Bett im auf der im Bett Uwe Wullt gab er sich wohl ja was was will man sagen na es war dies eine erfolgreiche Kampagne eine erfolgreiche Kampagne eine erfolgreiche Kampagne Fläche und alles ist vorbei das ist so krass sind sie sicher absolut sicher wir setzen halt einfach dein Otto und das ist so Spaß ich hatte toll auf einen Kaisertitel zu verzichten ist halt einfach super krass das sollte man irgendwie nochmal bestätigen müssen genauso wie wenn du ein komplettes Königreich einfach so in die Unabhängigkeit entlässt das sind einfach zu krasse das sind einfach zu krasse Entscheidungen irgendwie vor allem in den Multiplayer wo man halt unter Zeitdruck steht wo halt es gibt keine Pause man hat keine Zeit sich das durchzulesen die Events rauschen eh so durch da kommt man so ein Klick so an sind sie sicher mit dieser Entscheidung verlieren sie oder also was da muss man halt vielleicht Paradox Spiele besser die heben das dann knallroter vor ja ja absolut aber zu dem Thema Aufmerksamkeit und sowas muss man vielleicht sagen dass jetzt wenn man streamt oder wenn man das aufnimmt oder sowas das alles ja nochmal ein bisschen schwerer ist als wenn man sich nur auf das Game konzentriert ja und noch Rollplay und dazu noch Rollplay weil in den meisten wirklich größere Multiplayer-Runten wenn sich jeder da darauf konzentriert passiert das bis zu null könnte man so sagen eines Tages Blumikon eines Tages wird auch Baheid wieder Anatolikon heißen da spielen viele Faktoren glaube ich rein die da dafür sorgen dass es im Endeffekt dann was mich am allermeisten getroffen hat was mich am allermeisten getroffen hat war eigentlich der Verlust meines Kriegerordens da waren einfach 6000 Truppen weg von einem Tag auf den anderen das hat richtig weh getan im Süden das war eigentlich das einzige der einzige große Verlust ich hatte ihn 10 Minuten über den Klee gelobt und gesagt wie schlau er doch ist und wie dumm ich doch bin um ein bisschen ihn zu lenken zu können ich habe ihn dazu gelenkt ein Bündnis zu schließen und eine Heirat aber der Rest ja genau dann wurde ich zum Hofner das war so die andere Medaille weil ich fand ihn lustig aber ich würde dann gerne trotzdem nochmal an dieser Stelle einmal das Wort ergreifen und sagen vielen lieben Dank an Strategie Ecke und an Gaius für das Organisieren von diesem Event es ist wie immer mega geil bei diesen Game-Off-Sachen mit dabei zu sein ein inneres Blumenpflücken dass ich auch wieder mit dabei sein durfte an die Zuschauerinnen und Zuschauer auf allen Kanälen die mich gerade hören schaut gerne bei den anderen auf jeden Fall vorbei schaut euch die Videos an es ist überall an unterschiedlichsten Stellen mega geil gewesen Roleplay par excellence also da ist Impro-Theater nichts gegen und es ist einfach ein wunderbar geiles Event auch mit den Kutschern vielen lieben Dank an diese tolle Performance von den Kutschern die sich auch immer wieder ins Roleplay reingepackt haben und ich würde mich freuen wenn es irgendwann dann wieder mal ein Game-Off-Event gibt und ich auch dann dabei sein darf aber wir schauen mal in die Zukunft das ist ein sehr gutes Stichwort bevor vielleicht dann auch gleich noch ein paar mehr sich verabschieden werden und so weiter können ja vielleicht schon mal Ecke und ich sagen es kommt ja ein neues Paradox-Spiel also bald heraus und sagen wir mal so wenn natürlich so ein paar Kinderkrankheiten weg sind und es sich ergibt dass es sich auch gut für den Multiplayer anbietet dann könnte es natürlich da auch ein wunderschönes Game-Off-Event geben nicht wahr Ecke? Genau also wir haben uns da überlegt dass neben dem Game of Federations in Stellaris und natürlich unserem Flaggschiff Game of Chords in Trusilla Kings dann ein Game of Nations vielleicht in Victoria 3 entsteht wo das Roleplay ganz anders sein wird so wie es auch bei Stellaris ganz anders ist ist es dann dort sag ich mehr staatsmännischer mehr politischer also ein anderer Fokus weniger vielleicht nicht weniger Intrigen aber weniger Gemäuchel und Modum und Gosora eine Frage an der Stelle lassen sich in diesem Spiel Pimmel abschneiden? ich glaube nicht wahrscheinlich nicht das dann nicht das wäre wer weiß also metaphorisch geht das auf jeden Fall also die PAV die Radler und ich gegründet haben die Pimmelabvereinigung ja die steht noch auch wenn ich mir was weggenommen habe da ganz im Norden war nämlich einer der seinen P überall reingesteckt hat und dafür wurde eigentlich die PAV gegründet sie wird die Zeiten überdauern es ist wirklich herrlich und ich glaube wir können auch sagen wenn das weiterhin alles so läuft und auch mit Victoria 3 dann planen Strategieke und ich auf jeden Fall dass das auch wirklich dreimal im Jahr diese Game of the West stattfinden dass man damit auch rechnen und planen kann hoffentlich für viele viele Jahre in Zukunft das klingt so schön ich möchte hier auch sagen ich bin unglaublich dankbar dass ich dabei sein durfte das war mein erstes Mal in so einer Roleplay-Runde ich habe bestimmt noch ein bisschen also ich brauche noch ein bisschen um besser aus mir rauszukommen ich war auch hier und da sehr überfordert hat aber unglaublich viel Spaß müsste mich jetzt auch verabschieden weil ich morgen früh raus muss es war sehr schön mit dir Nina es war schön dass du dabei warst Nina mach gut danke dass du mit dabei warst Nina schlaf schön danke dass ich mit Marina sehr gerne heute haben gekämpft Zeit an Zeit mach's gut Nina ja tschüss möchtest auch eben schnell reinschieben ja auch danke von mir dass ich dabei sein konnte und als einziger König des Nordens überlebt habe so gesehen für mich ich bin Gewinner im Norden und dann fänge ich alles versucht alles erreicht ist eigentlich schade weil was wollte ich sagen ja schade übrigens dass Ranger gar keine Zeit hatte darauf zu reagieren dass ich seine Tochter entführt habe ach das kam zwischendrin rein wo ist meine Tochter hin blut aus ich habe so eine ich habe mich stets bemüht ein Roleplay Element zu schaffen ich habe bei dir die Tochter verführt und habe sie zu mir auf den Hof geholt und alles und ihr habt nur Krieg im Kopf und ich denke so ach da mache ich meinen Scheiß hier weiter am Ende war schön dass du dabei warst ja und du hast auch ein paar Kinder von mir und solche das übliche was so passiert ja richtig du hast übrigens deine eine Tochter eingekehrt ich habe nämlich die eine mit einer Liebschaft zu mir geholt und die andere habe ich verführt damit alle Kinder deiner Nachfolgegeneration nicht von mir sind alles weil du meinen Vater getötet hast was wo habe ich den denn getötet du hast nur mit dem Kaffee mein Vater mit Kaffee getötet der erste ist gestorben und das letzte Gimmick ist übrigens dass Sejuken also schieß mich tot ich vergesse den Namen immer die unbekannte Seijuken ne nicht Seijuken du hast mich gestern verlassen nur mein Shuyoka ich mein Shuyoka es tut mir sehr leid aber ich hatte auch viele Kinder bei ihr oh und zwar richtig viele Bastarde scheine dass sie heute nicht mehr dabei ist um das mitzukriegen sie hat sich angeblich in ihrem Stream sehr darüber aufgeregt dass ihre jüngste Tochter so viele Bastarde geboren hat plötzlich aber das ist halt der Vorteil wenn man der freundliche Typ ist im Nordwesten dann kann man auch ein bisschen agieren naja ich hoffe dass ich das nächste Mal ein paar mehr Roleplay Elemente dabei habe aber ich war auch sehr am Rand das ist immer dann die Sache hab auch irgendwie Gefühl gehabt das geht halt immer um das Byzantische Reich in der Mitte und das hat halt die nördlichen Königreiche gar nicht so interessiert ja es ist halt also es ist halt wenn man bei 17 Leuten halt irgendwie unterbringen möchte und dann doch noch Raum ist ja auch kein Ding wir haben ja auch unseren Spaß gehabt war halt jetzt zum Ende dann so es sind ja eigentlich alle tot hier oben das ist natürlich die Mortalitätsrate bei euch im Norden war ja recht hoch mit 50% das ist richtig also wir mussten sagen aus dem Süden was schön war unter dem Radar zu fliegen war nämlich das war gestern am Abend das Gespräch da meinte ich glaube mit 5000 Mann gehörte hier zu den stärksten und da habt ihr schon gar nicht mitbekommen dass der Glaro mit 7500 Mann da war und ich glaube wir sind die ganze Zeit im Süden unter dem Radar geflogen und deswegen konnten wir ja gerade es hat keiner mitbekommen dass wir drei Könige wir haben uns schön die heiligen drei Könige natürlich Sultane uns aufgebaut und meinten alles klar wenn die uns komplett unterschätzen und der Norden sich miteinander bekriegt dann geht es aber Rambazamba mitbekommen haben wir das durchaus aber wir hatten halt eine andere Allianz angepeilt gehabt die ganze Zeit ich wollte gerade erwähnen dass mein Herrscher ich wollte gerade erwähnen dass mein Herrscher tatsächlich bis in die letzte halbe Stunde dieses Streams heute überlebt hat oh wirklich er hat zum Schluss gelebt Arti lebt noch Arti lebt auch Arti hat dann den einzigen der noch lebt hat und ich muss mal kurz dazu sagen weil ich war ja beim letzten Mal auch dabei und war ja direkt raus mit meinem Herrscher und hab mit meinem Herrscher eigentlich keine fünf Minuten gespielt und diesmal ist es einfach das extreme Gegenteil das ist mein persönlicher kleiner Sieg dass ich bis zum Schluss mitgespielt hab und mit dem gleichen Herrscher sogar und ja ich war ein bisschen außen am Rand im Osten das war so ein bisschen Fluch und Segen ich konnte halt irgendwie nicht so gut mit den anderen tagieren aber auf der anderen Seite da ich jetzt nicht so die Expertin bin hatte ich immer gut die Unterstützung halt von Mörb und Ecke und konnte da so ein bisschen vor mich hinwurschteln es gab genug eigene Probleme die ich da auch hatte zum Teil aber wie alt ist denn dein Herrscher? 87 87 das ist Wahnsinn aber der durfte auch mehr als eine Frau haben oder? dein eigener Sohn ist an Altersschwäche gestorben meine auch meine auch meine auch meine auch war schön so genial ich spiele auch gerade mit dem weil der Freie 30-jährigen Enkel weiter das war auch schon irgendwie auch schon irgendwie krass jo war geil war ein geiles Event und mega mega nochmal großes Dankeschön an das Orga-Team ja ich werde mich die Tage nochmal hinsetzen und so ein paar Daten versuchen noch rauszuarbeiten wie zum Beispiel wie viele Nachkommen wir alle zusammen haben und so weiter vielleicht auch kriege ich raus wie viele Tode es gibt also wie viele Morde getan oh ja da hätte ich auch noch Fragen gleich tatsächlich so ein bisschen ich habe das Gefühl da muss noch ein bisschen aufgeklärt werden also ich muss sagen ich habe nie einen Spielercharakter also oder also ein oder ein Mitglied einer Spieler-Dynastie ermordet das also nie ich habe tatsächlich ich kann es ja jetzt ich glaube bei mir zwei sagen ich habe einen einzigen Spielercharakter tatsächlich getötet aber natürlich mit einer vorherigen Absprache äh Coppelius kam doch mal falls ich die Byzantiner daran erinnern äh der Sohn von diesem schlimmen Mann der mit allen geschlafen hat kam der Sohn zu Byzanz und hat gemeint ja mein Vater der wurde ermordet und er will da jetzt mehr erfahren und ihr war doch der Letzte der mit ihm gesprochen hatte wisst ihr irgendwas und ich so ja ja da war so ein Seltschuker zuletzt und ne der war doch sehr verärgert dass er da mit der Frau geschlafen hat aber die Wahrheit war halt er hatte mit meiner Mutter geschlafen ich wollte das in den Griff bekommen aber er hat mich die ganze Zeit Stiefsohn genannt und wollte mir den Ton angeben als Stiefvater äh ja und dann äh konnte ich nicht anders als irgendwie äh intriganter äh von von äh Maurice ausgebildeter äh Herrscher als ihn umzubringen deswegen wer es vielleicht noch nicht gesehen hat ich habe zu der Situation ein kleines Meme in den Allgemeinkanal gestellt oh ja und ich muss auch noch kurz sagen ich darf an der Stelle einmal Arti Respekt ausrichten von Nina äh für 19 Kinder oh yes dankeschön ja ich war gut produktiv aber ich wollte auch noch kurz sagen ich hatte ja ähm auch einen Sohn der hieß Maurice und ähm also Chad wollte ich ihn unbedingt Maurice nennen und auf jeden Fall ist der ich glaube ermordet worden der ist auf jeden Fall relativ früh verstorben oh ja und direkt danach ist Maurice rausgeflogen also es war irgendwie ein bisschen ja ich frage mich dann auch was war da los das kann doch nicht direkt zugegangen sein Maurice Mascala gestorben 46 mit 46 Jahren an mysteriösen Umständen ja und danach ist Maurice ausgeschieden das war wirklich also huff vielleicht werde ich nächstes Mal bei Crusader Kings 3 dann ein Orakel ist bekannt welche KI-Herrscher meine beiden Herrscher ermordet haben ich glaube Kirsten keine Spieler gewesen ja ja keine Spieler aber Mörp meinte irgendwie mal du weißt irgendwie wer die ermordet hat Gaius und Theodosius mhm hast dir viele Freunde gemacht Gaius anscheinend tatsächlich weiß ich das gerade eben nicht mehr ne gestern hattest du es noch irgendwie ermordet mit ok ne ist auch nicht so wichtig war irgendein KI-Herrscher ja vielleicht hätte ich gestern noch gewusst sieht man nicht irgendwo den gesamten Stammbaum eigentlich also ich muss sagen ganz kurz wenn ich auch wahrscheinlich das Wort ergreifen darf erst nochmal vielen vielen Dank dass ich es kurzfristig einspringen durfte da im Vatermidenreich in Ägypten hat es sehr sehr viel Spaß gemacht du warst eine absolute Bereicherung das freut mich wirklich also es war ja Mittwoch Mittwochabend hey hast du Bock und ja da kann man nicht nein sagen und auch hier an meine mit heiligen drei Könige da unten es hat so so nervig viel Spaß gemacht vor allem dass wir jetzt tatsächlich uns zum Schluss heilige Könige nennen können weil wir sowohl den Kreuzzug abgewährt haben als auch hier einen Dschihad gewonnen also ich bitte um Sultan sehr erfolgreich die Etikette mussten die Eiligen drei Sultan also ich muss sagen es hat bei uns im Süden mega langsam gestartet weil wir halt nichts zu tun hatten mit dem Pizzantischen also mit euch oben oder vielen vielen Dank für den Rade einen wunderschönen an den an den glücksten Kaiser den die Sonne je gesehen hat also ja großes großes Shoutout an Ranger ganz 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 großes Shoutout huldigt ihm folgt ihm rein RP aller aller feinster Güte ich war da ja oft sehr plump unterwegs und unbeholfen bei Ranger habe ich jedes Mal mich weggelacht also jedes Mal wenn wir eine Interaktion hatten musste ich erst mal muten lachen und dann weiterreden es war eine sehr interessante Gesprächsstruktur so ein bisschen da sind glaube ich so die Roleplayer wenn man als Roleplayer schon seine Vorteile wenn man einfach hingeht und eine halbe Stunde Dankeschön für den Rade hier vielen Dank und damit so einen unglaublichen Spaß hat dann baut sich aber auch eine Freundschaft Feindschaft Fraktionen die möglich irgendwie sich aufbauen und die lustige Namen haben ja mein Name bin der Radler für die von euch die mich noch nicht kennen ich mache Aufbau- und Strategiespiele ich war euer Kaiser zu Ende und normalerweise machen wir hier so Sachen wie Anno oder Rimworld oder sowas und jetzt neuerdings auch Crusader Kings also immer rein in die guten Spiele und ich freue mich irgendwie schon aufs nächste Crusader Kings Event ich kann es kaum glauben ich bin eigentlich nicht so der Multiplayer-Dude aber es hat richtig Bock gemacht ich hoffe es hat euch auch allen richtig viel Spaß gemacht oh werter Hof bitte eine Eins in die Schrift rollen wenn euch dieses Event geschmacket hat wohlbar so Herr und Nase ich verabschiede mich jetzt auch eben schnell weil sonst komme ich ja nicht in diesen Dialog rein zwischen euch danke nochmal für die Einladung danke die Kutscher für die gute Arbeit und bis zum nächsten Mal hoffentlich genau herrsteck Kutscherloben 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 ich möchte mal sagen vielen vielen Dank für die ganze Arbeit sieht man immer nicht was da dahinter steckt an organisatorischem Aufwand und und das kann ich nur zurückgeben Ranger das kann ich nur zurückgeben das ist ja auch manchmal ganz interessant weil wir Kutscher tauschen uns ja auch im Hintergrund ein bisschen aus und was zwischen den Reichen passiert wir wussten ja teilweise schon im Vorfeld was passiert und haben natürlich dann auch köstlich amüsiert wie dann komplett anders reagiert wurde als wir dann vermutet haben es waren heilige Geschichten zu erleben wisst ihr eigentlich wo ich den gesamten Stammbaum anzeigen kann gestern hatte ich zwar mehr Lachkrämpfe als heute aber das liegt wohl daran dass ich das auch ein bisschen gewöhnt bin das wir Kutscher sind halt ich sag mal so wir hören ja die ganze Zeit das hier ist jetzt nur der aktuelle König denken uns dann unseren Teil und manchmal gibt es irgendwo auch noch die verstorbenen Mitglieder was wissen was andere Leute nicht wissen dann haben wir halt manchmal eine ganz andere Blickweise auf das Ganze und das macht dann für uns nochmal deutlich anderes ah dankeschön das ist das ganze Projekt nochmal komplett anders das hier ist mein Stammbaum mit dem Unglaublichen ich glaube wer noch gar nicht gelobt wurde und das ist das Wichtige die Chats von allen Streamern ich habe keinen einzigen anderen Streamer der irgendwie im Chat Pläne ausgequatscht hat die planen gerade das ich habe nichts gelesen deswegen auch von an alle Chats dass das nämlich super ist ich habe nichts gelesen es wurde keine Intrige verraten unser Jihad wurde nicht verraten deswegen Zuschauer haben das Event damit mitgetragen weil wenn man einmal was gelesen hat kann man es nicht aus dem Kopf löschen von daher danke auch dafür ja ganz großes Fairplay ganz großes Fairplay da kann man ja auch nur nochmal anknüpfen an das Gespräch vom gestrigen Tag als geäußert wurde dass Strategie das beste Genre sei und das ist der Beweis Applaus genau richtig ja das stimmt der Kreis schließt sich wieder die Klammer wird geschlossen genau der Kreis schließt sich wie bei der Familie teilweise schon sehr 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 kreisähnlich ich hatte so hässliche Kinder zwischendurch von wem kam die wohl von wem die wohl kamen erzähl von der gesamten Region ist jetzt erstmal die Klammer das fand ich tatsächlich ganz passend dass Kopelius so gewissermaßen das wandelnde Meme gespielt hat auch ganz schön da konnte man mindestens immer gut erkennen mit wem er da in der Kiste war wie sauber ich mir die Leute dann matrilinear weiter verheiraten verheizt habe das war so lustig weil ich einfach die ganze Zeit immer am Anfang wollte ich halt dass die Kinder natürlich besonders verheiratliche Eigenschaften bekommen und so und dann irgendwann meine Kinder wurden alle hässlich und ich so hä wie kann es denn sein von meinen Frauen hat doch niemand die vererbbare Eigenschaft bis dann irgendwann rauskam dass dass eine Kind ein Bastard von Tadislav ist und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen dass alle Kinder die hässlich sind die Kinder von Tadislav sind ich fand das auch lustig weil ich hatte mit ihm ja darüber vorher gesprochen gestern und mich mit ihm darauf geeinigt dass die Geld die Schönheit seiner Familie aber auch weil meine auch so hässlich waren die so hässlich waren definitiv gebrauchen kann und ich hab ihm dann quasi grünes Licht gegeben ja mach das ich find's gut und ich hab ja gestern noch als Viewer noch mitverfolgt also ich bin ja der neuste jüngste Kutscher hier in der Runde und ich muss dazu sagen Artemis du warst tatsächlich eines deiner ersten Opfer und es hat komplett durchschlagen und er hat so gefeiert als dein erstes Kind als hässlich rauskam und ich hab dabei heimlich reingeput gelurkt bei dir und du hast dich wirklich so wie kann die nur hässlich sein Sinn für mich ergeben ich hab's halt echt überhaupt nicht gerafft bis es dann wirklich mal wie Schuppen vor den Augen gefallen ist und dann hab ich gleich gemerkt oh mein Gott das sind aber einige die Kinder hier das war echt witzig und das Schöne daran ist ja auch wie manche andere Herrscher dann weißt du wenn du morgen streamst gegen Nachmittag geht's mit Anno weiter mit dem neuen Anno DLC da gibt's dann auch Anno Drops exklusive Ornamente äh das Ganze am Nachmittag also ich schätze mal so 15, 16 Uhr wieder und am Abend um 21 Uhr ist vielleicht ein Reft Event ähm da werden wir einfach ein bisschen Reft zocken also kein Roleplay oder so einfach ein bisschen daddeln mit ein paar netten Leuten selbst wenn man im Zentrum und davor halt Anno volle Kanne und am Montag Montag gibt's auch nochmal volle Kanne Anno und Generville wird wahrscheinlich die nächste Woche sehr Anno-lastig ich hab einige Challenges auf jeden Fall auch schon äh vorbereitet und dieses Event hier wird wahrscheinlich in der einen oder anderen Form auch auf YouTube kommen ähm ähm ja muss ich aber noch gucken ob ich das schneide oder einfach Uncut hochlade wahrscheinlich einfach Uncut mit jedem Einmal irgendwie zu sprechen auch wenn die etwas entfernter waren so als diplomatische Reise so einen Eindruck zu bekommen ich muss sagen ich war ein bisschen ich hatte mir anders ein paar Sachen vorgestellt ich dachte so von Anfang an ja so ich und Strategie wir sind so direkt nebeneinander wir werden so ewig viel oft Konflikte haben und so gegeneinander gehen aber irgendwie ist es kaum zur Interaktion mit uns gekommen ne ja das ist einfach die Kaiserreich Bremse würde ich sagen ja das stimmt das hat man echt gemerkt das nehmen wir glaube ich auch mit so dieses Seltschukenreich auf der anderen Seite es war viel zu krass also wir hatten da keine Chance gegen die anzukommen also bei uns gab es am Anfang ja am Anfang so die Bemühungen von Jules dass er also das ist auch ein Feedback was ich an der Stelle geben will warum das bei uns halt nicht dazu gekommen ist also Jules wollte relativ früh schon der hat sich ganz früh guter Holt gute Nacht quasi diesen Meritokraten zu machen damit er der Kaiser wird und gute Nacht an alle die schlafen gehen macht's gut Uncut meinst du was meint ihr Uncut oder ein bisschen geschnibbelt eins für Uncut zwei für ein bisschen geschnibbelt mal ein kurzes Meinungsbild bitte dieses Event auf YouTube eins für Uncut zwei für ein bisschen geschnibbelt können also da war das Regelwerk quasi für mich der Sargnagel für die Unterstützung eines anderen Spielers zum Kaiser vor allem im frühen Spiel wo du noch gar nicht weißt Einzelte Schnibbel aber die meisten halten sich doch an die Rohfassung dann werden wir wohl die Rohfassung werden das Ding ist halt natürlich hat das geschnittene mehr Tempo weil es halt keine acht Stunden sind aber auch in den Pausen haben wir auch immer viel gequatscht und ja also ich würde zwei Videos machen einmal Tag 1 einmal Tag 2 und gut ist die Pausen vielleicht rauscutten wenn ich mal auf dem Klo war oder so auf der anderen Seite bei einem acht Stunden Video wenn ich ein acht Stunden Video einmal kurz die Pausen rauscutte sitze ich halt ungefähr zwölf Stunden am Rendern von daher Uncut mit Marken ist eine fabelhafte Idee tatsächlich das ist tatsächlich eine fabelhafte Idee ich glaube das machen wir ungeschnitten ja ich weiß das ist das Problem das heißt der Kaiser hatte ungeschnitten mit Zeitmarkern ist tatsächlich ervortragend die Sondertruppen hat er trotzdem 20k gehabt wobei ich das auch wieder ziemlich krass finde dass du dann so RNG neue Haustruppen dazu kriegst weil zum Beispiel bei meinem Erben war das dann so dann einfach zweimal drei Unaga oder so gekriegt wo ich mir halt so gedacht habe Alter und dafür verschwindet jetzt irgendwie so ein siebener Stack Pikiniere oder so echt das steht halt irgendwie in keinem Verhältnis das finde ich ein bisschen arg das sind aber die Haustruppen des Erben genau das sind die Haustruppen des Erben aber da hat man ja selber als Spieler eigentlich halt wieder gar keinen Einfluss drauf was ich dann so ein bisschen schade finde halt ja es wäre besser wenn man das aussuchen könnte da hast du schon recht aber wie gesagt um es abzuschließen also und in dem Moment als unser Herrscher endlich schwach war fühlten wir uns wiederum durch Byzanz bedroht dann wollten wir nicht mehr raus ach so verstehe weil wir natürlich wenn ich mich unabhängig mache oder mürb sich unabhängig mache sind wir ein gefundenes Fressen für Byzanz weil wir ja nie also wir hatten ja lange Zeit eben keinen Spieler Kaiser das wäre dann nur die KI die hätte da was machen können genau und dann hätte man sich getraut KI ist ja mega aggressiv ja das stimmt mit einem von euch hätte man ja dealen können aber die KI erklärt dir einfach schnipp den Krieg um Königreich und dann oh fuck ja stimmt das ist richtig Ecke was ist aus deinem Plan für das Neo-Assyrische Reich geworden ich würde mal sagen meine Dynastie ist auf einem guten Weg innerhalb von zwei Generationen König geworden Bagdad erobert also das habe ich am Anfang übrigens wunderbar gegen dich und die Seljuken nutzen können als ich da mal in Ägypten war habe ich erzählt dass es da so einen Assyrer gibt gerüchtemäßig der will wieder das gesamte Assyrische Reich wo auch Ägypten dazu gehört erobern das war erstmal relativ positiv aber das hat wohl nicht gereicht um ja also wir haben schon Gespräche um das zu relativieren achso okay verstehe ich konnte das immer gar nicht einschätzen wie viel ihr Diplomatie gemacht habt wie eng ihr beieinander war das da hatte ich so gar keinen das Reich ist schon echt gigantisch ne schon regelmäßig aber jetzt auch nicht das Radlischer Reich ja zum Beispiel Nexus habe ich glaube ich das ist schon brutal also im Privaten glaube ich nie gesprochen wir sind aber aneinander geraten wir sind aneinander geraten jedes Mal weil es Verbündete hatten es hätte auch ganz anders kommen können dein Vater ist ja gestorben durch die Hand meines hättest nicht gedacht dass ich Kaiser werde weil ich glaube niemand hat gedacht dass ich Kaiser werde also wer von euch hat ernsthaft geglaubt vor dem vor der Kriegserklärung dass ich Kaiser werde das hätte man doch in keiner Art und Weise abschätzen können da sind so viele Dinge dazugekommen ein Missklick ist dazugekommen ähm das Timing ist dazugekommen hätte ich zur falschen Stelle den Krieg erklärt hätte auch selbst die Nichtannahme äh nicht zu einer Kaiserschaft geführt also da musste wirklich alles dazukommen und zusammenpassen äh dass ich den Kaiserthron bekommen habe da sind so viele kleine Dinge passiert weil es für mich überhaupt keinen Sinn ergeben hat also außer mit anderen Leuten reden ähm mit anderen Herrschern in anderen Reichen zu reden weil ich bin ein Vasal die anderen waren Vasalen es gab für mich auch ein Roleplay technisch keine gute Begründung warum ich jetzt zum Beispiel auf Radler zugehen müsste ähm das fand ich auch sehr schade weil ich hatte ich so gerne noch mit so viel mehr Leuten was gemacht aber es ist genau das was du sagst also ich hatte einfach keinen Anlass zum Beispiel ich glaube Artemis wir haben uns nicht ein einziges Mal gesprochen ich habe mit den meisten Leuten gar nicht gesprochen also es ist natürlich ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren da ich natürlich jetzt auch nicht so die Expertin bin und ähm dann einfach mit dem Spiel selbst ja noch ziemlich äh busy ähm aber halt dann vielleicht auch dadurch dass ich einfach so weit außen war nicht auf Tryhard äh auf äh Kaiser angelegt ja das war auch irgendwo nicht passend ne und ähm hab mich da dann irgendwie so also selbst als ich den Anspruch hatte das hat nicht reingepasst irgendwie angedacht gehabt äh was viel Interaktion ermöglicht hätte vielleicht hätte ich mir dann spontan noch was als wo dies Kaiser wurde das stimmt ja hatte ich auch kurz Hoffnung ähm so wie die anderen dass sie so diplomatisch unterwegs sind oder versuchen einem äh Pferdedungen Kaffee anzubieten Kaffee heißt das Kaffee deine deine Island war eindeutig Love Island so viele Kinder ja meine auch ja es war Snoo Snoo aber da gab es einen äh geilen Vorschlag aus meinem Chat heraus das ist jetzt nur die Frage wie gut man das umsetzen kann aber ich nehme es gibt es einfach jetzt mal als Feedback hier raus und zwar eine Meta Ebene so wie ich das quasi gemacht habe ich nehme mal mein Beispiel äh Usopator wenn ich jetzt hier bei mir aufschreibe ich verkaufe 10 Kisten dass die dann irgendwas dass wir uns spielerisch darauf einigen dass die etwas bewirken weil wir können dass ich zum Beispiel ich nehme jetzt mal ein Roleplay Beispiel 10 Uso Kisten ich trinke eine Uso Kiste ich habe plus 5 Charisma und minus 10 Intelligenz dass ich sowas quasi mit reinbringen kann und so hätte im Detail also aber dann brauchst du einen der das als Spieler damit steuert dass du weißt was wie wo wer welche Punkte zusätzlich hat und so weiter genau das kann dann nicht der Charaktere genau Pen & Paper Element genau das klingt spannend aber das muss man natürlich dann noch mit zusätzlichen ja das ist halt organisatorischer Aufwand klar das müssen die Sponsor machen dann müssten die Kutscher die Spielleiter sein im Grunde gleichzeitig genau und einen Chat haben wo quasi drinsteht wer was wann wie wo hat mit Timer oder so also manchmal wäre das das war halt nur genau bei 17 Leuten ganz schwierig da müsste man ja auch die Anzahl der Spieler stark begrenzen oder man ganz schwierig auch mit Ärmeln nicht klappt ja oder man muss sich das System sich einfachen das ist die Frage also meine AKV Liste hatte ich nebenbei wer alles die AKV hat auch meine Liste ich weiß wie viele Kisten wann an wen gegeben wurden es gibt ja auch für andere Spiele solche Mods die so eine Interaktion irgendwie ermöglichen vielleicht gibt es ja den einen oder anderen findigen Modder hier im in einem der Chats der zumindest so eine Ahnung hat wie man sowas realisieren könnte dann könnte man sowas mit einer Mod spielen das stimmt das stimmt ich meine man kann es ja de facto man kann es ja wahrscheinlich vielleicht kann man das ja irgendwie über diese Artefaktmechanik irgendwie machen oder so dass du halt also weißt du wie ich meine dass das irgendwie das ist interessant das ist es kurz vor allem du meinst dass man beispielsweise als Artefakt dann so Herrschak lässt es ja ja richtig dass man einen Artefaktgenerator hat dass man einfach selber Artefakt herstellen kann also ein Artefaktgenerator der existiert schon im Spiel drin der geht aber nur in Debug Mode den wird man jetzt in der Multiplayer-Runde nicht wirklich benutzen können man kann aber vordefinierte Artefakte die man über Entscheidungen herstellt die dann auch entweder kostenlos sowas kosten können könnte man einfügen und die kann man sich dann sozusagen ausstellen da kommt natürlich die Sache und man belegt einen Artefaktplatz stimmt genau du machst so eine Entscheidung mit so einem mit so einem Cooldown-Timer und dann kriegst du ein Artefakt und das kannst du dann mit jemand anderem traden oder so und das bringt dann irgendwas das wäre eigentlich super witzig genau was man da bedenken muss ist natürlich erstens was sind Artefakte oder sein es ist ein Artefakt das man selbst trägt am Körper und wenn ja was ist es ist es ein Helm oder ist es ein Accessoire oder sowas das ist halt so eine Sache die man bei so was bedenken muss fehlt halt allgemein einfach mal das Handelsentrag kann man die Artefakt ja nicht danach benennen genau du kannst das einfach umbenennen auch wenn das Objekt anders aussieht benennst du es einfach um dann weiß man was das ist auf jeden Fall sowas ist es halt was man man könnte es ja auch anders vereinfachen irgendwie dass man dass man da so einen Wert gegen hat und dann hat er auch jeder einen Anreiz dass man sich vielleicht einen Handel für seinen Charakter ausdenkt oder irgendwas anderes als Währung das ist halt meinen Körper ja das muss müsste Paradox mal machen also da gebe ich auch Ranger wir haben ja heute schon drüber gesprochen also das ist noch was was echt fehlt so Handel in Crusader Kings 3 das wäre so geil wie du sagst das könnte man so fürs Ballplay auch nutzen dann könnte ich wirklich hier bis nach den Osten zu Arti gehen und sagen hey du hast da ein richtig geiles Wirtschaftsgut ich zeige einfach mit Pimmeln und das tauscht und dann hat es auch Auswirkungen noch aufs Spiel weil dann bufft es irgendwas oder so dann wäre das ja echt spannend und würde den Handel überall hinbringen das würde alles verbinden aber ja das fehlt halt noch ja der Handel in Crusader Kings wäre schon geil aber das ja auf jeden Fall aber da ist halt da ist halt der Punkt ich kenne einige Freunde von mir die machen Mod dazu tatsächlich für den Handel der Punkt ist das ist nicht schwer zu modden es ist nur wahnsinnig langwierig weil du musst ja jede Provinz suchen und dann handelt es gut dass man damit auch handeln kann heißt es muss eine gewisse Anzahl davon produziert werden und weiß ja Gott was das ist nicht schwer das ist grundsätzlich einfach nur echt echt aufwendig 5 Fimmel für die Kiste take it or leave it also zumindest ich und meine Freunde die diesen Mod halt machen sind zu dem Schluss gekommen das Paradox zu dem Zeitpunkt das Programmieren dieses Spiels nicht auf die Idee gekommen sind dass man vielleicht ein Handelssystem der Kette um den Hals das Artefakt ist der Erzeugungsfähigkeit genau also entweder haben sie nicht dran gedacht oder sie wollten es nicht weswegen ich auch darüber zum Schluss gekommen bin der Hauptgrund warum sie es jetzt im Nachhinein hinzufügen ist dass das so aufwendig wäre dass das einfach zu lange dauern würde und den Aufwand musst du dann noch mit dem Balancing vergleichen das noch wieder dann auszubalancen auf alles und dann wieder Tests zu spielen dann stehe ich mir unglaublich aufwendig vor also es ist wirklich nicht schwer es ist halt wirklich einfach nur wahnsinnig aufwendig und langwierig also ich glaube auch meine Herrschaft ich blende übrigens mal so nebenbei die Memes ein hätte ein Problem werden können Alasarius man sich anschaut was für Abstände sich hier schimpft und sage auch nochmal vielen lieben Dank hier vom Rino und ich bin froh dass am Ende mein Aluhut nicht unnütz ich mich nicht in den Aluhut aufsetzen musste und Kreuze und Schiffe dann am Ende doch noch gekommen sind du hattest völlig recht von Anfang an dann hättet ihr mir immer alle geglaubt du warst für mich immer der Spinner am Meer bis dann die Kreuze kam dann war der Heiland der Profil dann war der Heiland ich bin auch am Ende wirklich zum Pimmel anstelle von dem Kopf genau des Glaubens geworden das heißt mein Plan ging auf ich bin froh dass meine Tochter noch ein bisschen gewartet hatte ich dabei dabei sein durfte sagt deswegen aber weil ich dann doch es kann ja jederzeit losgehen und ich glaube ich sollte ein bisschen ausgeschlafen sein falls es losgeht sage ich nochmal vielen vielen Dank an alle es war mir ein Uso trinken mit allen ein Uso ich wünsche dir alles Gute für deine Tochter auf jeden Fall gute Gesundheit ja ich drücke dir die Daumen Rino alles Gute an Gedanke und bis zu Nächsten für die Zukunft ja ich schließe mich dann jetzt auch gleich mal an ich sage nochmal Dankeschön an Ecke und an Gaius fürs Organisieren es hat saumäßig viel Spaß gemacht und ich hoffe ja dass es beim nächsten Mal mindestens wieder genauso cool wird ich verabschiede mich dann und wünsche euch allen eine gute Nacht ebenso und danke dir für alles gutes Stichwort übrigens macht noch jemand etwas ich spiele jetzt das erste Mal noch Wandering Village oder wie das heißt da muss man doch hinschauen zur Ecke bei Wandering Village absolut auch zur Ecke ein schönes Spiel ich habe es vorhin noch installiert gehabt und jetzt gucke ich mal rein wahrscheinlich wieder auf höchste Spieligkeit und dann einfach mal gucken wie lange ich überlebe es kann interessant werden kann ich dir schon mal verraten oh ja ich habe auf einfachste Schwierigkeit es nicht geschafft also ich war überrascht mittel ein drittel meiner Bevölkerung verloren dann mal ich weiß noch nichts vom Spiel ich fordere auch noch mal offiziell auf zum Ecke rüber zu raiden und ich mache trotzdem noch ein bisschen Eigenwerbung ich spiele noch ein bisschen den Grombrindal von gestern weiter mit Warhammer 3 da habe ich gestern noch ein bisschen was vorbeigeschickt bei dir genau ja und da noch mal vielen Dank weil du glaube ich irgendwie um halb zwei oder so noch mal mit 500 Leuten vorbeigekommen bist was mich dann dazu veranlasst hat dann noch irgendwie bis drei Uhr nachts weiter zu spielen oder so vielen Dank das war der Ehrenmann Move des Abends auf jeden Fall der hatte Gaius vorher schon bei mir die also fast die doppelte Anzahl mal reingeschoben also auch da noch mal Gaius danke dir immer gern ja wie gesagt falls ihr noch ein bisschen nachbesprechen wollt auch Feedback und so weiter in den nächsten Tagen wir sind Gaius und ich sehr sehr froh drüber wenn ihr noch ein bisschen was uns sagen möchtet ansonsten werden wir auch mit den Chats noch mal darüber sprechen einfach mal alles rausziehen sowohl alle Zuschauerinnen und Zuschauer können uns Feedback über alle möglichen Plattformen zukommen lassen und natürlich auch vor allem ihr Streamerinnen und Streamer gerne auch schreiben also wir sind immer daran interessiert das Ganze weiterzuentwickeln und das hilft uns was gut lief was weniger gut lief etc Kritik tanzen was die kannst du auch tanzen die nämlich gerne tanzen auch die Kritik ja da möchte ich mich auf jeden Fall auch noch mal bedanken auf jeden Fall für die Einladung es war mir eine Ehre eine Freude dabei sein zu dürfen und überraschenderweise hat es dann doch für eine kleine Kaiserschaft durch ein paar Zufälle gereicht obwohl ich jetzt vom Spiel technischen her jetzt nicht die große Ahnung hatte ich war oft auch überfragt aber du stellst ein Licht schon ein bisschen unter den Scheffel also was ich jetzt so bemerkt habe ich weiß du hast nicht viel gespielt aber du hast finde ich schon ein echt gutes Spielverständnis also du kommst wirklich sehr gut schon mit dem Spiel zurecht also da in der Hinsicht kann ich dich da auch absolut spieltechnisch loben viel zu gütig ich habe halt oftmals einfach dann so Entscheidungen gesehen und dachte mir hm das wird vielleicht mein Reich kaputt machen aber es klingt lustig ich klicke mal drauf und schau mal was passiert du hast vor allem einfach passiert genau das bei Paradox Spielen dann auch aber ja witzig du hast vor allem einfach alles eingesetzt du hast mir ständig Friedensangebote versucht reinzudrücken dass ich mich missklicke du hast genau gesehen und als wir dich als wir es eingenommen hatten oh ja ich könnte ja was Sal ihm anbieten vielleicht missklickt er da ja ja ich habe es genau gesehen alles hast du genutzt alles ich dachte mir irgendwas muss sich ja klicken damit das aufhört aber das hat ja dann doch nicht funktioniert aber es war mir auf jeden Fall ein inneres Blumenflicken also gerade auch im RP das war teilweise unglaublich was da für Gespräche zustande kamen ich musste immer aufpassen dass ich mich beim Weglachen mute damit ich dann nicht in den anderen Stream hinein lache das war tatsächlich eine koordinationstechnisch hoch anspruchsvolle Aufgabe und ja es würde mich sehr freuen irgendwann in Zukunft wieder in so einer schönen strategischen Runde dem ganzen beiwohnen zu dürfen und vielen Dank bis zu organisieren bis einladen Dankeschön sehr gut dass du dabei warst absolut was gut was gut ciao so jungens und meine Damen und Herren es war mir eine Freude und Ehre ich hoffe ich habe auf jeden Fall dem Haus Maudikius ihr habe erwiesen dem Gott Kaiser indem ich nach dem übergeben des Hofes das Kaiserreich wieder abgeholt habe wer hat jetzt gewonnen niemand es gibt keinen richtigen Gewinner ich für meinen Teil bin halt Kaiser und sehe mich dementsprechend in meiner Mission bestätigt ich für mich habe für mich auf jeden Fall alles rausgeholt was ging und gewonnen haben definitiv die Zuschauer ja also das ist zwar klingt klischeehaft und kitschig aber dem ist so ich hoffe ihr hattet eine geile Zeit ich für meinen Teil war herrlich unterhalten obwohl ich auch nur mittendrin war ich werde mir auf jeden Fall noch andere Perspektiven anschauen die Tage weil mich einfach interessiert was da im Osten so gelaufen ist das ist halt so schade dass man nicht so mitbekommt was für Gespräche in den anderen Reichen stattfinden ich glaube da waren auch bestimmt unglaubliche ähm Roleplay Geschichten dabei denen man halt leider nicht beiwohnen kann wenn man halt nicht in diesen Gesprächsrunden mit dabei ist aber ich werde mir das auf jeden Fall nachschauen ähm gerade da unten die Ecke interessiert mich sehr also wie das Ganze hier geendet hat in einem gigantischen vereinigten Krieg gegen uns äh wie sich das zusammengebraut hat gegen all unser äh äh Arbeiten und Ackern äh das wird auf jeden Fall sehr spannend sein das Ganze nachzuvollziehen das war ein herrliches Chaos und äh als Kaiser Laurus Maxus kann ich nur sagen ich habe alles verbreicht ich habe alles gegeben und nun kann ich mit Gott gehen oder so mit Gott mit Gott mit Gott mit Gott